Hallo und herzlich willkommen zu The Wolf Among Us, zu deutsch der Wolf unter uns. Das Spiel ist ein Point & Click Adventure im Episodenformat. Kennt man nicht anders von Telltale Games, die haben das Spiel produziert. Was hat Telltale noch gemacht? Unter anderem Tales of Monkey Island, The Walking Dead oder auch Game of Thrones. Alle drei habe ich gespielt, gefallen mir richtig sehr. Deswegen habe ich mir dieses Spiel blind gekauft und mal schauen, was davon zukommt. Ich weiß gar nicht, worum es geht in der Story. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es auf dem Comic Fables von Bill Willingham basiert. Und die erste Episode von dem Spiel kam bereits im Oktober 2013 raus. So wie ich mitgekriegt habe, hat das Spiel inzwischen Kultstatus erreicht. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Kaufgrund, denn ich bin ja auch ein Adventure-Fan. Und irgendwie passt dann alles zusammen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir spielen das Spiel. Und los geht's. Viel Spaß. Start mir ein neues Spiel. Ich habe noch gar nichts angespielt. Ich spiele jetzt blind von Anfang an, so wie alle anderen Spiele auch. Und Episode 1 starten. Hoffentlich sind die anderen auch schon runtergeladen. Okay, ich muss dann nichts mehr machen. Dann können wir einfach durchzocken. Episode 1. Faith. Also Glaube. Und los geht's. Viel Spaß. Vor langer Zeit existierte eine Gemeinschaft von Märchengestalten, auch bekannt als Fable Town in New York City. Die dort lebenden Fabelwesen erschienen vor Hunderten von Jahren, nachdem sie aus ihren Heimatlanden verbannt wurden. Mithilfe von Klima, einem Zauber, haben sie ihre geheime Gesellschaft vor der Welt der Menschen geschützt. Sheriff Bigby Wolf schützt sie voreinander. Okay, ich kann auch nichts steuern hier. Die Grafik wie bei The Walking Dead oder Game of Thrones ist so im Comic-Style gehalten. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich glaube hier ist eher die Grafik im Vordergrund. Beziehungsweise der Inhalt meine ich. The Wolf Among Us. Okay. Let me see the New York City. The Sheriff is in town, baby. Okay. Meatshaus. Irgendwann nach Mitternacht. Was ist das für ein Frosch? Genug ausreden, Toad. I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Which farm? You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? It's not my problem. It's not my problem. You're the one risking your entire family getting shipped off. It's completely irresponsible, Toad. Bigby, please. That's a no blow, mate. All this will be taken care of as soon as the witches are available to cast the spell. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I called you about, Sheriff. You're just going to stand there? Do something, Bigby. Before he completely tears up the place. Yeah, okay. I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. I don't know if the Frosch is a friend of mine or not. If he's a correct type of guy, I don't know. Very prickly, asshole. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside! Okay, on the other hand, we have to do science fiction. To do science fiction. Okay. 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 Jetzt kann ich mich bewegen. Okay. Jetzt kann ich mich bewegen. So, okay. Was haben wir hier? Ein Telefon. Ist ja noch was. Okay. Soll ich es eintreten? Nee, ich klopf lieber mal an. Hallo? Frosch? Okay. Machst du auf oder nicht? Hey! Wow, 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 hey! Man schlägt keine Frauen. Ich will diplomatisch sein, aber es geht wohl nicht. Ich trete dir die Eier. Ist er betrunken? Okay, dann versuchen wir Verständnis zu haben. Gut gesagt. Ah. Das war ein. Äh. In ne Waschbecke. Hey! Ich hab' doch gedrückt. Okay, okay. Und jetzt in die Fresse. Und jetzt? In die Waschbecke. Dann kriegt er immer neue Waffen, Mann. Oho. Und jetzt in die Waschbecke. Oho. Fuck you. In die Waschbecke. In die Waschbecke. Ich hab' geschlafen. Oh mein Gott, ich hab' Angst. Sehr gut. Ein in die Fresse, komm. Ich hab' doch Sack. Es ist nicht letztes Mal. Es ist Jesus, Mann. Du solltest wahrscheinlich rauskommen. Schau. Ich bin nicht verlassen, bis ich herausfinde was mir ist. Du wirst nicht schlafen, blitz. Ich werde dich auf den Boden legen. Hey! Wenn du nicht nett bist, werde ich dich nach außen machen. Oh, schlafen. Du schlafen mein Kopf, du Bastard. Und trotzdem sprechen Sie. Was labert er noch? Keine Übersetzung. Schlafen. Was ist hier los, Mann? Was macht ihr hier? Hä? Ja komm, dann geh. Geh einfach. Ich will gar nicht fragen, was hier los ist, weil es geht mich nix an. Bist du verletzt? Bist du okay? Ich bin hunky-dory. Danke, dass du dich fragen hast. Warum hat er dich aufhört? Der fragt von selbst, okay. Er fragt mich, ob ich ihn erinnern konnte. Ich wusste, wer er war. Ich sagte, dass ich nicht erinnern konnte. Er hat mich aufhört. Dann kamst du aufhört, und er hat mich aufhört. Was über den Kopf, Mann? Ich bin der Schmerz, du Hörer. Ich habe einen kleinen reren Rädenhut von diesem Schmerz. Ich habe diesen Schmerz öffnet, und er hat ihn mit einem Schmerz mit einer Schmerz. Und ihn in den Schmerz. Das ist der Schmerz, du schmerz. Wolltest du mich für einen Moment entschuldigen? Ah, würdest du mich für einen Moment entschuldigen? Auf jeden Fall. Komm! Was ist jetzt passiert? Ah, verdammt. Der Frosch. Ei, Toad. Oh, mein Auto. Ja. Gib mir einen Moment. Oh, nein, mit allen Dingen. Gehe dein Zeitpunkt. Mach dir dich komfortabel. Kann ich dir nichts bekommen? Also... Wie gut ist deine insurance? Ich kann dich nicht schuldig. Ich habe dich geholfen. Ich kann dich nicht schuldig. Und wenn du helfen kannst, Dinge end up mehr fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du bist aus deiner Misery. Du verdammte Mann, Du verdammte Mann. Komm schon auf die Wand. Komm schon auf die Wand. Komm schon auf die Wand. Du verdammt. Ach. Was machst du? Du bist nur mit dem, was er mir wünscht. Du bist gut da hinten? Ich meine, deine Augen... ... und die Teile? Du solltest nicht wirklich so machen, oder? Du solltest nicht mehr so machen, oder? Du solltest nicht mehr so machen. Großartig. Peanuts. Der Mann hat einen Haack in seinem Gehirn. Er ist nicht so fühlt. Es ist mehr von mir. Ich werde dir sagen. Oh mein Gott! Fabelwesen. Das zappelt ja immer noch. Halte sie auf, man. Vielleicht sind unsere Partnerinnen. Können zusammenarbeiten. Oh oh, da kommt bisschen was raus jetzt. Hier. Danke. Danke. Ich hätte auch vorhin zu sagen... Danke sagen müssen. Diese Lippe sind gefeiert. Sorry. Hä? Ich versuch dir doch nur zu helfen. Ich versuch dir doch nur zu helfen. Es tut mir leid. Ich fühle mich. Ich fühle mich, wie wir uns vorher kennengelernt haben. Wir haben sicherlich. Wir haben sicherlich. Wir haben uns alle irgendwie kennengelernt, bei einem Punkt oder anderen. Aber... Dinge verändern, ich glaube. Ich glaube. Hm. Wie geht's jetzt weiter? Der ist er weg? Sag bloß, er hat überlebt. Er hat dich geschlagen. Er hat dich geschlagen. Er braucht das Geld. Er hat nichts zu geben, Sheriff. Ich habe es checked. Außerdem, ich habe einfach ein Axe in den Kopf. Ich würde sagen, wir sind gleich. Vielleicht sollte ich dich arreste. Ich werde das nicht mehr machen. Also, jetzt ist deine Chance. Bevor ihr Chef ihr Probleme macht, ihr Zuhälter... Mal schauen, ich habe... 20... 40... 7... 8... 58. Das ist alles, ich habe. Das wird helfen, oder? Geh es. Es ist okay. Ich werde gut sein. Du hast genug gemacht, wirklich. Einfach... Geh das Geld. Okay? Du hast mich aus einer schlechten Situation, da hinten. Danke. Ich werde noch ein Statement brauchen. Ich muss nachdenken, was ich habe. Ich habe mich zurück in meinem Office, dann. Es ist ein bisschen late für einen Office-Visit, Sheriff. Ich werde nach deinem Apartment. Wie weiß ich, wo ich... Du живst in der kleinsten Apartment in den Woodlands. Jeder kennt das. Jeder kennt das. Das ist das. Du solltest es gepackert. Du siehst du wie eine Scheiße. Und ich habe das Wort nicht genutzt. Einige von diesen sind ziemlich schlecht. Wow. Sag mir, was du wirklich denkst. Hey. Ich muss dir etwas erzählen. Was ist das? Du bist nicht so schlecht, wie jeder sagt, du bist. Ich sehe dich um. Wolf. Das ist irgendwie total interessant, Mann. Okay, ich zocke jetzt auf jeden Fall ein bisschen. Ich wollte es eigentlich nur anzocken, aber echt interessant, was hier... Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Und die Frau ist auch interessant. Ihre Story. Seine Story. Das ist meine Stadt. Und ich lebe in der kleinsten Wohnung in der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Die Wolf. Die Wolf. Die Wolf. Die Wolf. Die Wolf. Die Wolf. Das war ein geiles Intro und weiter geht's. Viel Spaß. Was ist das denn chillt? Wer wohnt hier? Luxury-Apartment. Ich wünsche, ich würde das nicht adverkaufieren. Okay, kann ich hier irgendwas aufheben? Noch ein Schild? Stay off the grass, also weg vom Rasen bleiben. Nicht betreten. Kennen wir alles in der... Geräusche. Hey, da war jemand! Blondie? Ich bin ein Schild. Ich bin ein Schild. Ich bin ein Schild. Ich habe ein paar Stunden von Schildern vor mir. Und ich habe bereits zu tun mit einem Schild. So, ich... Sorry, Bigby. Ich habe nicht gedacht, dass ich ein Schild. Beauty. Hallo, Bigby. Ich habe nicht erwartet, jemanden. Ich weiß, dass das ein bisschen verrückt ist. Warum hast du dich versteckt? Aber da ist eine Explanation. Ich verspreche. Warum hast du schüttet, wenn ich aufheben bin? Na, ich wusste nicht, wer es war. Du kannst nicht zu beantworten, diese Tage. Nein. Du kannst. Verdammt. Ich bin leid. Okay. Okay. Wohin geht sie? Bitte, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. You worries too much as it is. And it would just make my life a lot easier. Just please. Promise me. Hey, ich habe doch gedrückt. Ah, zu spät. Sorry. Ich wollte eigentlich versprochen sagen. Das ist nicht, was du... ...might be thinking. Dass du ihn betrügst? Nein. Denke ich natürlich nicht. Okay. Der achtet wirklich auf seine Sicherheit. Auf unsere Sicherheit. Ja. Schlaf gut. Kann ich da was nehmen? Er wacht gar nicht auf. Soll ich mit ihm reden? Hey, du wankst? Ja. Wahrscheinlich für die Beste. Okay. Da wacht er vor gar nichts auf. So, was haben wir... Haben wir was in der Post? Ich schau mal nach. Nummer? Welche Nummer war das? Ich habe auch fast nie Post. Wenn man Post bekommt, sind wahrscheinlich immer irgendwelche Banken, die Geld von dir wollten. Wo ist mein Name? Nochmal. Wo ist mein Name? Biest ist 301... Wo ist... Ey, bin ich blind oder was? Ich bin echt blind. Wo wohne ich? Keine Ahnung. Ich bin total blind. Ich bin einfach nur blind. Okay, hier. Fahrstuhl. Drücken wir den Knopf, dass er kommt. Schauen wir nochmal nach. Ist hier da irgendwo Wolf oder sowas? Ach egal. Wie ist das hier? Wie ist das hier? Bigby! Hey! Warte auf! Hast du gesehen meine Frau? Hast du gesehen Beauty? Ach, Biest. So, hast du? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe sie nicht gesehen. Oh. Okay. Entschuldigung, dass du dich beschäftigen. Verdammt. Was ist passiert. Ach, Mann. Wieso habe ich gelogen? Wer sagt, dass sie die Korrekte ist? Oder... Vielleicht ist er ja der Korrekte. Und wenn ich ihn dann deswegen angelogen habe, dann ist es nicht gut gewesen. 204. 204. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir wissen, hier ist ein Bigby's Apartment. In Fable Town. Fables ist ja der Comic. Verdammt. Ich sollte ein Fenster schrauben. Ja, mach mal Lauf. Ich denke. Was ist eine Nacht? Was ist eine Nacht? Der hat doch den Hörer vom Telefon abgenommen, damit keiner anrufen kann. Was gibt's denn zu essen? Irgendwas haben wir doch, oder? Du kannst ja was bestellen, oder? Hm, Eiswürfel. Lecker. Verdammt. Okay, sieht auf den ersten Blick ziemlich erbärmlich aus. So. Kann ich irgendwas nehmen? Akt über Blaubart. Bluebeard File. Hm, und? Ich habe das nie vertraut. Neuer Eintrag im Märchenbuch freigeschaltet. Haben wir noch was drin? Chinesisch? Ich habe auch Bock auf Chinesisch gerade. Vielleicht bestelle ich gleich was, aber... Zurück zum Spiel. Ja, komm. Fenster ist offen, dann webel mal ein bisschen die Luft rum. Du sollst helfen. Was ist das hier für ein Schwein? Ne. Colin. Aber das sind doch Fabelwesen. Vielleicht ist es ja sein Mitbewohner, oder so. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht, deswegen bin ich immer so überrascht jetzt gerade, was hier los ist. Fabelwesen und so Zeugs. Oh. Hey, Big B. Ich bin in deinem Schiff, hm? Ja. Ich bin zufrieden, Colin. Es ist ein langer Tag. Der hat doch voll die Falten auf der Stirn. Ich bin voll überrascht bis jetzt, wegen den Fabelwesen da mal. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Kauf dir doch auch ne Couch, Colin. Got a smoke? Haha, der raucht auch noch. Colin, ich habe gedacht, du hast aufgehört. Was ist los? Dankeschön. Ein paar Tausend mehr davon, dann werden wir sogar auf dem Haus, das du mir verdienst. Das muss aufhören. Du kannst nicht so aus dem Pfarrer rausgehen. Der frische Luft und Sonneflug, den sie dir aufhören, ist Buhlsch. Ich habe nicht aus den Hohenlands gelesen, um in ein paar Präsenz zu kommen, okay? Du kannst mich da zurück, Bigby. Du wirst nicht wissen, was es ist, okay? Du hast nicht da. Komm schon. Das ist ein bisschen dramatisch. Das für mich? Nein. Das Haus hat sich nicht aufhören, Bigby. Das ist alles, was ich sagen. Du mit dem, was du will. Ich sage nicht, dass es genug ist, dass ich mich definitiv haben, nicht aufhören. Aber, äh... Es würde mir helfen, dass es etwas der Schmerz, die du mir gemacht hast. Ja? Es würde mir auch allen zeigen, wie anders du bist jetzt. Das ist gut. Ich nehme alles her. Das ist das, warum alle dich dich magst. So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. Huh? But, uh, no. Hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair. But it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables. Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Okay, fables heißt auf deutsch fabelwesen. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. This middle? I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Boy, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Keep him talking. I haven't slept in two days. I went out of second story window and I want to get in two seconds a shut eye before I... Look. If I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, alright. Probably. Nimm den scheiß drink. Aber vielleicht rastet er aus, wenn er was trinkt. Keine Ahnung. Dankeschön, Bigby. Danke, Bigby. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Bigby. Snow? Komm mit mir. Snow? Snow. Snow. What? What? Red mit mir. Sorry, I'm... What is it? Just... Slow down. No, keep up. We need to... Who is this? Hello. Good morning. Or evening. Yeah. Who is this? These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Okay. Snow. Is this my ex-frau? Ein Wolf im Sheriff's Kostüm. Torpäe. What's in here? What's in here? What's in here? What's in here? Is this my jacket? Security. Security. Shit atrofe. Ne. No. You... You... You this girl? Is... She's not a... Monday. Right? Who was she? I thought... I knew everyone in Fable Town. She looks familiar. I... Can't place her, though. I don't know, man. I feel like there's something you're not telling me. What do I say? What do I say? What do I say? I don't think anything yet? I don't think anything yet. Just... Give me a second. It's just... Terrible. So, did you see anyone else? No. No one. No cabs? No voices? Mondays? Maybe, but... No. I don't think so. I would remember. Okay. Big P. Big P. Did one of... Us... Do this? There hasn't been a murder in Fable Town in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Well, have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. What? What is it? It's... Her Ribbon. There's... Some kind of symbol here. Hmm. I don't recognize it. Neither do I. Strange cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. Hmm. Und was ist, wenn es die Axt war? She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. Hmm. What kind of monster would do this? Ich weiß es nicht, Snow. Ich muss es herausfinden. Ich weiß es nicht, Snow. Ich muss es herausfinden. Ich muss es herausfinden. Ich will einfach nur schlafen. We still have some time. I should keep investigating the area. Okay. Good idea. Schauen wir uns um. So. Is hier was? Irgendwas. Ich will doch gerne mal den Rasen betreten, nur weil da steht, dass ich hier nicht betreten darf. Ah. Gib mich. Nobody there. Ihr guckt doch auch nach Beweisen oder sowas. Ich kann mir den Ring nicht genau anschauen. Das Symbol sieht komisch aus. Geh mir mal nach hinten. Kann ich da irgendwo hin? Okay, lauf mal weiter. Geh mal weiter. Okay, hier kann ich nichts sehen. Wenn ich hochgegucke. Kann ich hochschauen. Da ist nichts Besonderes. Okay. Was mit der Frau? You all right? Yes. Thanks. But you should hurry. We don't have much time left. We should head back inside soon. Okay. Geh mal so rum. Ist hier was Besonderes? Was haben wir denn hier? Eine Blutspur. Blood. Drops of Blood. I'd say it's been here. An hour maybe. Okay, also noch flüssig. Geh mal weiter. Stofffetzen. No signs that it's been here long. Heb mal auf. Fabric. Looks like jeans. Doesn't tell me much. What's have we here? What's is there? What's in there? Ah, there on the back is also blood. Just some loose trash. Aber was haben wir denn hier? Yep. More blood. Someone might have hopped the fence. Got caught. Then let the trail I found earlier. Und hat den Kopf abgesetzt. Blood. Still wet. Sharp enough. Ist da noch was? Sicher, dass mit dem Müller immer nichts am Hut ist? Surprised. The garbage men can even find their way here. Okay, gehen wir mal zurück. Ist hier irgendwas? Zeigen wir jemanden Stofffetzen. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just... Hurry up. We don't have much time. We should... Move her. Before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? How did this happen? This is in the Portraft. This is a message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but... Just what about this makes you think that? Whoever did this isn't exactly hiding it. The placement of the head? It's exact. Purposeful. She was placed here precisely for us to find. All of us. Well... Yes. I guess you're right. The killer wanted us to know what they had done. Hmm. Da noch sie. I'm gonna have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway. So we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like him, but... He's our boss. This is part of the job. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds... Reasonable, but... I don't know. I'll think about it. I just don't want him interfering. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Swinehart. Schwed... Schweineherz. Der lange Abschied. Trophäe erhalten. What, are you blind? Why, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. And what great work you do, sheriff? Hmm, that didn't feel very genuine. Fucker. It's Elba. Excuse me of impropriation. Yes, I see. I, I... Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Who else is to blame if not you? If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Your failure to do so costs someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. Bluebeard came to mind. It's his M.O. It's shaky, but... Don't be absurd. Bluebeard is out of the country as we speak. So don't even think about accusing him of such a treacherous affair. If all you're operating off of is ancient history, we're all in much more trouble than I imagined. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? What? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Is it also Mr. Burns? Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. Fuck you. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Mr. Burns. You would have just pissed him off more. Yeah. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say it, told you so. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. Get our ducks in a row. Naja, du lernst noch. Oh. Crane doesn't like people smoking and... Ach, wer interessiert. Zünds an. Never mind. Smoke away. Was war'n das mit dem Wein? Wine to a massage? Probably a gift. The weird part of that is that he's actually being nice to someone. I know I bought that damn bottle. Was'n das denn? Is... Is he gone? Yes, thankfully. Was'n das denn da? Drinking this early? Where did you get that? It was by Mr. Rickobods' desk. Ben, don't you think it probably belongs to him? Maybe. Komisch. Was ist das für'n Ding, alle? Was bist du? Was bist du? Was war'n noch... Da noch dieser Bart. Ist er jetzt ein Freund oder ein Feind oder ist er ein Depp oder ist er ein Vogel? Fine, Bufkin. Thanks for asking. Bufkin, get the books. Get the books. The ones with all the Fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Wie der eben gelächelt hat. Der hat auch so'n Ziegelbart. Ja, schauen wir mal. Okay. Magiklamps sind ziemlich einfach nur Lampen, nachdem die Genie war'n frei. Kann ich da was nehmen? Wird es versuchen. Kommt kein Genie aus. Der magische Spiegel. Kann ich mit dem reden? Geht doch. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und was ist mit Snow? Snow White ist ja da, aber Schneeweiß. Schneeweiß. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Okay, was ist mit Bufkin? Show me Bufkin. Hey! Put down the bottle and get to work. Still looking! Alki. Alki-Affel. Und jetzt der Holzfäller. Show me the Woodsman. Where is he? What you see is complete. The Woodsman stumbles down the street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Zeig mir nochmal den Holzfäller. Show me the Woodsman. Okay, der ist besoffen. Oder der Schmerzen vom Kopf. Wegen der Axt. Okay. Fertig. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Okay. Ah, da hat wohl jemand seine Arbeit gemacht. Ach. Kannst du auch nicht anarbeiten? Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Okay. Affe Zippel. Okay. Geh mich woanders hin. Was kann ich hier noch mir anschauen? Was ist das für Riesen? Nasson. Beschimmel laufen noch. Beschimmel ist es gar kein Nasson, sondern irgendein, sondern der, keine Ahnung, irgend so ein Chef hier. Hier kann ich irgendwo noch rumlaufen oder sowas. Oh, was haben wir denn hier? Ein Tarot-Deck. Will mir jemand Karten legen? Tarot-Karten. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then? Or what he did to get them. Und nehmen sie mal mit. Strength. I guess it comes in all forms. Ich steck sie ein. Und was kann ich hier noch sehen? Ein Märchenbuch. Das, wovon wir die ganze Zeit oben rechts geredet wird. Irgendwas wird ja immer eingetragen. Wir beginnen mit diesen. Any information on Fables in our community will be somewhere in diesen Büchern. Beast. Beast. Colin and his brothers. Colin. Ach so, alles was bei mir passiert kommt in das Märchenbuch rein. First Colin, now me. I thought you were good at this. Haven't seen him in a while. And that's how you looked when we met. Remember? Yeah. Krass. I remember. Hier ist der Holzfäller. And him. The Woodsman? Yep. And his axe. Das ist das Mädchen. Yeah, the two of them. I wonder what the story was. Und wer ist das? Beauty. Ah. Und das Schloss hier? Wer ist das? Okay, dann schau. Okay, dann schau. Ah, great. What? I can't read any of this shit. I can help. Ja, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Bufkin, translate. Hmm. An exquisite design from the Good China of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Okay, let's have a look. Ah, da ist noch der Ring. This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Allelairo? I'll go look it up. Allelairo? That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl. Also known as donkey skin. Also known as Ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic. Bufkin, we don't need the commentary. The story of donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh. His daughter, Faith. Hmm. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Okay. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Ja, bitte. Please. Disseased, oh man. Die arme. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. Auf jeden Fall. You think he did it? Nothing would surprise me at this point. We can't rule him out. Faith. Ich werde deinen Tod... ...reschen. Nee, komm. Raus hier. Obwohl, lass mal kurz vorne das auch nachschauen. Was gibt's noch? Ah, da ist ein Holzfelder. Warte mal. This looks familiar. Yes. From the acts of the woodsman, a druid blessing actually. Someone blessed that thing. I only translate. Ja, komm. Da nervt mich der Matto. Affe-Kopf. Blöde Affe, du. Däggst du mir irgendwie sympathisch dafür? So. Okay, was kann ich hier noch machen? Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Okay, ich rede nochmal mit dem Spiegel. Vielleicht kann ich schon einen Mann finden. Blah, 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 blah about this fable. Of which fable do you wish to know? Mit Prinz von Lawrence. Er ist ein Prinz, ich denke. Schau mir Prinz Lawrence. Oh. Was hat er auch tot? Hey, da ist Blut. Woher ist das? Wo ist das? Wo ist das? Weißt du, wo Prinz Lawrence lebt? Wenn er ein Prinz ist, ist er wahrscheinlich in den Südenbronchen. Yellow building, red window shutters. Red frames. Ja, das ist derjenige. Ich kann uns da hinnehmen. Ja, mach das. Und was ist mit dem Vater? Schau mir Faiths Vater. Der alte König. Der besteht ja nur noch aus Knochen. Ja, der ist tot. Und Faith, der Körper? Schau mir. Schau mir Faiths. Durch powerful magic her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. Hä? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Hä? Nobody right now. Anything we can use? Yeah. That'll have to do for now. Come on. We're going over there. Sorry. I have to get that. Hello, Woodland's business office. Yes, I... He is. Hold on. Bigby. It's for you. Hallo? Bigby. It's me, Toad. You there? What do you want? Bigby. Shit. Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the Westman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait. Hang on. Oi. Shit. Hey. What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know. I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search your apartment. Toad might have to wait. I mean, that has to do something. Whenever you're ready. Okay, then let's go. All right. All right. See you next time. See you next time. See you next time. Ladies first. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know. It's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help, too. Well, where to first? Bigby! Shit, listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. I'm going to Toad. Maybe it's something to do with something. I can then bring the mirror again to Lawrence. I'm going to Toad. I need to help him. Toad sounds like he needs help right now. We can check in on Prince Lawrence after. Okay. I'm not looking forward to breaking the news to him anyway. Okay. Machen wir uns auf was gefasst. Trophäe erhalten. Der Frosch oder der Prinz? Wir sind jetzt im Apartment des Holzfällers. Früher worden. Wir sind jetzt im Apartment des Holzfällers. Und wir sind jetzt im Apartment des Holzfällers. Ihr habt euch einen wirklichen Schuss gemacht. Ja. Es sieht weniger als der Tag. Voll selten doch. Und Toads. Ist jemand da drin? Hey! Hey! Wait hier. Irgendwo ist er. Shit. Hätte ich lieber nicht rufen sollen, oder? Niemand hier. Was gibt's hier noch? Großes Loch an der Wand. Was gibt's hier noch? Gibt's hier noch was zu betrachten? Ein Eimer. Was haben wir hier? Kann ich nichts anklicken? Ist hier noch was? Graffiti. Vorher ich runtergehe, schaue ich nochmal. Bisschen genauer. Ah, hier haben wir noch was. Woodsman hat nie viel zu lesen. Ein Buch ist da zumindest. Und ne Zeitung. Wahrscheinlich hat er auch Videotext gelesen. Teletext. So. Gehen wir mal weiter. Warum weint jetzt Toads Tochter? Ich klär das noch schnell. Wart noch kurz. Was ist das, was ist der Son? Toads? Ich denke. Ach so, es ist all. Bein da drin, okay? Okay. Ja natürlich sind wir wegen dir gekommen. Verarsch mich nicht. Kleiner Frosch du lügst. Und warum wend er? Ich hab's gesehen. 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 Aber... Okay, relax. Ich werde hier aus. Ich will nur ein paar Dinge aus. Okay, okay. Ich will nicht mehr deine Zeit. Och. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Höchst ich. Mit Bremsk. Äh. Cool. Können wir dich um den Kleidern machen? Schauen wir mal jetzt. Was ist das hier? Warum ist jetzt der Trümmer? Klar. Na ja. Toad. Was kann ich denn noch machen? Oh, ach, hier ist auch noch eine kaputte Klinker, als hätte jemand die Tür eingetreten. Okay, schauen wir mal weiter. Hä, warum guckt er so komisch? Snow ist jetzt mit dem Kleinen. Wir schauen uns hier nochmal um. Was ist hier auf dem Tisch? Ein Staubring. Das ist ein Oktagon. Ein Achteck. Genau da, wo die Lampe, hat auch ein Achteck. Als Tischbein. Achteckige Abtrockmann. Warum legst du mich an, du Frosch? Warte, lass das mal nochmal runtergehen. Was haben wir hier? Ein Blutfleck. Blöd. Ich bin sicher, Juniors mucked the walls up as well with the gunk those toys carry. You bleeding? Why? Es ist blood. Still fresh. Oh, well, I'll cut my end. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. Sounds painful. Es ist ja bewiesen, dass Frösche, wenn sie Wunden haben, dass sie schneller heilen. Das war jetzt eine Anspielung. Ein Schnürhaken. Mit Blut dran. Oh, der Lüftiger hat sich so. Okay, Sheriff. Now what? Wait, you dropped it on your foot? You told me before that you cut your hand. Yeah, no, I did cut my end. I cut my end first, and that made me drop the damn thing on my foot. Ruined is flip of events, really. And fast to hear. Okay, Wolf. Oh my God, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Why don't you believe me? Der hat einmal in die Rübe gehauen, und danach kam's Blut. I mean, things happened, you know. Irgendjemand wurde angegriffen. This apartment's a goddamn mess, Toad. Looks like after a struggle, or a fight. And I don't know why you cover for it, but I know you're lying about something. But I'm not... And you're just gonna make it worse for yourself the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Okay. Okay, was gibt's hier noch? Toad, du kleiner Lügner. Aber okay, was ist hier? Nee, Snow. Die kommt später dran. Gucken wir mal weiter. Was kann man hier noch schauen? Schauen wir mal aus dem Fenster. Hier sind keine Fehler. Ah, hier sind Kratzer. Äh, Wolfskratzer vielleicht? Mach mal auf. Ja, ich schau mal durch. Kratzspuren. Was kann ich hier noch? Mach mal auf. Hast du keine Ersatzschlüssel? You don't have spares. Separate key under the mat or something. In this neighborhood? Are you off your rocker? If it ain't chained to me billful, the mungie rats will take it away as soon as they catch a starlet twinkle. Bigby, come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon. Just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this. They're sniffing around it, me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please, please, just bugger off? Not yet. Not yet? No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In me own bloody home. It's not seemly. When? When I say so, Toad. Well, I've told you the truth, mate. Jesus Christ, what more do you want? Toad, these stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You want to tell me what's going on? She doesn't think much of me. I don't think. Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Mr. Toad, you're bleeding. Talk just a bit. What's going on? It was that. Butcher, a tweedu, Damodhi. You've got to strip them down to their Johnny's, before you can tell which is which. He's come bulging in, screaming about something the woodsman had. I thought he had. I don't know. He tore up the place. Beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a whole morning, I could tell you that. What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if would have this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. Nah. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Uh, sometimes? Borrows? I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. I merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next to kin, family, anyone. Alright. Fetch him the fur. Find a bit of dress for these. Oh, that's not my pelz. Mantle. What the fuck? There's a notiz. It's an envelope. Fuckin' hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or... Mach ihn auf. Don't make it a dilemma. I'm sorry, Faith. What could she have been sorry for? I don't know. Maybe Lawrence does. Well, it's been quite a surprising day for all of us, isn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. It was very nice talking to you, TJ. TJ. Thanks. Uh, see ya. Der ist ja noch im Wachstum, der TJ. Okay. Nächste Station. Prinz Lawrence, oder? Erstmal noch eine Flugbahn senden. Does it always go that smoothly? Not often. So, the Prinz is now? Lawrence is now. Yep. Yeah. It's our best lead. Our only lead, really. Bis jetzt leider, yeah. That way. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Yup. Just humor me. We're here to question Lawrence. Plug him up on the suspect list, and we'll cross him off entirely. Okay. What is it? I just... I just don't think he did it. In cases like these, isn't it usually the husband? For Mondays maybe, but this is different. Ich verdächtige ihn nicht. Ich muss aber alles herausfinden. Ausschließen kann ich ihn auch nicht. Ist hier irgendwas? Was ist... Wart mal. Betrachten wir erstmal das Fenster. Da liegt jemand auf dem Boden. Kannst du mich hören? Hopp. Da freu ich mich hier. Hallo? Kannst du mich hören? Don't just peep into someone's house. Check his home. Haut mal auf. Einfach her. Irgendwas stimmt hier nicht. Und es stinkt. Snow, das war ich. Ich hab meinen fahren lassen und den mitgezogen. Du bist in meiner Ding. Du bist in meiner Fahrtlinie rein. Oh oh. Das ist wohl der Prinz. Er ist eine Verschwörung am Stecken. Eine Verschwörung am Stecken. Was ist das? Der lebt noch. Geh Dr. Swinehart. Ich bleibe mit dir. Nein! Nein! Lass mich gehen. Was ist es, was du uns erzählst? Bigby, Wasser. Kuchen. Komm, geh schnell rein. Hopp, schnell, schnell. Da ist ein Waschbecken. Die Einstellung hängt gerade total. Hopp. Gib ihm Wasser. Lawrence, das wird dir gut tun. Trink. Trink. If you have something to ask him, you should do it now. Who did this to you? Faith. Hä? Ich glaube, egal was ich gefragt hätte, er hätte Armene Faith gesagt, weil er so an sie gedacht hat. Oder war sie es? Was hat das so bedeuten, Snow? Do you still have that letter? Yes. It's only two words, but he died without seeing them. I'm sorry. We need to figure out what happened here and find whoever did this. Ruh in Frieden, Lawrence. Was ist hier los? Was für eine Verschwörung geht hier ab? Hast du was gefunden, Snow? Einschusslöcher. Hat er es getan? Hat er es nicht selbst erschossen? Nimm die Kugel raus. Kann man ja nochmal untersuchen später. Ist da jetzt was im Loch drin? Nope. Okay. Und was ist mit dem Bild? Glückliches Paar. Okay, was ist hier? Blut. Ist es sein Blut? Strang. Hard edge to this pool, like... Something was here and got moved. Hmm. Okay. Mach mal auf. Öffne das Clubbed. Okay. Jetzt passt's. Was ist das? Ich habe Notiz. Okay. Hm. Was meinte er, mit ihr nicht wehtun wollen? Physisch oder psychisch? Ja, schon. Solange sie glücklich sind am Ende, hoffen wir mal, dass es die jetzt zusammen sind. Was ist hier für ein Messer? Stimmt, ja, stimmt. Es ist das Messer, mit dem der Kopf von Faith abgehackt wurde. Vielleicht. Und? Was kannst du sagen? Pistole. Schmauchspur. Der Wolf hat eine gute Nase. Er nimmt auch mit Handschuhen oder irgendwas. Oh, hier ist sogar eine Hülse. Da ist auch Blut auf der Couch. Hm, gibt's hier noch was? Pillen. Schlaftabletten. Und der Methilator? Okay, ich glaube, ich habe hier alles, wenn ich nichts übersehen habe. Schauen wir uns noch mal Lawrence an. Achso, nee, vergiss es. Zurück. Okay. Irgendwas muss es hier noch geben. Bücherschrank. Äh, Wikipedia sei Dank. Das Schrank. Das Schrank hier, warte mal. Ah! Ist er nicht voller Schrocken? Voller Schrocken, Alter. Krass, hat er mich erschrocken. Hey, stopp! Leave me alone! Mach mal langsam, Dickerchen. Komm schon, schneller! Nein, nein, hier! Hier. Die 3 hat gewackelt, deswegen. Komm schon. Oh! Ich habe doch gedrückt, Mann. Boah, krass. Hey! Ease up, Bigby. We're on the same side here. You... Son of a bitch. Make me run after you. Why... Did you run? Oder weggerollt, er gesagt. What? Why did you run? Fuck, man! Because you chased after me! The fuck was I supposed to do? Slabberstuh! A man's dead. I know how it looks, but I had nothing to do with that. Come on. I'm bringing you in. What? Why? Questioning. Look, I was just asking him about the girl. That's all. When I mentioned her being dead, he freaked out. I figured someone had told him. How was I supposed to know? Shit. Fuck, I shot himself right in front of me. I couldn't stop him, man. You're looking for the woodsman, right? I know where he is. My guy says he's holed up at the Trip Trap. We can go over there right now. The both of us. My employer's looking to ask him a few questions, too. Where bist du? Who are you exactly? I'm Dee, and I'm a private investigator. There's a business card in my shirt pocket. You can see for yourself. Can I give him another one or so? Maloney's. This is for a sandwich shop. Really? Huh. Must have run out. Who hired you? I can't tell you that. It's confidential. Sorry. Sure you understand. Nee. Can't say that I do. Come on. You're coming with me. This could have been easy. Oh, don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Hä? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you to... No, I'm Dee. He's dumb. Hä? Alla so... Was... Was ist das jetzt hier? You almost looked peaceful. Snow. Schön, dich zu sehen. Except you're lying in a dirty alley. Yeah. Yeah. It's like a open wound on the back of your head. Yeah. It's like a relaxer. It's like a wound on the back of your head. What do I say, man? Where'd they go? Well, after the one guy hit you and the other one finished kicking you. What? That explains the ribs. Then they jumped into a car and drove off. Come on. Get up. Yes, we're out of options. You mentioned the trip trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. Okay. Not done. Don't get a drink. Don't get a drink. Trophäe. Hold on. Hey! Every time I think I'm getting a handle on what's going on. Things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. Woodsman is the only lead we've got. Und er war eine der letzten Menschen, die zu sehen, dass Faith alive ist. Er wird ein paar Antworten aus ihm beginnen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Bigby? Sei ehrlich mit mir. Wer hat das gemacht? Ich weiß, dass es noch früh ist, aber... ... ich fühle mich einfach ein Schritt nach hinten. Das ist eine unheimliche Gefühl. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er zu älter? Danke für deine Hilfe, Slow. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und gute Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass du eine gute Arbeit machst. Ich dachte, du solltest du das wissen. Danke. Danke. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und? Es ist nichts. Ich habe nur... Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Ich weiß es nicht. Wie ich dachte es wäre. Aber Crane geht es seinen eigenen Weg. Du machst es dein Bestes. Du machst es dein Bestes. Das ist alles, was jemand tun kann. Obviamente, du wirst nicht wissen, was ich jeden Tag mache. Jetzt bin ich der Gartenkarte. Und sicher, dass sich keine von diesen Garten nicht verabschieden sind. Und wie er sagt es, was erinnere sich Zeit verabschiedet. Du wirst es. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Es ist nur ein kaputtes System. Die Fables, die in die dritte Tür, wie Bluebeard, haben wir für sie alle Zeit in der Welt. Du kommst nach der dritte Tür, durch die richtige Netz, für die Fragen, und für was zu helfen. Well, I turned you away. So is this later. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Maybe this isn't for me. I thought public service was pure. A way to help. You should stick it out. There are Fables that would give up a lot to be in the position you're in and I think it's easier to change something from the inside. You're telling me change comes from within. Uh, sure. Not the advice I imagined hearing from you. I'm full of surprises. Oh yeah. Trip Trap. There is it. Maybe you should handle this one. Ich kümmere mich darum. Yeah. Maybe I should. Bigby. Ja? Bitte? I... Just... Be careful. Please. To all. The same goes for you. I will. Snow and Dwarf. 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 Die Trip Trap Bar. Die Prongs. Ein gelber Ventilator. Und Wolf tritt ein. Like a boss. Wen haben wir denn hier? Ach, Scarface ist auch da. What do you want, Sheriff? Ich hab ein paar Fragen. Ich bin in der Näheberhut. Ich dachte, ich würde mich in und sagen, hallo. Na ja, hallo. Jetzt kannst du weg von hier raus. Schau. Ich werde nicht mehr fragen, wo er jetzt ist, okay? Ich will nur wissen, dass er letzte Mal hier war. Das ist alles. Wer? Ich bin nett, also versuch's. Also versuch's. Er hat nicht hier seit ein paar Wochen. Nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ja, er hat nicht hier in ein paar Zeit, wenn er hier überhaupt nicht hier ist. Das... ich weiß nicht. Hm. Du triffst deine eigenen Entscheidungen. Don't let him tell you what to do. You're your own woman. Well, this is me talking, Bigby. Fuck off. Hm. Du machst es mir nicht einfach, Baby. Dann muss ich eine andere Tour schieben. Und was ist mit Cran? Come on. Have you seen the woodsman around? I don't know who that is. Big guy? Beard? Flannel? Kind of a shitbag? Hard to mess, sir. You sure you don't know him? Würde ein Drink helfen? How about I buy you a drink? How about you keep your drink? Good piss off. Hm. Na gut. Dann schauen wir mal. Erst schauen wir uns hier um, danach hocken wir uns hin und reden. Zigarettenautomat? Wir holen mal ne Packung. Damn. Hat er nicht mal mehr Kleingeld? Eingelegte Eier. Ist es echt oder ist es wirklich nur im Fernsehen, Film und Fernsehen oder was weiß ich? Diese eingelegten Eier. Wer isst sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie sind. Ich weiß nicht, was sie sind. Ich versuche einfach zu finden, warum jemand das essen würde. Ich weiß nicht. Der fragt das gleiche. Ist doch eklig. Was haben wir denn hier? Eine Tafel. Wer ist die dritte Person? Wer ist die dritte Person? Diese uns nicht sicher noch? Frag mal. H. war er hier beziehungsweise ist er hier hier kann ich nichts machen was steht hier drink eat fight trinke esse kämpfe ganz kurz schauen wir jetzt noch mal cash only die nehmen nur bargeld ich habe kein geld dabei habe ich ja vorhin bemerkt das ist ein streichholzbrief man sieht es ja alles durchgestrichen und von wem ist dieses halblecher glas was verschweigt die mir da ist er doch anscheinend ziemlich guter freund wenn er auf der wenn er auf der wand hängt mach nicht so aber auf der wand hängt er ein riesen halbleeres glas ja genau hock dich mal hin ich will nicht schreien müssen nur einer neben dir genau so sieht es aus customers plural klar klar Ich glaube, sie haben ein paar von der Bar auf der Straße. Abgefuckter Typ. Ja, der war nicht schlecht. Ich musste auch lachen. Hilf mir, dir zu helfen. Aber ganz ehrlich, ich verliere langsam die Geduld. Oh, oh. Und, wer ist es? Trommelwirbel. Komm raus. Komm raus. Der Holzfäller. Jackpot. Der bleibt ruhig. Mit seiner Kopfwunde. Einfach nur ein Pflaster draufgeklebt. Kleiner oder groß. Nummer 1 oder Nummer 2? Für deine Sache. Ich hoffe, es war 2. Otherwise, du bist wahrscheinlich in deinen Pantlen. Der war. Du und ich haben es seit hunderten Jahren geredet. Ich bin durch die Kampf. Dann sind wir schon mal 2. Na gut, Woody. Das macht uns 2. 2 von uns. Hier im Glück. Ich habe entschieden, mich auf die Seine zu verändern. Was ist? Es ist ein langer Tag gewesen. Lass mich nicht jetzt mich auch noch um dich umkümmern. Schau. Es ist ein langer fucking Tag. Und ich beginne, mich ein bisschen kranker zu werden. Ich habe Fragen. Und ich werde nicht ohne Antworten verlassen. Vielleicht, er will nicht mit dir sprechen. Warum lassen wir ihn mir das erzählen? Genau das soll er mir selbst sagen. Was willst du überhaupt? Okay, Gran. Und ich kümmere mich später. Gran! Es ist lustig. Nur ein Minute vorhin. Keiner weiß, wer du bist. Ja. Nun. Jeder weiß dich. Ein großer, schade Wolf. Ich bin der schade Typ und du bist der Sheriff. Welche fucking Welt ist das? Und mach das Beste draus. Ich bin nicht genau so gut mit ihm. Aber hey, du spielst die Hand, die du gehalten hast. Aber einige Leute sind verpflichtet, mit Sch*** spielen. Das ist eine schöne Bildung. Ich glaube, du willst über die Mädchen wissen. Amongst andere Dinge, sicher. Ich bin nicht so gut mit ihm. Ich bin nicht so gut mit ihm. Aber sie hatte Geld. Ich war sicher. Und sie würde nicht mit einem solchen Kampf nehmen. Ich werde sie robben. Und die Nacht ich endlich auf den Nerv zu machen, da bist du. Du bist für mich. Du warst nur in den falschen Ort, bei der falschen Zeit. Ich war nicht da, um sie zu retten. Was sagst du genau? Red Riding Hood, unsere Grandmother. Ich war da, um sie zu retten. Aber wenn ich aufstehe, du warst schon da. Lied auf dem Bett. Ich habe sie nur geholfen, weil ich dachte, sie könnte mir eine Reaktion geben. Aber sie hat mir nicht geholfen. Nur ein paar Leute denken, ich bin etwas nicht. Ich spiele so lange wie ich konnte. Aber die einzige, die ich aus dem Bett hatte war, war eine freie Drink. Every now and again. Wasst du es? Das war gut. Das war gut. Du hast es? Was? Was? Die Frau, die du anstattest? Nein, 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 nein. Ich war hier. Ich versuche... Es ist gut, wenn eine Frau, die du gerade auf dem Bett war. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot? Bigby, hör auf. Ich bin ein Schein, okay? Ich weiß das. Ich habe das. Ich habe das, Frau. Ich habe... Ich sollte nicht, aber... Ich habe sie nicht geholfen. Sie glauben, nicht wahr? Sie werden mich aufstehen, Bigby. Wie du sagst, sieht es so schlecht aus. Es sieht wirklich schlecht aus. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Das ist die Wahrheit, Sheriff. Du hast es gesehen? Bigby, bitte. Du kannst nicht. Sie werden mich auf die Wischen. Das ist das, was sie machen. Und ich habe es nicht getan. Du wirst das. Das wissen Sie. Was ist das? Ich bin ja auch ein Wolf, oder? Natürlich schnüffel ich rup. Nix über Snow White, hast du mich verstanden? Das ist alles, was du hast? Es scheint es genug zu sein. Es ist nicht so sicher. Oh, gut. Oh, gut. Oh! 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 Sehr gut. Boom. Er verwandelt sich doch jetzt in den Wolf, Mann. Ich weiß, dass er das kann. 100 Wolf verwandelt er nicht. Komm schon. Keine Chance. Verwandelt er sich jetzt. Mach mich nicht wütend. Ich weiß, dass er das ist. Ich weiß, dass er das ist. Ich weiß, dass er das ist. Oh He's had enough Er muss lernen I'm the lapdog, huh? Here, fetch Hol das Steckchen You fucking monster Ja, das bin ich Mach keinen Scheiß mit mir, habt ihr mich verstanden? Ich bin ein Wolf Geht aufs Haus Die ganze Flasche Double Hau weg die Scheiße uma Oh Hau Oh Schrapp Es ist nicht so wie du es würden für das Oh 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 Wenn du dich wirst. Ist das der Fall der Behandlung, die ich erwartet, wenn ich mich verletze? Wenn du dich wirst. Nein. Wenn du ruhig bist, wird du mit Respekt behandelt. Aber wenn du dich verletzt, dass du die Frau verletzt hast, dann... du weißt, was das bedeutet. Okay. Ich habe 100 Dollar für den ersten Mann, der mir etwas über eine Mädels Namen erzählt hat. Da ist wohl der Nächste jetzt. Verwandle dich sofort, alle. Reiß ihm den Kopf ab, alle. Okay, wer nehme ich? Ich nehme den Detektiv, Mann. Fuck, Mann! Das ist nicht notwendig. Shit. Er ist der, den du willst, nicht ich! Okay? Dein Bruder wird dich dieses Mal schützen. Komm schon, du bist unter Arrest. Ich sagte dir, ich habe es nicht getan. Und du hast nichts, was zu beschäftigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haben wir einen von den beiden Zwillingen. Und wo ist der andere? Hast du mich verstanden? Ja. Was ist passiert? Nee. Da ist Biest? Da ist Biest? Okay, da ist wohl ein furchtbarer Mord passiert. Aber was ist genau passiert? Aber was ist genau passiert? Wen hat es getroffen? Nein. Nee. 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 Leichter Schneefall. Das nächste Mal bei Durf. Das nächste Mal bei Durf. Das war's. 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 Wir müssen uns das auf dem Lied hervorfallin. Wenn du nicht es aufwartenと思います, ich will will find jemanden. Ich will herausfinden, wo er jetzt ist. Ich weiß, dass er da ist. Du musst sie sehen. Du musst sie sehen. Wir sind die beiden vorhören. Wattest du nicht sagen? Es istssich. Vielleicht bist du einfach nicht zu verleten. Wir können das alles. Wie bist du an? Freund auf Freund, am Ende des Endes. Jesus Christ, Bigby. Ist das du? Mann, Mann, Mann. Snow is tot. Schauen wir uns mal die Spielentscheidung an. Ich und 84,5% der Spieler haben veräuftes Geld gegeben. Ah, okay. Hast du, Beast, die Wahrheit über Bellen gesagt? Okay, ich bin einer von 59%, die gelogen haben und gesagt haben, dass sie Bellen nicht gesehen haben. Wo bist du zuerst hingegangen? 69,2%, zu denen ich auch gehöre, sind zuerst tot gegangen. Okay, auch die Mehrheit. Was ist mit Prince Lawrence passiert? Ich habe nicht verhindert, dass er stirbt. Also, ja, was soll ich machen? Ich bin hier zu tot gegangen, deswegen. Und was ist hier los? Wer ist dein Hauptverdächtiger? Ich und 22,6% haben den Zuhälter beschuldigt. Ja gut, ich sehe jetzt hier im Bild diesen Zuhälter angeblich, aber in der ersten Episode habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Aber jetzt im Trailer zur zweiten Episode wird er dann vorkommen. Ich weiß nicht, ob er es ist. Keine Ahnung. Ich habe halt irgendeinen ausgewählt. Ich weiß nicht, ob es der Holzfäller ist. Kein Plan. Die Zwillinge, keine Ahnung. Wer ist nochmal der ganz unten rechts? Boah, ist alles noch komisch. Vielleicht ist es überhaupt noch ein anderer. Kann auch sein. Und was gibt es noch? Wen habe ich verhaftet? Ich war 68,7% zu denen ich gehöre, haben Tweedle D verhaftet. Okay, bleiben wir mal bei D. Und das war es mit der ersten Episode. In der zweiten Episode geht es weiter. Macht's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu Du Wolf Among Us. Weiter geht es mit Episode 2. Schall und Rauch. Los geht's. Viel Spaß. Mr. Toad? Do something, Bigby. Before he completely plays. Woah, 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 hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid coo- You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. It's not what you might be thinking. Have you seen my wife? No. Have you seen Beauty? Nope. Haven't seen her. Come with me. No. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. No. I'm D. He's dumb. But he said if Wood of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my poor. I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels and, uh, they're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. Alright. I got a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about a girl name. Fuck, man! This fucking lab dog. When they come sniffing around this place, the rich fucks in the woodlands need a shit down. Ain't that right, Bigby? Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Vertigo und Warner Brothers. Er kann's nicht fassen. Mr. Wolf! Er ist noch im Schock. Snow White is tot. Die Arme. You're making this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? Get so. I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'm hunky-dory. Thanks for asking. There's no need to get aggressive. I'm trying to help you. Look. I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You know, I hate to say it, but I don't think you do. Of course. You're... You're right. I can't imagine what you're going through right now. The title is a bit ungünst. This is black. What is the name of you, cops? I try to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? Hä? Warum? Alles okay? Ich bin Detective Brannigan. Ja, ich weiß. Ich habe gerade gesagt. Ist da etwas... Hörst du das? Ja. Was ist hier los? Bitte. 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 Ich bin sorry. Hörst du es. Bitte. Wir müssen jetzt gehen. Was hast du mit dir gemacht? Was hast du mit ihr gemacht? Sie wird gut. Okay. Es ist nur ein Memorie-Wipe-Spell. Sehr günstig. Aber es funktioniert. Die ganze Station wird die letzten 24 Stunden vergessen. Und alles, was sie in den Wäldern gesehen haben. Hörst du! Ein sonniger Tag. In New York. Auf dem Boden ist überall Schaffen, denn die ganzen Wolkenkratzer zersperren die Sonne. Mr. Burns. Ja, du musst korrekt sein. Bedanke dich. Danke, dass mich rauskriegen. Natürlich. Wir haben Tweedledee gefunden, zu einem Post. Das war was du, richtig? Ja. Ja. Ich weiß nicht warum du ihn verletzt hast. Die war in der Triptrappe, als Snow ist in den Wäldern, so er nicht möglich sein kann. Die Blübeer hat ihn verletzt. Die Blübeer hat ihn verletzt. Und er hat nicht gesagt, was er sinnvoll ist. Und Big B, wir müssen hier aufhören. Wir können nicht aufhören. Und die Leute sind schon über deine Hand. Es gibt zwei. Die und Dominik. Und sie haben alle Verletzungen geschaut, die ich aufhören habe. Das bedeutet nicht, dass sie in den Verletzungen involviert sind. Wer weiß. Ich weiß, was du denkst, Big B. Es ist doch nicht so kalt. Es ist schwer. 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 Ich habe mich verdrückt. Ich habe vergessen, es zu drücken. Ich will nur sicher, dass sie nicht nachher zu schauen. Das ist alles. Ich weiß nicht, was anderes zu sagen, Big B. Wir müssen uns ein Ende darauf setzen. Es waren zwei Verletzungen in so vielen Tagen. Bitte. Wenn wir nicht unsere Kulprin, und bald, wird es sicher noch ein anderer aufhören. Ich werde es getan werden. Bitte, Big B. Für Miss White. Ich habe es. Hey! Die Woodland Luxus Apartments. Trophäe erhalten. Recht auf einen Anwalt. Komm schon. Sag mir, was ich jetzt wissen will. Es wird die Dinge viel weniger schmerzhaft für dich. In Wahrheit... Oh! Habt ihr das planen, zu benutzen? Ich dachte nur, dass du wirklich liebst, deinen kleinen Schwert zu schrauben. Was glaubst du, was du machst? Hallo, Ichabod. Sheriff. Bleubeard. Ich war nur mit unserem neuen Freund. Du solltest uns warten, um zurück zu kommen. Ich habe gesagt, wenn du dich involviert hast, du machen kannst du mein Weg machen. Keine Verrückung! Was sagst du, Ichabod. Hallo, Big B. Hallo. Die Antwort ist D. Oh, Goody. Ich dachte, du wolltest Fragen. Und ich hatte so viel Probleme, zu denken, ob irgendwelche guten Dinge. Doch ich habe mich auf... Wie ist dein Kopf? Duhst du, was ich habe mitgebracht? Was sollst du damit machen, Big B? Es ist besser. Aber wir sind nicht hier, um mich zu sprechen. Snow White ist tot. Ich habe niemanden. Und ich sollte nur glauben. Du bist mit mir. Du bist mit mir, wenn es passiert ist, Dummy. Ich habe noch Fragen für dich, D. Ich habe noch Fragen für dich, D. Sounds wie ein persönlicher Problem. Das ist schrecklich. Lass ihn arbeiten. Er hat mehr Erfahrung mit solchen Dingen. So macht man das. So macht man das. Warum warst du bei Faith? Oh, Mann. Das ist wie es wird. Ja? Just tell me, was du warst in Faith's Apartment. Ich kann dir nicht sagen. Und mich überraschend, und mich überraschend, wird das nicht verändern. Mein Bruder und ich arbeiten hart. Und wir halten unsere Hörbüren. Das ist das Problem. Ich vergesst über dein Bruder. Dumb, nicht wahr? Wo war dein Bruder letzte Nacht? Was denkst du? Was denkst du? Er hat es nicht gemacht, wenn das was du sagst. Er hat ihn nicht töten. Du hast kein Recht, mich hier zu halten. Du hast keine Beweise. Gib mir meine Sachen und lass mich gehen. Was hast du gefunden, Honor? Oh, äh, nichts von Konsequenz, wirklich. Hm, Geldrolle. Nimm mal das Geld. Keep pushing him. You always carry this much cash. I don't like banks. So what? Hm. Ich glaub, er mag Geld. Ich glaub, er mag Geld. Stecken wir es mal allein schon, um ihn aufzuregen. I'm declaring attacks on uncooperative Troublemakers. What the fuck kind of a shakedown is this? You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. We'll talk about it later. Where's your brother, D? I dunno, okay? I haven't seen him since I left to go find Faiths. Since we ran into you. But he didn't kill anybody. So you leave him alone. You don't call the shots here, D. Neither do you. You were looking for Faith. For her fucking apartment. That's no secret, you saw me there. No, there's more to it. You said you were trying to find something. Yep. Rede! Alright, D. Since you never answered my first question, what did you want from Faith? I'm not telling you shit. This is bullshit! Let me go! Snow. What's that you've got? hat die Konnexion Wer ist dein Boss? Wer ist dein Boss? Komm schon, sag's. Wer schreit die Schreit? Nein, ich bin fertig. Du wirst das verdient. Die letzte Chance, Steve. Wer für dich arbeitest du? Du wirst du. Du bist ein Schuss, Bigby. Beauty war falsch. Du bist nur ein Schuss. Beauty? Du wirst ein Schuss. Oh, wir sind gut, Freunde. Das ist genug. Ich werde nicht tolerieren dieses Schuss. Du denkst, dass jemand versucht zu töten Snow zu töten? Es ist nicht wahr, dass jemand versucht, dich zu töten zu töten zu töten, indem du sie töten? Es ist deine violenten Behaviour und Inabilität zu kontrollieren, deine Natur, die das Beste macht. Wenn es nicht für dich ist... Du willst zu sprechen über Snow? Du hast ihn wie shit in deinem ganzen Karriere behandelt. Better take the blame for your incompetence. Und jetzt kannst du... Was ist passiert hier? Hä? Was? Snow? Episode 2 Schall und Rauch Der schläft mal wieder. Beste... Beste Job. Sag du es mir mal. Du lebst? Ich dachte, du bist tot, Snow. Und das macht es okay? Hä? Stimmt, du hast recht. Aber was ist passiert, hä? Ich hoffe, es war deine Zeit. Was ist passiert? Wieso lebst du? Okay. Okay, du musst du erklären, was ich noch nicht zu verstehen. Ich habe mich noch nicht zu sehen. Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Ich auch. Ich will nur auf den Boden kommen. Ich fühle mich, wie ich... Was ist das? Ich fühle mich... Ich fühle mich, wie ich mich verantwortlich fühle. Sie sah wie ich. Und vielleicht ist das, warum sie getötet wurde. Snow, es ist nicht deine Schuld. Aber sie sah wie ich. Das kann nicht so sein. Wir müssen nur wissen, wer das gemacht hat. Und warum sie so glammert war, wie ich mir sehen kann. Ich meine, das ist das, was es ist, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Das ist aber nur eine gute Idee gewesen mit dem Klima. Ja, weiter geht's. Wir machen nur was, was wir haben. Wir machen unsere Arbeit. Und ich soll es machen, was ich tun soll? Sitze in der Geschäftsordnung, schütteln meine Beine? Warten, für den großen, schütteln, um alle meine Probleme zu lösen? Weil das ist mein Job jetzt. Das ist nicht, was ich meine. Dann, was hast du gesagt? Ich habe dir gesagt, ich bin zufrieden, um zu sitzen. Ich werde nicht mehr eine Erringer für Crane sein. Ich will nur, dass du vorsichtig sein kannst. Ich habe dich fast verloren, und... Ich bin nicht deiner, um zu verlieren. Ich habe den Satz auch schon mal gehört. Ich bin sorry. So was sagt man nicht. Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich bin nicht hilfreich. Ich kann mich selbst auswählen. Ich habe es seit Jahren gemacht. TJ ist in der Mitte. Er war so erschreckt, letzte Nacht, er würde uns nicht mehr sagen. Auch jetzt, er hat sich einfach zu reden, nach einem bestimmten Punkt zu reden. Er ist aber ziemlich schockiert, so... Versuch nicht, zu 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 zu... Du weißt... Ich selbst? Ich selbst. Genau. Manchmal verstehen es Frauen echt falsch, wenn man sich Sorgen macht, echt. Trophäe erhalten, mit aller Gewalt. Okay. Wir sind jetzt im Verwaltungsbüro von Fabletown. Weiter geht's mit der Arbeit. Ich weiß nicht, ob du ihn erst zu sprechen möchtest oder später, aber lass mich wissen, wenn du bereit bist, um das Körper zu sehen. Ich... Ich will, da zu sein. Was geht ab, Affelkopp? Buffkin? Hast du einen Moment? Natürlich, Miss Snow. Der mit seinem Bart auch noch. Kann ich mir irgendwas hier anschauen? Gehen wir zu TJ. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Unserem komischen Froschvater. Oh, das ist genug. Mirror! Vanisch! Cancel! Oh, was du machst? Don't even get started with me, Sheriff! What's going on? I saw what you did down there. Is that how you treat your prisoners? I'd be lying if I said I didn't want to give Tweedledee a good smack after what he put me through. But what you did to him was way over the bloody line. You scared the shit out of me, little boy. He saw everything! Ehrlich? Tut mir leid. Okay, Mr. Toad. Now! I want an explanation. Warum hast du rumspielen hier? What did you expect to see? I thought maybe I'll catch you on the shit out. But I saw something worse, didn't I? That's enough! Mr. Toad, I deeply regret the distress that this has caused you and your son. But right now, we need to carry on with the investigation. I will be happy to speak with you about your concerns later, but you must understand how urgent this is. We need to talk to TJ. This ain't over, Bigby. TJ. It's alright. Are you ready to talk to Mr. Wolf? You don't need to be afraid to be afraid. Watch yourself, Bigby. Will you do anything to hurt me, boy? Will you do anything to hurt me, boy? It's okay. Alles okay, Kleiner? Are you okay? Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad. I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. You're okay. You're not in trouble. Just tell me what happened. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw... I... I saw the lady. It's okay, son. Lasted sight. Take your time. The lady fell in. But... But she didn't have her head on. I thought... I thought she was gonna pull me down too. Because... Because she had rocks on her feet. And she kept falling down in the dark parts. Ach was. Die Mafia. Cinderblocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. That's my job. Yeah. Part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there something else you want to say? Please. Don't be mad. What is it, TJ? I... I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to. But I was scared. And I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. You're not in trouble. Look, Ellie's not. Not this time, Toad. So you didn't stay under water? Well done. I don't know if anyone saw me, but, but someone said, stop laughing. And then I was scared and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes. Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Did you see who it was? No. Hast du die Stimme erkannt? Do you know whose voice it was? No. Hast du sonst noch was gehört? Did you hear anything else? I don't know. I don't know. Ja, okay. Lass ihn gehen. I'm sorry. After I came up again, there was no one there. And I ran home. That's all. I promise. I want to go home. Okay. Okay. You can go. Okay. Thank you, TJ. Thank you, TJ. Let's get you home. You did a good job, kid. Come on, then. Gut gemacht, Kleiner. Weiter geht's. Okay. Hauptsache, du lebst. Meinst du deine Leiche? Noch einen Moment. Ich gehe noch kurz mit dem Spiegel sprechen. In einem Moment. Wenn du bereit bist. Okay, Spatz. Bis gleich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Hey, Mirror. Hallo, Bigby. Nice to see you. Ach ja? Was hat dich tot angesehen? Was were you showing Mr. Tot and his son? Cinderella selling shoes, Rapunzel, Rose, and of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules next time. Yeah, 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 yeah. Ich will doch mal mit dir reden, Kollege. Hey, Spiegel, Junge. Was ist? Zeig mir Tweedledum. Where can I find Tweedledum? Uh, that piece of Scum. Da hopp, da. Beobachtet wahrscheinlich jemanden. Und der zeigt mir den Holzfäller. Zeig mir den Holzfäller. Denn... Das macht mein Leben einfach greller. Der ist deprimiert und säuft. So, immer schön am Saufen. Okay, Spiegel, ich brauch dich nicht mehr. Kann man denn irgendwie den Gin herrufen? Irgendwie geht es nicht. Aber vielleicht kann man... Irgendwann geht es bestimmt. Und ich rufe dann irgendeinen Gin her. Wo ist denn der Ding? Ah, hier ist der Affe. Warte mal. Na? So, check out anyone, who fits that profile. You might start with Bluebeard. Ich schau mir ganz kurz nochmal das Märchenbuch an. Eine Sekunde. In einem Moment. Wenn du bereit bist. Nein, 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 nein. Warte. wird immer die geschichte erweitert sich immer mehr da ist der frosch in meiner geschichte was ist ein antacidum also im englischen stand da waren die letzten vier buchstaben acid also irgendein gift kann ich irgendwie mitnehmen vielleicht kann man es ja gebrauchen legen muss man die karten ich würde mal sagen das zerbrochene liebe aber man kann es ja immer anders interpretieren okay gehen wir los weiter geht's komm geh schneller also i'd like you to get me some information on this neighborhood watch program that the mondays have i believe i already have some pamphlets on file you want to go look at the body now yeah madam let's go yeah oh my goodness i almost forgot come on ja chef kammer des verwunschenen brunnens das woodland gebäude okay schauen wir uns den brunnen mal an und sieht leer aus was kann man sich hier noch anschauen ich würde gerne ein bisschen schneller gehen können da ist der kopf und der körper der dazu gehört wow i didn't realize i've never seen her face before now are you gonna be okay you don't have to stay i want to stay i want to stay i'll be fine it's just a little strange the clamor is so effective it's invasive but just do what you need to do kann man die nicht irgendwie zurück verwandelt oder so check her mouth there might be a ribbon in there so okay mach mal auf anything nothing can you close her mouth thanks wieso der voodoo puppe jetzt schauen wir uns die halswunde an looks just like faith's dead but there was nothing in her mouth this time do you think it was done by the same person hard to tell did dr swinehart ever get back to you about faith no he said he wanted to run more tests was ist mit der koschen that's weird i don't wear a brooch like that maybe it really belonged to her not part of the glamour looks like something from the homelands buffkin do you recognize these symbols no nothing i've seen before hmm hmm was haben wir denn hier schauen wir uns ihre muschi an die einstichteln achso an den knien achso an den knien sieht so aus ziemlich stark auch ich höre sie nur für die lagen wenn sie die halswunde in ihren armen oder wenn sie die marken schützen warte warte wenn die glamour soll sie wie ich machen shouldn't it be concealing things like track marks that brooch too why would it change everything else i've never seen one this sloppy it's possible it's designed not to designed not to hide track marks good point the witches upstairs know what they're doing that's why they cost so much unless someone is making glamours illegally hmm it's not technically illegal miss it's not encouraged for sure but there aren't any laws specifically forbidding it so there's some sort of black market for glamours one would assume so i imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour yet another thing to worry about black market or not it's a pretty good match look at that the buttons aren't exact either there's an extra one here i'll show you first of all the kratzer here warte mal seilabdrücker am knöschel rope marks she was tied up they tied cinder blocks to her ankles so she would sink oh so und jetzt die knöpfe you're right these buttons are wrong i wonder was denn what ich muss ihren mantel öffnen ist es für dich okay wenn ich es tue snow do you mind if i open her coat sie ist ja eine frau deswegen just let me do it ja kein problem diese tätowierung hier warte mal alles doch okay noch bei dir und willst du rausgehen ich ich hoffe sicherlich dass du dich selbst aufhörst jetzt dass du dich aufhörst Leute was hast du herausgefunden ihr klimmer ist nicht perfekt ihr glamour ist defektiv defektiv wir denken es ist ein schwarzer Markt wir sollten wirklich regulieren diesen typen wahrscheinlich günstiger wir sollten weitergehen was haben wir hier ach so das ist keine tätowierung sondern unterwäsche sie hat wahrscheinlich so eine alte oma schlüpfer unterhose für die schweren tage so nur zwei taschen ein flakon benutze das benutze das der ist ja auch ein wolf oder vielleicht ist es ja der affe oder crane wer weiß oder vielleicht ist es sogar big b wenn er irgendwie sich als ein wolf verwandelt und sich nicht mehr erinnern kann was gerade passiert ist theorien über theorien und jetzt die andere tasche ich habe gesehen wie das schon das ist das ist das ist magisch die 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 Es ist nett, um mit ihm zu spüren. Es ist eine Art von Marke, wer weiß was es tun kann. Wir sollten es sehen, um es nicht gefährlich zu machen. Nicht wahr? Du bist richtig. Ein Weg zu finden. Was? Es gibt etwas in hier. Wie können wir ihn ab? Ich denke, ich kann es herausfinden. Es hat etwas zu tun, mit diesen Ringeln zu tun. Ein Haare? Ja. Und was bedeutet das? Oh! Haare? Foto? Eine Locke? Mit DNA? Das... Das ist dein Haar. Haha! Er kann alles riechen. Der ist ja ein Wolf. Und jetzt das Foto. Zusammengerollt wegen Koks. Die hat sich bemerkt. Ah! Die hat sich bemerkt. Ah! Das war das letzte Bild von Rose und mir. Meine Schwester und ich reden nicht mehr. Wer hat das gemacht, Bigby? Fehlt mir heraus. Sie ist ein Troll? Sie hat sich wieder zurück verwandelt. Oh, nein. Sie werden. Also verkaufte. Ich muss mich nicht in einem Trollen sehen. Sie sind nicht so lange. Sie sind. Sie sind. Sie sind? Sie ist nicht da. Sie waren nicht da. Sie ist da. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Oh nein. Was ist es? Es ist nicht Holly, es ist sie, Lilly. Sie wurde verabschiedet, aber... Ich glaube, es hat nur durch die Kräfte geschehen. Oh, Mom. Wir müssen sie sagen, Holly. Genau. Wer weiß, sie vielleicht weiß etwas über das, wer Lilly sieht. Ja, sicher eine andere Troll. Wir müssen gehen. Du kannst nicht raus. Warum nicht? Es ist zu gefährlich. Jemand versucht, dich zu töten. Bigby, du kannst sie nicht mit dir gehen lassen. Du wirst ihr Leben zu riskieren. Bigby ist nicht in charge of me. Er ist in charge of this investigation. Das ist nicht die gleiche Sache. Wenn Snow mit mir kommt, werde ich sie nicht stoppen. Aber... Wir sollten jetzt gehen. Bereit? Ja. Oh, wieder zurück in der Trip-Trap-Bar. Biest ist auch da. Das ganze Ding ist volles Bullshit. Und immer hat es immer. Ich meine, was ist sein Job, wirklich? Um die Scheiße abzunehmen, die Wälder zu erreichen. Jack, ich weiß nicht, wo sie sind. Du bist ein Bar. Du solltest mit Darts haben. Und ich habe es normalerweise. Aber wer weiß, wo sie nachher gehen, nachdem... Oho, der Psycho ist wieder da. Ach, der hat ja gar keinen Arm mehr wegen mir. Sorry. Ich habe ihm ja den Arm abgerissen. Komm schon, Holly. Ich brauche Entertainment. Ich will keinen Streit, Leute. Das wird es tun. Ich will keinen Streit, Mann. Keine Sorge. Ach, jetzt haben die Angst vor mir. Ich... Sorry, dass ich das gemacht habe, Mann. Holly, du hast einen Moment? Warum? Bitte, Holly. Es ist wichtig. Miss White! Ich habe gehört, du hast ein bisschen ein... ...strange morgens. Es war ein bisschen ein... ...strange morgens für alle, ich glaube. Every time ich sehe diesen Mann, er scheint zu verlieren. Es ist unglaublich. Er ist wirklich. Er verlieren, aber er hat sich immer alle Muskeln. Jack. Wolfie, mein Lieber. Wie bist du? Mir geht's ganz gut. Egal, aber ich habe keine Zeit für dich. Weil, du weißt, wir haben nur über dich gesprochen. Ich bin wirklich nicht in der Mood gerade. Ich bin wirklich nicht in der Mood gerade. Ich bin in der Mood, um Darts zu spielen, also... Ich glaube, niemand bekommt, was sie wollen. Ich warte, um das Körper zu hören, der heute Morgen aus dem Ost-River kam. Es war ein Fable, oder? Oh, jeder weiß. Tweedledee war gerade hier. Er sagt, es sah wie Snow White. Er sagt, es sah wie Snow White. Er sagt, es war nicht Tweedledum? Nein, aber er ist ziemlich sicher. Crane. Sorry. Tweedledee sagt, dass du ihn arresteht für keinen Grund, für keinen Grund. Kept ihn locked in der Selle all fucking Nacht. Er sagt, dass du ihn torturedst. Which, ich weiß nicht, das ist wie ein Breach von deinen Legislaturen. Bigby, come on. Du kannst nicht so dumm, als du... Ach, ich hätte jetzt nicht tun sollen. Ach, ich hätte jetzt nicht tun sollen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin leid, was passiert. Leid? Leid, Jack. Ich bin leid und leid von Leid. Ich will nicht mehr. Jack. What? Bigby, look. Two Fables are dead. And shit, Grenn's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? On my sister. I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. You know who it was. Es war Lily. Es tut me leid. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing. Just one more thing. Shit, I'm good. God fucking damn it. Of course. The dear princess snow fucking white is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? It's all to me late, man. You'd give one ounce of a shit about her. About any of us. She might have been saved. She might have been cared for. She might have been... I'm sorry, Holly. I'm sorry we found your sister this way and... I... I wish this had ended up better. Holly. Get the fuck out of my bar. I just want to... It should have been you. It should have been you and it wasn't. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I... I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. And very old. It's quite lovely. Gren. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? Gren hat viel erlebt in seinem Leben. Sein, sein Klaasauge, seine Narbe im Gesicht. Ah, man. Ich hätte ihm den Arn nicht abreißen sollen. Tut mir leid, man. Ehrlich. I don't know that much about her life. Honestly. We didn't talk often. She was lost here in the city. She just got swept away by it. Why were you two not talking? It seems so fucking petty now. But I just... I didn't want to watch it with her. Huh? I think she was off the Monday drugs, but... She was hooking. To pay down debt. It ate me up to see her that way. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. The owner Georgie, with all his fucking fees. It's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Hmm. Holly, it's okay. Pudding and pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Huh. Lily. Thanks for everything, Holly. Is there, um... Is there anything we can do to her? No. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. It's not charity. It's looking out for our own. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no. It's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or... I don't know. Some old world shit will fuck your soul up. Of course. Okay. Good. Let's go down to the business office and start making the necessary preparations. Alright? That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really? Thanks. It just made everything easier. For you, I'd like Snow. But... I'd love to leave money here. Yeah, yeah. This... This whole damage from you, Bigby. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Gemütlich im Taxi unterwegs. Mmm. Pudding and Pie. The Prongs. One of these. One of these. One of these. Letty? Oh. Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? Or both? I'm looking for someone. Finding you someone is our specialty. But the club's closed. Not quite what I meant. That's too bad. I guess you'd better talk to Georgie. You're in luck. He's here. Come on. Thank you. Is this correct? I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood right now. I mean, more so than usual. Is he alone in there? He's working with one of the dancers, but don't worry about that. Discretion is our guarantee. Okay. Dann nichts mehr rein mit mir. Danke, Madame. Dann bis später. Ach, sie kommt mit. Okay. Welcome to the Pudding and Pie. Where we cater to the diverse taste of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. You can skip the Spiel. Save it for the customers. Always looking for more customers. Tell you what. Come back after midnight, maybe. I can hook you up. Or, er... Knowing you, this is probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me. Do you prefer a stationary target, or one that will put up a fight? I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. Oh, just stopped in for the chips then. Jesus Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. I just want to talk with you. Let me text you. Okay, alright Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Are you sure? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. But when shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamoured. Of course she was, you daft git. She was a troll. No. I mean glamoured to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. I think you're behind this. You got her a black market glamour as part of some twisted sex fantasy. Ooh, black market is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump any time the wolf shows his teeth. It used to be something, you know. Now look at him. Get that out of my face. This was part of the glamour we found on Lily's body. Take a good look. She was impersonating Snow White. Why? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake, I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fable Town. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me? Go on then! We're not done here. I think we are. I said we're not. You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? That's what you like. One more time. Who hired her? Come on. You! Take your sad fucking face when I can't see it. Bloody bastard fucking shit. You proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. Who is this? Fuck off, Hans. Hans. Hold on a minute. Hans, is it? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. But why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills. And I have a fairly good idea where to start. Hey! That's my personal property. Over time. Over time. Over time. Over time. Sure. Go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Der will's wissen, ha? Ich will das Buch. Confused. Sag mir doch einfach, wo es ist. Soll ich hier alles zerstören, oder was? Mann. Ah, was haben wir denn da? Well, well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck sake, I've got to open up in a few hours. Give me the key. Give me the key. Give me everything. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus. You're killing me. Georgie. I'll pay you. Die Leute sind gestorben, Georgie. Two women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. Oh, ne Witz. Ich mache hier alles kaputt, wenn du Fax machst. You might want to stand back. All right, all right, all right, all right. Geht doch. Jetzt red. Mach den Scheiß safe auch und gib mir den Scheiß Buch. Bloody come on, men. Prick. Mach auf jetzt. Once again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so he can be happy about that. Danke. Here. This is Lily's last entry. So tell me, Georgie. Who's this Mr. Smith? Oh, dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not my fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X-Types. Whatever happens outside the club, that's on them. I love the business. Take my cut and I'm out. Wer war da? Wow, I've had quite enough for you and your bullying. Excuse me while I call your superior to make a complaint. Wer war da hinten? Der hat wieder eben... Hello, Business Office. Guck mal, sein Mobiltelefon. Ist voll riesig. Wir sind ja in den 80ern. Da war eben jemand. Wart mal. Kosmetikprodukte. Lipstick, Lipgloss, Kompakt, Glitter. Okay, nichts besonderes. Was ist da? Eine Notiz. Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Hmm. Looks like they both saw one of Lily's clients. Okay. Interessant. Okay, das hab ich ja jetzt da reingelegt. Und was haben wir hier? Faith. Regal. Eine Schmuckdose. Also, das sind ihre Kosmetikprodukte. Da war vielleicht noch was anderes drin. Excuse me. Das hör ich an, dauernd. Ups. Zu spät gedrückt. Und warum? A-da. Does that help? You have legs? That a glamour? No, they're real. Do you like them? They cost me a lot. Hmm. My name is Nerissa. Sure, not now. Nerissa, I've got some questions. Of course you do. I don't have answers. Wieso bist du so traurig? Lilly gestern Nacht? Ich glaube, sie redet schon von selbst. Bitte. Hä? Sheriff Wolfe, möchtest du eine Verabschiedung mit mir machen? Was genau sagst du? Wir können alle übliche Anwendungen machen. Der übliche Ort. Okay. Okay. Was würde ich tun? Ich brauche 150. Es ist nicht gut, dass sie kurz sein. Okay. Redest du jetzt? Nerissa? Wir sind hier für eine Sekunde. 204. 204. Okay, da weiss ich wenigstens woher ich gehen soll. Hm, das ist woher ich mich kennengelernt habe. Ich hoffe, dass du dich für dich findest. Was war denn das jetzt? Der Bulle hat erstmal einen weggesteckt, sieht so aus. Okay, wir sind da. Komm schon rein. Das Open Arms Hotel. Die Bronx. Die Bronx. Das Open Arms Hotel. Okay. Das Open Arms Hotel. Die Bronx. Später Abend. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Erstmal eine Flippe anzünden. Sieht alles bisschen schäbig aus hier. Okay. Zimmer 204. Und 207. Dort müssen wir hin. Ich glaube, das Mindestheilbarkeitsdatum ist schon ein paar Jahre überschritten. Ein Telefon. Ein Schild. Gellalas, so wie es da aussieht, so die Preise. Okay. Okay. Betätigen wir mal die Klingel. Kommt jemand? Du musst mit ihm reden. Du musst mit ihm reden. Du musst mit ihm reden. Du musst wirklich sagen, Beast. Er ist schade über dich. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde nur in meinem eigenen Zeit. By the way. Danke für mich. So, was du hier machst? Oh. Du hast eine Schlüssel. Warum? Kommt es zu Faith? Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Okay. Hast du schon mal Snow hier gesehen? Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamoured as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her. But she didn't say anything when she saw me. Even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Hmm. Okay. Hast du schon mal Lily gesehen mit irgendjemandem zusammen? Ever see Lily with someone here? Maybe on a job? Sometimes. But nobody I've recognized. I haven't worked here that long though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith. That's all we get here. Smith's, Jones's, or Johnson's. I think the last ones are jokes. John Johnson. I talked to Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him? Or his brother? I took out a loan. For back pay. It was like our third notice. And ever since then those annoying freaks have been pestering me for the money, plus interest. Why take out a loan from those two? It was from the crooked man. Beauty. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, alright? I tried. Thanks. Thanks. But, but it'll be better if anyone sees you, that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Okay. I understand. Five minutes, please. Okay. Let's see. Beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Not done. Frischer Handtischer gefällig. Listen, Bigby. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine. It's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see your report. It's just, well, you never know. It's not much of a report if I start picking and choosing which facts to include. I see. Well, here we are. Which one was it? 204. Da is doch 204. Ach so, ich will aber zu 207 gehen. Da is das Zimmer. Hallo. Klopf mal an. Jemand da? Do you have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. Bitte, please. Oh, fine. Thank you, Beauty. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast! Maybe. How could you do this to me? No, sweetie. No. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me? With him? No. No, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet. I'm sure you help each other just great. I know what this place is. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me! Then it's allowed. What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, listen to me. There's nothing going on! I'm not... Hey! Bastard! I guess I finally see you for who you are! Stop! Stop it! You told me you hadn't seen her, you fucking liar! You've been sleeping with her this whole time! Listen to your wife. Just calm down and... Beast! What the hell do you think you're doing? You're not even listening to me! She's my wife, Bigby! I told you! Beast! Stop! Stop! Leave them be! This is my fault! Please go! I understand! I had three shots, right? You killed everything! Alles! Sie ist mein... Scheiße, Bigby. Was hast du getan? Was... was ist das? Bigby. Schau, was du an die Tür hast! Du kannst nicht nur so, wenn du... Was ist das? Ein Blutbad. Bleib draußen, Leute. Ich hab doch gesagt, das ist nicht schon. Ich war auf der Nacht. Auf der Nacht? Beauty? Was? Ich bin kein Prostitut, du Idiot. Ich arbeite der Front Desk. Ich... So das... Ja. Still, das ist kein Ort für jemanden wie du. Ich meine, schau. Du erinnerst du, wer diese Wohnung in der Nacht? Ich glaube nicht, niemand. Nicht in der Nacht. Vielleicht haben sie es langfristig. Ich weiß nicht. Wie soll ich wissen? Es war einfach ein normaler Nacht. Wie ist das überhaupt möglich? Es ist so viel Blut. Geh, lock die Front Door. Geh, Leute aus der Halle. Ich muss dich sicher, dass niemand hier kommt. Das ist eine Szene, okay? Aber... Mach das, was er sagt. Ich erkläre später, okay? Du bist. Und das Bett? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Das ist genau das, was ich versuche, zu finden. Okay. Schau mir mal. Ich kann's glauben. Ich kann's glauben. Wie war das? Sind alle die Räume diese gleiche Klocken mit dem Kassettballer? Ich denke so, ja. Okay. Und das Bett? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Blutpattern. Auch würde ich sagen, das Körper war aus dem Fuß des Bett. Da. Das Körper? Jesus! Du könntest sie sagen. Nach so vielen Jahren heißt es nur noch Körper, Leiche. Man muss das Persönliche, geh ich mal von aus, verdrängen. Sonst kann man diesen Job nicht ausüben. Es ist ein Huff and Puff. Ich dachte, du warst der einzige, der diese Krap-Brand hat. Wahrscheinlich nicht. Er brachte Wein. Klasse. Eine Kassette. Für meine Ankunft. Okay. Ist hier noch was? Ein Märchenbuch. Was ist das? Es ist ein Buch über Snow White. Oder über die Monday-Version ihrer Geschichte. Okay. Krass. Das kann man sich halt später nochmal durchlesen. Das ganze Buch ist über ihr? Ja. Warum ist sie in einem Glas-Koffen? Das ist die Part, wo sie in einem tiefen Sleep ist, aber sie denken, dass sie tot ist. Hm. Aber dass sie atmet hat, ist keinem aufgefallen, oder was? Das Bett ähnelt dem Sarg. Das Bett ähnelt dem Sarg. Das Bett ähnelt dem Sarg. Ich weiß es nicht, Beauty. Hm. Gehen wir hier zum Schrank. Da ist sogar das Schneewittchen-Kostüm. Bei irgendwelchen Spielchen. Ja, sie haben irgendwelche Spielchen gespielt. Er könnte draus festiv sein. Er mag es gerne grob. Das ist die gleiche Koffe, als die in dem Buch über Schnee. Ich glaube, Smith war in der Lillie auf dem Buch. Um das Schnee aus dem Buch zu kreieren. Du bist richtig. Es ist die gleiche Koffe. Es ist die gleiche Koffe. Er schlägt aus dem Buch. Das junge Mädchen. Sie konnte es nicht wissen. Sie brauchte wahrscheinlich nur das Geld. Sie könnte jemanden sein. Jeder. Wie hat sie hier geschehen? Ich meine, nicht genau hier. Aber wie hat eine Person... Es klingt, dass es eine Reihe von Entscheidungen gab. Ich bin sicher, dass sie Dinge anders gemacht hätte, wenn sie wusste, wo die Dinge hinzufügen. Ja. Sie müsste so Angst haben. Alles wird wieder gut. Ich hätte besser nicht herausfinden, dass du etwas von mir aus dem Buch verstehst. Was ist mit dir falsch? Ich bin nicht involviert in das. Bitte, mach nur was du tun musst und lass uns hier rauskommen. Vielleicht sieht sie es nicht aus. Du musst deine Schicht noch fertig machen. Ist da noch was? Gucken wir mal nochmal auf den Boden oder so. Machen wir mal die Kassette da rein. Und? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich habe diese Musik gehört. Lass Nacht. Es war sehr laut für ein paar Mal. Und dann war es in der Mitte. Ich habe nicht gedacht, dass es so oft an der Zeit. Ich meine, du hörst all kinds of Dinge hier. Und ich glaube, ich habe bereits getrennt, zu blockieren. Ich habe da eben gar nichts gehört gehabt. Okay, ich glaube, ich habe sonst nichts mehr, oder? Wie kann ich herausfinden, wer dieses Zimmer schockte? Findet, wer die Schlüssel hat? Ich bin ziemlich sicher, dass dieser muss langfristig gehalten werden. Und wir haben keine Registrierung oder so. Dieses Ort ist ein bisschen anonyme. Ich höre immer das. Kannst du mir sonst noch was sagen? Ist es etwas anderes, was du mir über die letzte Nacht erzählst? Was in deinem Geist? Entschuldigung, nein. Es ist einfach so, wie es jede andere Nacht macht. Das ist genau das, was mich beeinflusst. Von jetzt auf werde ich einfach unten da, um das zu erinnern. Okay, ich schaue nochmal, ob ich irgendwas hier noch finde. Warte mal hier. Der Teppich ist ein bisschen verrückt. Da kann ich nichts mehr... Warte mal. Die Kassettenplayer, den hatten wir schon. Hier ist auch nichts mehr... Ja gut, ich glaube, ich bin hier fertig. Oder... Ist da noch was? Warte mal. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Und jetzt? Geht es irgendwie weiter, oder? Äh... Komme ich hier irgendwie noch weg? Ich kann nicht rauslaufen. Ist... Ist irgendwas noch vergessen, oder so? Komme ich wenigstens noch in Zimmer 204? Obwohl eigentlich unnötig, oder? Ja... Komme ich irgendwie weg hier jetzt endlich, oder? Hallo? Ich würde gerne gehen. Ich kann hier nicht raus. Äh... Pewdie, ich will hier raus. Äh... Pewdie, ich will hier raus. Ach, hier ein Apfel, endlich. Okay. Schauen wir mal. Sie aß, als er Angriff. Nein, der Apfel ist genau wie im Buch. Schneewittchen und der Apfel. Es hat ein einziges Zettel aus dem, wie in Snow's Story. Oh, nein. Du denkst, dass es ein Zettel ist? Es war nicht. Ich würde es riecht. Ich glaube, es ist nur ein Zettel. Es ist hier, weil sie aus der Szene aus dem Buch. Natürlich. Das macht perfekt... Das macht perfekt... Jetzt geht's Qu億. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kein Sinn. Es war einfach nur ein Teil des Buches. Oh Gott, ich kann jetzt die gesamte Bilder sehen. Jetzt geht es alles zusammen, wie du sagst. Dieser Geist hat die Mädchen in eine Snow-White-Dress gegründet, und er hat die ganze Geschichte aus dem Buch gegründet, mit der Apple und der Deep Sleep und alles. Du bist ein besser Detektiv, als ich dachte, du wäre. Dankeschön. Also, er hat alles gegründet. Er hat alle Details gegründet, nur dann, wenn es Zeit kommt, um sie zu beschenken und zu wundern sie. Ja. Ich hoffe, dass du schon fertig bist. Ich will wirklich nicht mehr hier bleiben. Ich bin fertig. Ich brauche dich nicht mehr. Ah, was haben wir denn hier? Ein Brief? Hm. Was sind die Bilder von der Merein? Nicht alle. Wie wissen Sie? Ich bin in diesem. Es wurde letzte Winter. Oh, nein. Bigby. Diese Art von Stalking? Es kann nicht nur auf sich selbst stoppen. Ich glaube, ich weiß über dieses erstes. Er wird immer versuchen, um sich näher und näher zu kommen. Was? 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 Du perverser... Das nächste Bahn, bei der Wolfos von Maren. Das nächste Bahn, bei der Wolfos von Maren. Ich bin wirklich zufrieden, Sheriff. Ich bin wirklich zufrieden, Scheriff. Du bist nicht gefährlich zu sein, Scheriff? Obviamente, es muss sich ein paar Veränderungen sein. Hallo, Bigby. Geh dir das, Bigby. Oder ich gehe dir das, für dich. Jesus Christ, Bigby. Ist das du? 36% haben ihn zum Reden gezwungen. Okay, wir waren einer der wenigen. Und in der Trip-Trap-Bar. Oh, okay. Wir und auch fast 92% der anderen haben sie selbst entscheiden lassen. Auf jeden Fall top. Die Frau muss nicht unterdrückt werden. Sie kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und wie bist du mit Georgie Porgie fertig geworden? Wir haben... Okay, wir gehören zur Mehrheit. Fast 70% haben ihn nicht verprügelt. Ich habe schon dem einen Typen in der ersten Episode irgendwie den Arm abgerissen. Das muss nicht nochmal sein. Also, ich habe es schon bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du... Hast du Beast weitergeschlagen? Als er am Boden lag? Boah! Beast war dir und 8,9% der Spieler niemals ausgeliefert. Okay. Alles klar. Das war's. In der dritten Episode geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wow. Snow. I just want you to be careful. I almost lost you once and... I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly. It's her sister Lily. She was hooking. To pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. The open arms. Oh my god. What is it? It's Crane. What? What? The perverse. What do I need to start with this info? Crane is a... Pedo. Although, no. The troll is, I believe, old. But, no. He is perverse. This shit guy. Widerling. Fucking creep. Spineless little fucking rat. Crane? Ugh. God, you think you'd know a person. Bigby, you have to tell her. I know. He's a creep. What's going on? What did you find up there? You know, other than the... I just need to find snow. Why? What's going on? Shit. Crane's been... Bigby, calm down. Everything's going to be fine. Okay? It's going to be fine. Will someone please explain this to me? Crane has been stalking Snow White. The room is covered in evidence. That perverted little fucker might be after Snow. I need to find her right now. Okay. It's... It's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office. To prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know... I was just at the trip trap. And I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham Bridge. The trip trap? Are you drinking? Right now. They were on their way out. Bigby! 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 What are you trying to say? You know how you felt when you saw that picture. Well, that's going to be much worse for her. Just remember that. Ich versuch's. Ich versuch's. Danke, Beauty. Trophäe erhalten. Vielversprechende Spuren. Die Buckingham Bridge. Halb elf abends. Oh Mann, die Taxiunternehmen verdienen ganz schön viel Geld mit mir. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Ist es Snow? Ich will nicht, um, offend Sie, um zu sagen, dass ein Tag die Schmerzen von Lilly niemals abschneiden. Ich weiß, wie du, dass es nie wieder subside wird. Aber ich weiß auch, dass die Erinnerung von Lillie auch weiterentwickeln wird. Und es wird, in Zeit, equal in Kraft zu unserer Mörnung von ihrer Verlust. Und es ist in diesem Geheimnis, dass ich über das, was ihr alle so glückliches zu erzählen habt. Ihr Erinnerungen von ihr. Wie sie sich selbst und patientisch und glaubte, wie sie sich für die alten Worte, für tradition, für, um, die Pagentur. Und das ist, wie sie liebte, wie sie liebte, liebte sie Freunde und Familie liebte. Sie liebte sich bei ihnen zu sein, in guten Zeiten und in der Schleuchte. Ich habe nie gesehen, aber von dem ich gesagt habe, ich weiß in meinem Herzen, dass sie hier heute Abend wäre. Und jetzt haben wir unseren, ähm, Moment der Silenz. Danke. Okay, hohen Frieden. Ich möchte eigentlich diese Zeremonie nicht stören, weil das ist so eine Respektsache. Iggy, ist alles okay? Nein, nicht du. Holly, es ist... Er wurde nicht gegründet. Holly, warte. Er hat kein Recht hier. Nicht nach dem, was er getan hat. Es tut mir leid, Holly. Holly... Holly, ich bin sorry, aber ich musste kommen. Ich habe meine Frau in der Witching Welle, und du hast die Nerve, um hier zu zeigen, zu zeigen, nachdem du sie liebte, nachdem du mir sprachst. Holly, warte. Das war Crane, nur Crane. Er hat sich... Lillie aus dem Körper, bevor Bigby konnte alles tun, um es zu tun. Ich sage dir die Wahrheit. Nicht für ihn. Aber das war wirklich nicht für ihn. Du kannst mir sagen, Bigby gibt eine Scheiße über das. Holly, es wird okay sein. Was soll ich dazu sagen, Mann? Ich wusste das nicht. Ich bin sorry, Holly. Ich wusste nicht, er hat sie in der Witching Welle genommen. Bigby tut, Holly. Er versucht, zu helfen. Und ich bin sicher, er hat einen sehr guten Grund, hier zu sein. Aber dieser ist nicht auf ihm. Ich will dazugehören. Der tut mir leid. Tut mir leid, Leute, Mann. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, And it will come because you're a goddamn walking trap for it. I want you the fuck out of here. You hear me? Ich will doch den Lillys", esian das Kriegen. I just wanna get Lily's killer, Holly. Il nichts mehr. Let's discontinue, okay. This is such total f tens-ten- Let's go, Holly. Okay, Snow. Der Typ tut mir leid, ich hab ihm sein Arm abgerissen, Mann. Schithole Motel, die Open Arms. Green had a room there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like you while he was, you know. The bed was covered in blood. I know it was him. This is... I don't even know what to say right now. I really don't. I'm just trying everything I can right now to not picture it. To not picture him. I thought... I thought that Crane might be looking for you. I thought you might be in trouble. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Because please, Bigby, don't confuse things. Deposing Crane would be the next step. And if we get this wrong, it would mean more than our jobs. We'd get kicked out of Fable Town for messing all of this up so badly. He had photos gemacht. Show. You took a cab here, right? Yeah. I'll drive. Snow? Nerissa? What is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting to burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? Two minutes. I don't mean to be... No, I understand. No, I get it. Take your time. It won't take long. Vielleicht ist es wirklich dann auch Snow gewesen. Sie hatte vielleicht Sex mit Crane. How did it go? At the motel. Did you find anything? Yeah, also Lily wurde dort unten gebracht. Yeah. Lily was killed there. It was an awful mess. Oh. Tut mir leid. Sorry. Nerissa. Yeah. Nerissa. Coming. Nerissa, das Feuerbrett noch. Tut mir leid, Nerissa. Es tut mir leid. Constable. Wait, wait, wait. Easy now, girl. You know how this goes. The first thing in a visit. You say, how do you do? Hmm, how do you do? That way, it's proper. Now is really not the time for whatever you Jergovs are planning to do. Well, isn't that the thing of it? Plans. Except it isn't our plans you should be concerning yourself with. I'm still hurting, you know, from our talk in the cell. And I'll be honest, I'd love nothing more than to carve a sweet poem right into your face for the suffering you've caused me. But I am a professional, and we're here for a job. We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Just sit in your office and whistle to heaven for a few short days. You're trying to pull this shit out of funeral? We can deal with this later. No, not later. Later's too late. Right now. So what's it gonna be? We have a deal? You leave Crane alone, and we leave you to yours. Brother, speak your mind. Fastly now. What's it gonna be? Yeah, fine. I'll leave Crane alone. Just get out of here. Pleasure to hear it. Ladies, gentlemen, invertebrates. Please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're happy to report that everything went smoothly. So if you'll just allow us to get out of your hair... Bigby? What is he talking about? Never you mind that. It ain't any of your... What deal? Oh, man. Settle down now. Yeah, everyone just stay where you are. Nice and natural. Like we're just out having a spring. They want me to leave Crane alone. Crane? Oh, now you shouldn't have done that, old boy. Really. You better stab him. That wasn't right, telling everyone our dealings. What did I tell you? What did I say? Ollie. Ugh. You think you motherfuckers could come here uninvited? You think you could just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly? Don't move. I'm going to kill you. Listen to your lady, love. Holly, let me handle this. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead hole. I'm going to kill you. Holly! Holly! I'm going to kill you. I'm going to kill you. Boxing tot. Oder sind die tot? Nee, oder die sind doch nicht tot, oder? Oh, voll viel Blut. Nee. Noch eine Zeremonie jetzt. Trophäe erhalten. Ein Bauch voller Steine. Telltale Games präsentiert. Eine Telltale Story von Adam Hines und Ryan Kaufman. Regie Martin Montgomery. Wieso lese ich eigentlich die ganzen Namen hier vor? The Wolf Among Us. Ha, 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 ha. Au! Animation, Jeff, sorry. Und Choreografie. Den Namen konnte ich nicht mehr lesen. Programmierung, Kinebatterson. Oh, mein Gott, ist viel zu schnell. Okay, beruhig dich wieder. Ein Ladebalken. Episode 3. Eine krumme Meile. Der besoffene Affe. Fable Town. Verwaltungsbüro. Ich habe so gut gemacht, um die Buckshot auszudrücken. Aber es gibt noch einige Schäden, die in deine Schulter geblieben sind. Sie werden dann endlich auf ihre eigene Weg auszudrücken. Aber bis sie machen, werden sie schmerzen. Bigby, Dr. Swinehart war Fable Town Physician für eine Grunde. Es ist okay. Es gibt nur eine Sache, die du auszudrücken musst. Ich muss Kräne finden. Und versuch mal ein bisschen. Ich kann es nicht einfach auszudrücken. Ich muss... Ich muss... Ich muss Kräne finden. Bigby? Was ist falsch? Lack von寝em, für eine Sache. Getting shot, für eine Sache. Es ist okay. Ops, sorry. Ich habe nichts gesagt. Ich habe vergessen zu drücken. Ich habe vergessen zu drücken. Ich habe vergessen zu drücken. Ich habe nichts gesagt. Es ist okay. Es ist aber nicht ganz schlecht. Wie ist es? Es ist okay. Es ist okay. Ich habe das gehört. Gibt es noch andere Spuren? Schweiß Sprachbeweise He was a conniver A coward A liar And I'll always hate him for that And I'll hate him for how he Held me in his thoughts But murdering prostitutes Ow Everything okay over there? Yes, Miss White Just cut myself on a piece of the glass Nothing to worry about Thanks for tonight By the way That could have gone really terribly I mean even worse than it did I'm glad you were there I just feel bad for Holly Really Yeah Time heals everything eventually At least I hope so For her sake Can I ask you a question? It's kind of personal And I don't want to offend you But after tonight It's on my mind It's just When stuff hits the fan Like Like it did tonight It feels like before we came to the city It feels Kind of like home And I've heard it said That maybe In some tiny little Bottled up way Deep inside You kind of Enjoy it When things go wrong Because it gives you an excuse To just You know Stop pretending Fuck no I don't enjoy it Are you kidding me? It's horrible Fuck no I wish it didn't happen I shouldn't have said anything Forget that I did Guys We have a problem What is it? I can't finish the mirror It's missing a piece What do you mean Missing a piece Yes It's a Crane must have taken a shard with him I can't believe this I saw Crane pick something up After he smashed it I'm sorry I didn't realize what it was until now The mirror can't work Unless it's whole Well That's not entirely true Or what Bufkin What? We sit around And wait until it mends itself We have no idea How long that will take We're just gonna have to do this The hard way I'm just saying Waiting is an option No We can't depend on the mirror What exactly is the hard way? We'll look through his things His desk Everything He had to have left something That tells us where he's going He's a nice freak But he was never that smart Smart enough to take a piece of the mirror We can still solve this ourselves I know that Never mind that Come help me look Die harte Tour Wenn man einfach in die Schublade reinschaut Wow Jetzt haben wir es ihm aber gezeigt Und wir Wir vermischen die Dokumente Wir machen Anstatt B hinter A Machen wir A hinter B Dann ist es nicht mehr Das richtige Alphabet Wir sind richtig fies Versuch's mal Vielleicht kannst du ja mit ihm reden Ey, Baffkind Vogel Affe Affenvogel Hi, Mr. Bigby I can still help you catch Crane, you know Oh, yeah? Yes I saw him jump on the telephone Before he left Oh He called up somebody He said he needed to see his witch Or that he would need to get to the witch for that Whoever that is His witch? Yes It sounded like the one he got his snow blamers from Hmm Hmm Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Obwohl der ist noch eh ein Feigling Die frage ich gar nicht Siehst du noch was? You didn't see anything else, did you? No Not Not especially Der ist schwach Ich kann ihn nichts fragen Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Was soll ich sagen? Soll ich es wirklich fragen? Why didn't you try and stop him? What do you want me to do? Yank on his hair? I'm only three feet tall There are limits here Okay, okay Okay Genau das ist es ja Look The whole mirror thing It's not your fault Alright You mean it? Yeah Ich muss ihn ja irgendwie motivieren, dass er weiter arbeitet, damit er den Spiegel repariert und so Ich kann die ganze Zeit nicht auf ihn drauf treten, oder? Okay Schauen wir uns mal den Schreibtisch an Ich habe dort Ich habe dort Fangen wir links an Da ist was, ein Schlüssel What is it? It's the key to his room at the open arms Oh Oh You still haven't told me what was in there I want to know I need to know A lot of blood and flowers I keep thinking back I keep replaying moments in my head Interactions with him When he'd catch me in the elevator Or bump into me outside There's only so much you can repress, you know Snow, you couldn't have known No, I could have Come on Let's keep looking Ich habe dort Krähen Okay Dann halt das nächste Gucken wir mal den Brief Ich habe dort Krähen Ah, das ist auf Deutsch sogar Ich schreibe Ihnen Wiederholt Mit der Bitte Jemanden für die Reparatur der Klimaanlage In unsere Wohneinheit zu schicken Es ist kochend heiß Und Pinocchio sagt schon Dass seine Haut Blittert Ich weiß zwar nicht Was das bedeutet Aber ich nehme an Es ist etwas Ekelhaftes Ich möchte wirklich Dass es repariert wird Wie schon vor drei Monaten Angefragt Drei Monate Stellen Sie wenigstens in der Zwischenzeit Er fällt von den verfickten Wänden Er fällt von den verfickten Wänden Bitte reparieren Sie es Ich kann das Zimmer in diesem Zustand nicht vermieten Und ich warte hier schon seit Tagen Nicht zu erwähnen Nicht zu erwähnen Dass Sie jemanden schicken würden Um den großen Riss im Glas an der Haustür zu reparieren Und wissen Sie was Es ist jetzt sogar schlimmer Ihre Scheiße steht mir bis zum Hals Mr. Toad Der Frosch Ist da noch was? Da unten war es Der Stuhl Die Schublade Ah ok Zieh mal raus Oh Verschlossen Aber der Wolf Kannst doch aufreißen Oder? Ah Schön asynchron Der Blick von den beiden Ein Buch Was ist das Buch? Bufkin Was ist das Name? Es ist ein Ring Zumindest Jeder magische item Nichts in der Armour Ist auf jemandem in Fadletown Es muss diese Wich Er wird sehen Warte Was Wich? Bufkin hörte Crane setze ein Gespräch mit einer Wich Ja Es war so Es war so Der Er hat seine Ehe Glamour Es muss Es muss Es ist Dieser Ring Warum nicht Es zu erwähnen Niemand fragte Bufkin And I'm hungover I'm sorry He set the meeting At 2 a.m. Tonight What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard This isn't the time Is the mirror fixed Or isn't it? You called me to I called Just to see if you knew Where Crane could be And that was it Okay? And I'm sorry I said anything more than that Well you did And I know The cat's out of the bag So Can we find the dull pervert Or not? I tried to Isn't your concern Bluebeard Get the hell out of here This is none of your business None of my business? Crane's the murderer He escaped It seems he spoiled Your every attempt At locating him And now It's none of my business? We don't know If he's the murderer Oh please Of course he is Look This just isn't the time He took a piece of the mirror So we can't use it The only thing we know Is that Crane's going to see A witch at 2 o'clock Hmm A.M. or P.M.? Oh A.M. Listen Bluebeard You're not a part of this I don't think you're in any position To turn away help Define help Why do you even care about this? Why? I'm invested in this enterprise We call Fable Town Literally invested Since it's mostly my money That keeps the whole thing running And tonight I hear that Crane Has been killing Fables And there's no system in place To catch him Look We know that Crane Is going to see a witch And it's to acquire a magic ring What's the ring? We don't know what it does Or who it's assigned to Since Crane tore its page Out of the book This farce was your ridiculous idea For a plan I mean Who put you in charge In the first place? Fixing the mirror Was the most logical thing You're a secretary He's the sheriff And none of you Were chosen to run this office Who elected you To make these decisions? Nobody But that doesn't Who elected her To spin my money? Well I've been doing that Unofficially for years now Unofficially is not Officially Snow can obviously handle this So let's drop it Well then Excuse me for having The Commonwealth in mind Keine Sorge Snow kümmert sich da Alright Let's just Look on the bright side We know Crane Is going to see the witch That's been supplying him Black market glamours Thanks to me And That he'll be there at two So that gives us A few short hours To find out who it is And where they live And get them all at once And a few shorter hours The more you babble about it We haven't been the ones Babbling Keine Sorge I don't know You're a piece of cake Since Lily used the glamours She'd have known Who the witch was And I don't think Holly's burned her Things yet It would probably have The address or a phone number Or something And Bigby is free to go there If he likes But I think the question You should be asking Is just what do the two Tweedles know about this It doesn't matter What they know After tonight They'd never go to their office They're not smart enough To try and go anywhere else The Trip Trap Is the better option To track the witch down That has to be our focus Let's go back to the The chances are I'll have to swing by both Anyway, so No, chances are You won't have time I don't really care What you two do I'm going to his apartment What? You can't just go up there And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is Then I'll pick the blasted lock I've wasted enough time Waiting for the mirror To find him I won't waste anymore You just can't go up there alone Alright I've no interest in Nicking his drapes, my dear If that's what concerns you What concerns me Is you traipsing Through possible evidence Oh, now it's evidence Before you had no interest And now it's a crime scene Fine, I don't care Just go ahead We can't just let Bluebeard Run amok in Crane's place He's after something I just don't know what it is We have to find the witch, Bluebeard Since that's where he's going Or the sniveling weasel chickened out Never went anywhere And is upstairs right now In his pitiful penthouse Crafting a fort out of couch cushions Look, this is how a smart person would do it So this is how we're going to do it Wherever you go I'll go to the other I don't like you going anywhere Unsupervised He's up to something I don't know what it is But we don't have the time To really worry about it now Was soll ich jetzt sagen, man? Where are you going to go, Bigby? Hm Bigby geht einfach los Findet die Hexe Okay So you leave Crane alone And we'll leave you alone I'd love to join you But there's some business I need to attend to No No, I'm better off Dealing with things alone I don't need sympathy And I don't need charity Ich will Snow vertrauen Deswegen gehe ich in Holly's Bar Du hast doch vorgeschlagen, dass ich in die Bar gehe Die Trip Trap Bar Nicht mehr viel Zeit Es ist 12.38 Uhr morgens Noch eine Stunde, 22 Minuten Was macht der? Mach auf Der Sheriff ist da Geht doch Haben die uns erwartet? Geht's dem wieder besser? Der wurde doch angeschossen Der ist besoffen Geht's dem wieder besser In search of some Hospitality, right? Just what in the fuck is wrong with you? Nothing's wrong with me In fact I'm in a good goddamn mood So you should take advantage Danke Ach, ich hab wieder vergessen zu drücken Holli is asleep in the back But you won't be able to wake her Really? The doc gave them both Barmessatil Ambrosia For the pain Look, the deal is If you resist going to sleep Like I am right now It gives you a very Very, 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 very nice high Erinnert mich an The Wolf of Wall Street Dieser einen Traum da Wie heißen die Dinger nochmal? Wie bei Wolf of Wall Street Wenn du nicht einschlepst Dann bist du high Ja, es ist auf dich mal voll Schade Wie bei Wolf of Wall Street Wie bei Wolf of Wall Street Can't say you be in there Helping as much Grein Don't start nothing Who's starting anything? I'm not Whatever It's alright Kind commenter Too out of it to get into it Kind commenter I want to clear the air We're all in this dung heap Of a fucking shit town together And we're all gonna have a toast All of us. Fellas, I'm here for one thing. To look through Lily's belongings and get out of here. Yeah, yeah, I know, I know. And I want to help you, okay? And I will. But first, indulge me. It'll take two seconds. As a show of good faith. And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Grand Bigby didn't come here to get loaded with you. I don't want to get loaded with him. Rein damit. Ich spiele dieses Spiel mit. Und danach nehme ich Lily's Sachen. Aber er hat recht, man. Ich hab ein bisschen die Verbärdigung versaut. Und die arme Lily. Er kippt jetzt um. Der Doc sagte, du brauchst eine Reppe. Wie viele Mal hast du mir verraten? Du bist nicht meine fucking Mutter. Also, du kommst aus meiner Beine. Ich sagte, ich bin sorry, okay? Ich kann nichts tun, aber es ist fertig. Ich kann nichts tun, aber ich kann nichts tun, dass ich hier sagen kann. Ich will nichts von dir, Woody. Neh. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out, and you knew for a damn good fucking reason. Hmm. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh, yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a lowlife. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? He can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay, because I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat hairy ass. That's what he thinks. Wait, wait. I've got some questions for you. What possible questions could you have for this piece of shit? Everything's a problem when I want to talk, but when the woodsman's about to leave, it's, oh, wait, I have questions. What do you want? Warum bist du weggerannt, letztens? Tweedledee came in here two nights ago. Why'd you run? I was scared, okay? I didn't want to go down for something I didn't do. I never would have hurt that girl, Bigby. Alright. Das war's. Dann tschüss. Ich hab einige Fragen gesagt, nicht nur eine Frage. Aber okay. Wren, I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the rule. Maybe, uh, ogres, too. I thought you said you would help me look. Actually, Bigby, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Der ist total kaputt, Mann. Oh, Mann. Die arme Holly. Sie ist ja auch verletzt. Sieht so süß aus, wenn sie schläft. Soll ich jetzt den Rock ein bisschen hochziehen? Ich würde jeden Morgen neben mir aufstehen und jeden Abend neben mir einschlafen wollen. Das ist mein größter Traum. Nicht. Nimm das Zeugs und geh einfach. Ich muss sie irgendwie wegkriegen. Kiste mit Alkohol. Nimm die Kiste. Ist da irgendwas von Lily drin? Schau mal jetzt rein. Okay, Foto. Ja, klar, ich bin's. Woody, ist that you? Ja, ja. Ja, ja. Ja, klar. Woody, Bar's closed. Und Lily ain't around anyway, so you can run off back to the woods, I guess. Ich bin bald wieder weg. Ich muss nur was nachschauen. 1934er Wein. Boah, das Ding ist aber was wert, was wert er. Und jetzt das Foto. Und jetzt das Foto. Das Trio infernale. Das Trio infernale. I don't know why you fucking came here. There's nothing left for you to ruin. And I'm not in an entertaining mode. I'm sorry, Holly. I'm sorry for what happened. I'll make it up to you. Ah, sure you will, kid. When the rivers turn course, and the sky bleeds fucking gypsies. So, was haben wir denn hier? Das ist mir als erstes aufgefallen. Ein Klima-Behälter. Hm. Wieder mit so einem Code. Dieses Symbol. Warte mal, diese Brosche, die haben wir ja schon mal gesehen. Okay. Das war ja die Brosche, die wir Holly gegeben hatten. Das war ja an der Leiche dran. Und jetzt das Adressbuch. Ich glaube, das ist das A und O hier. Was findet er jetzt heraus? Lilys funeral. It was just so fucked tonight. But I still wish you could have been there. I just don't know what Bigby's doing. If he, if he cares about it. If he even gives his shit. I don't know. I don't know why he showed up. I just wish he'd get out of my fucking life. He's just, he's trying to do what's right. You think so? Ja. 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 Ja, Holly. Well, you know him better than anybody, so... I guess I'll take your word for it. Ja, Holly. Ich will dir nichts Böses tun. Krass. If you were getting your glamour on this day, then one of these has to be the witch. Eine von denen. Which one? Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Yup. Alles klar. Snow. Snow? Hey, I just wanted to see how it was going. Did you find anything? Just an address book with her contacts initials. Not sure which one is the witch, though. Strange. These people keep cropping up. Before, a few days ago, I thought I knew everyone in Fable Town. Hey, did you know that the woodsman was sleeping with Lily? Like, uh, what? A customer? Mm-hmm. Okay, is this really important right now? Haha, I guess not. We should try going up to Crane's place. I sent Buffkin up there to check on things. Bluebeard, you know. Or you could try at the Tweedles office? Just make it quick. We don't have a lot of time. The meeting is at 2. I don't have a lot of time, but I'm just going to go into the office of Dick and Dove. And, uh, Blaubart is in Crane's apartment, and I'll be concerned about that later. I'll head over to Tweedledee's place. See what I can find there. Sounds good. Just keep me posted. In the meantime, I'll see what I can do on this side. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. I hope you're right. Good night, Crane. We'll see you later. Peace. Hello and welcome back to The Wolf Among Us. We're on the way to the office. Oh, hi. Sheriff Bigby. What's that all? Great to see you. I don't know if you remember me. I've seen you around, but you may have forgotten. I know who you are, Flycatcher. You worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Flycatcher. Oh, yeah? Yeah, I mean, it's no big deal. Okay? So, what brings you here? I mean, can I help you with anything? Are you here to see one of the brothers? Dee or dumb? They aren't here right now. I'm not sure when they'll be back. Ah, okay. Would you make an appointment? Because I can let you in if you want to wait. Have you seen a witch come by? Um, I don't know. Sometimes. Really? But... Who is she? Do you know where she lives? Uh, I don't know her name or where she lives, really. She just sometimes drops stuff off for the brothers to deliver. Deliver to who? I've never had any reason to see for myself. Sorry. Pfft. It's been, uh, a quiet night so far. I think the twins are out. Probably working on a case. Sometimes I don't see them for days. They gave me the job after Crane told me to get lost. He said I was just in my life. Dann nimm den mal frei. Gotta stay busy, you know? Why don't you take the night off? That's nice of you. But I can't. I still have to clean their office. Ich mach das. I can let you in if you want. You can wait for them there. Sure. Thanks. No problem. Danke, Froschman. Die Kappe will ich auch haben. Richtig fresh. I'm going to have to take a look around. Uh, well, I guess that would be okay. I wasn't really asking for permission. So sieht's aus. You're the sheriff. I just don't want to get in trouble or anything. Nerv mich nicht. I'm sure it's fine. I mean, they never told me not to let you in. Just keep to the back out of the way. Alright? Right. Dann muss ich doch die Zigarette wegmachen. Okay, alles nach dem anderen. Schauen wir uns von links nach rechts alles mal durch. Hier. Bin ich das? Zielscheibe, der Wolf. Ah, wisst ihr? Was fangen wir denn da? Fangen wir mal ganz unten an. Beauty. Okay. Und? Die heißt auf Deutsch Bell. Voll unnötig. This is worse than I thought. Hm. All am Schulden. Shit. Oh, es ist hier. Branigan. Detective Branigan? Hm? Keep an eye on her. Okay, die merken wir uns. Cinderella. Und auf Deutsch Cindy. Hm, Cindy ist verschwunden. Okay. Was kann er zu Crane sagen? Was für Akten gibt's denn? Ichabod. Das ist einiges. Das ist einiges. Crane hired them to look for a photo. So, why did he want it back so badly? Welches? Donkey skin. Esels Gesicht. Eselshaut. Donkey skin. Und zu Deutsch sagen die, die haben es mit Dingen Eselsfell. Übersetzt. Okay. Eselsfell. Das ist einiges. Du kannst doch gar nichts sehen! Okay, erklär mir mal. Wie meinst du das? Hmm... Sicher, Flycatcher. Oh, schön die Hüte aufgehängt. Ein kleiner Basketballkorb. Für die Papierkugeln wahrscheinlich. Der Ventilator ist schon am Laufen. Okay, kommen wir zu den Fakten. Öffne mal die Zigarrenkiste. Ein Schlüssel. Und was ist hier? Schau dir mal die Briefe an. Big B. Ja. 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 Ich finde genug. Ich sage nur... Schau. Trust mir an. Tweedledee und Dumb sind nicht nett. Sie helfen niemandem nicht. Well, sie helfen mir. Okay, großartig. Sie helfen dir. Das ist eine Person. Jetzt bitte, lass mich hier konzentrieren. Was ist hier los, Mann? Lollis. Was für Lollis? Nicht anfassen. Und hier, was ist denn da los? Jetzt wieder für Passteingang. Dear Brother Dumb. I hate dogs and you know it. Sincerely Brother D. Couple of Freaks. Das war damals wohl Whatsapp. Was, wenn du sie falsch bist? Ich bin nicht. Sie sind falsch verstanden, sicher. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was die Leute sagen, über sie ist wahr. Ich meine, du weißt, wenn ich darüber denke, Sie sind nicht so unterschiedlich. Sie helfen Menschen, und sie helfen Menschen. Nicht, dass es nichts von meinem Geschäft ist, aber ich wollte nur sagen, du weißt, gib ihnen eine Chance. Die Leute können dich überraschen. Ist das das, was du denkst? Bigby? Shit. There's something here. I know there is. There has to be. Why would there be anything to... Because they're lying to you. Okay, Flycatcher? That's why. They aren't detectives. They're hired guns. Hitmen. Bigby? What happened to your... Oh, Mann. You wanna know what this is? This is them showing up to Lily's funeral with fucking shotguns. I'm sorry. I'm sorry. I... I didn't know. Holly and Gren both got injured. Snow White nearly got her head blown off. Do you get it now? Wenn ich so rede. Glaubst du bitte? Froschfresse. I didn't mean to... Sei nicht beleidigt. There's a door behind this file cabinet. Ooh. I don't know what they keep back here. But it might be what you're looking for. Okay. Well that key you found should work. Ohhhhh. Ohhhhh. Da passt ja alles zusammen. Schau dir erstmal alles an. Und jetzt öffnen wir den Schloss. Und jetzt öffnen wir das Schloss. Mach mal Bigby. Mach mal schneller. Komm schon. Bei dich. Komm schon, Fliegenfänger. Komm mit mir. Du musst mich beschützen. Mit dem Besen. Geh mir runter. Resident Evil mäßig. Hm. Ein Untergrundbüro. Sieht sogar aus wie ein Bunker. Wow. Achso. Er war jetzt noch nie da drin, oder was? Er weiß von der Tür, aber er war noch nie hier drin. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Päckchen. J.O. D. Ich hab ein O gelesen. Wer weiß. Vielleicht später. Guck mal, was kann man hier noch alles sich anschauen. Okay. Dann gehen wir mal. Das nächste Päckchen. Das nächste Päckchen. Hm? Was ist das? Ja, red mit mir, Junge. Und was ist das jetzt wieder für ein Päckchen? Ich bin sorry, ich weiß, ich bin late. Ich bekomme es dir bald. Ich bekomme es dir bald. Ichabod Crane. Hä? Mit nach? Wer hat er Geld an? Der Kräckchen. Der Kräckchen. Der Kräckchen. Der Kräckchen. Weißt du, was das ist? Komisch. Steck mal die Geldrolle ein. Kann man vielleicht noch gebrauchen. Oder als Druckmittel verwenden. Ist das, was du brauchst? Ich glaube nicht. Aber es ist interessant. Hier gibt es noch mehr. Ich muss trotzdem diese Wäsche finden. Okay, schau doch einfach mal weiter. Kann ich jetzt weiterschauen, oder was? Hey, Bigby. Was ist? Guck mal, dass ich zurückgekommen kann? Ich bin zurück in die Wäsche. Seitdem Crane mich verlassen hat... Ich meine, ich kann trotzdem hier arbeiten. Aber ich glaube nicht, ich will jetzt. Ich will nicht mit schlechten Leuten arbeiten. Du weißt? Du und Snow. Du bist schön. Du solltest mit Snow. Vielleicht gibt es etwas, was sie für dich tun kann. Wirklich? Das wäre... Danke. Es ist Snow's Haar. Krass. Und jetzt hier auch. Und jetzt hier auch. Meinst du? Sollen wir da hingehen? Meinst du? Sollen wir da hingehen? Snow! Business Office? Ich weiß, wer sie ist. Bigby! Ich bin hier gerade gekommen. Ja, ich auch. Es ist Nummer 23. Ich habe es noch nie gesehen. Oder zu früh. Ja, ich weiß. Hm. Das ist es. Alles klar. Wie willst du das machen? Brich die scheiß Tür ein. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Snow ist da. Und wo ist der Fliegenfinger? Der muss jetzt weiterputzen. Um ihn kümmern wir uns später. Vielleicht geben wir ihm einen Job. Okay, lauschen wir erst mal. Ist da jemand? Michael Jordan? Ich höre nichts? Wenn jemand da drin ist, dann bin ich sehr ruhig. Vielleicht ist LeBron da drin? Oder MJ? Klopf mal lieber. Polizei! Machen Sie bitte auf. Hallo. Hi. Sind deine Eltern zu Hause? Sie öffn mich ab. Haha, voll süß. Sorry about that. Ist etwas falsch? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es ein Munchkin ist. Achso, Dorothy. Es ist nicht. Das ist nicht. Schmerz. Wer bist du? Rachel, wer bist du? Ganz gut. Und dir? Ganz gut. Ist da etwas, was du willst? Ich glaube nicht, dass ich dir wirklich helfen kann. Darf ich mich umsehen? Rachel, Sie hat nicht mal Ja gesagt. Ich bin hier all die Nacht. Niemand hat hier. Wir werden sehr schnell sein. Und er wird nichts zu tun. Sie hat nicht mal Ja gesagt. Krane. Ich bin nicht in den Schwert. Was sind wir speziell suchen? Krane. Sie können immer hier sein. Hmm. Schauen wir uns um. Vielleicht verbirgt sie etwas. Verheimlichst du uns was? Wie lange hast du dir gedacht, es wird es sein? Okay, ich kann nicht mit ihr reden. Geh mal direkt zum Schrank. Vielleicht ist er da drin. Hallo? Hallo? Ah, eine Lieferung. Eine Butcher. Was ist das? Eine Package. Das hat mit jemandem, der der Butcher nennt. Ich sah einen genau wie das, in der Tweedle's Office. Hmm. Butcher. Nicht hier. Es gibt niemanden hier, aber ich. Ich. Ja, glaube ich dir angeblich, aber ich will mich hier trotzdem mal umsehen. Rachel. Wo hast du deine... Let me guess. Big Band oder Klassiker? Honky Tonk. Ich bin nicht für den Tast. Honky Tonk, Mann. War ein Wrestler in den 80ern. Ach. Ist das deine Mutter? Mhm. Ganz schön alt. Also, in der Relation zu der kleinen Tochter. Nein. Hm. Hm. Wie gesagt, sie gestottert. Hast du noch Pets? Nicht technisch. Ein paar Goldfische. Es ist ziemlich rare, einen Burner zu sehen. Daudi. Das ist, wie wir es lieben. Ach ja. Ach ja. Hm. Kann ich nichts anwählen. Oh, ist aber ein schöner Baum. Steckt da was dahinter? Ist das Mädchen ein Troll? Oder ist sie ein Mensch? Hm. Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht irgendwo hier oder da auf dem Tisch vielleicht. Solches Kind... Was willst du von mir? Soll ich dem Kind Geld geben? Der Trennwand? Geh doch hin. Ja, geh doch hin. Ich kann's mir nicht anschauen. Jetzt macht er endlich. Sie guckt so verdächtig. Gott, verdächtig. Ich sollte das nicht sagen. Nichts. Ich fahre immer auf diesen Nachmittag. Ich fahre auch. Ich fahre auch. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Bitte? Bitte? Warte mal ganz kurz. Gleich ganz... Bitte? Bitte 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 bitte. Juste put das weg. Genau wo du hast. Nichts, niemand kann mit dem spielen. Es ist gut, honey. Bigby's nicht mehr zu verraten. Nein, du wirst du nicht. Du wirst du nicht. Du wirst du nicht. Wenn du sie herausfinden, dass ich die Leute in hier und sie sie verraten, okay? Sie schauten immer, um zu sehen, ob Dinge gehen. Ich will nicht in Probleme. Ich will vorsichtig sein. Ich bin bereits verraten. Ich werde es nicht zu verraten. Ich will einfach es öffnen. Nein! Es aufhören! Bitte, bitte nicht. Das ist nicht was du denkst. Du musst mir信nen. Der Mann ist nicht hier. Ich verspricht. Es wird nicht okay, Rachel. Bitte. Ich bitte dich. Ich will nicht in Probleme. Ich will nicht in Probleme. Was ist los? Ist sie ein Troll? Ja, hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Krass. Was? Nicht genug spritzhaft? Du denkst, wir haben Zeit, um zu verbrauchen? Du denkst, das ist einiges Spiel? Nein, ich nicht. Aber Glückwunsch auf gewinnen, wenn das für dich wichtig ist. Ja, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Okay, beginnt zu erklären. Und von Beginn. Ich bin in den Häusern, mit einem Jackal und einem Dick. Nicht das. Kein dieser patschenden Witz-Krapp-Krapp wird mich aus dem, was ich von deinem Gälder verwenden. Jetzt sag mir, wo Krann ist. Ich bin ein Fortun-Teller, Wolf. Ich habe keine Ahnung, wo er zu gehen. Du musst etwas wissen. Obwohl du eine Rezepte für Owlstuh. Ich weiß nichts, was dir helfen würde. Du bist fett. Achso, sie hat Facts gesagt. Ich werde dich töten. Nein, deswegen frage ich ja. Sollen wir sie töten? Boah, sie hat aber Kraft wahrscheinlich. Was? Ja, schau ich an das hier und freundlich auf meine Arbeit. Das... Das Witz ist ehemal für eine Familie. Es ist Teil der Familie und es ist das einzige, die bei den ganzen Schrapp-Krapp-Krapp-Krapp. Und die Fables, die nicht bekommen die Glammars von dir, kommen mir vor mir an Hilfe. Without sie, wo sie können? Was? Oh, keine Witz. Du hast Geld gemacht, von anderen Menschen. Die 2 Fables sind tot, weil dieses Schrapp. Es ist zu gefährlich, diese Sachen mit ihr zu lassen. Du denkst, dass ich die alte Frau in diesen Storien mag? Die Männer sind Hörer, die Frauen sind Hörer. Und die alten Hörer, wie ich, können alle, die sie lieben, sterben. Wir haben sehr unterschiedliche Wäsche, um unsere Feuze zu behandeln. Sehr unterschiedliche Wäsche, um es zu behandeln. Und ich benutze sie nicht als Abschluss, um Menschen's Leben zu verbrechen. Entschuldigung, Sheriff, aber bitte. Das mach ich nicht. Es ist nicht ein anderes Weg. Sie ist eine Wäsche. Kann sie nicht nur für uns arbeiten? Damit wird sie offiziell. Wollt ihr, dass sie für kriminelle Gehäuse verbrechen? Wir können nicht auf diese Frau auf der 13. Klasse. Es ist egal, denn ich würde es nie tun. Ich bin kein Hauskatt, und ich spiele nicht mit anderen. Oh, glaub mir, niemand würde dich verbrechen für ein katteliges Wäsche. Bigby, das ist eine Ordnung. Börn den Baum. Nein, schau, schau, ich erzähle dir, ich erzähle dir. Oh. 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 Ach so? Entschuldigung, aber... Wir können noch nicht, dass du den Baum nicht verbrechen lassen kannst. Es wird nicht richtig sein, nach dem, was passiert. Bigby. Bitte, Sheriff. Nein. Heute ist dein Glück, Greenleaf. Ich versuche dich, als der größte Gehäuse in der Beschreibung. Bigby! Die Gehäuse sind da, wird sie weg von Problemen. Und wir haben eine Glamour-Sortage, wie es ist. Es macht das größte Sinn, Snow. Genau. Sorry, Snow. Aber wir müssen es tun. Und wir müssen deinen ... Bower down. Bower down. Bower down! Bower down! Bower down! Bower down! haben wir eine Zauberin. Juhu. Oh, immer, immer ein Regen. Crane! Wo bist du? Sheriff, ist es etwas mehr, was ich mit dir helfen kann? Ich habe entschieden, dass du einen Tast der Wehrer möchtest. Oh, ich sehe. Komm, du bist eine Tastatur, du Scheiße. Wo ist Crane? Ichabod Crane? Was hätte dieser Nerd mit einem Ort wie dieser? Tell mir, was du weißt. Jetzt! Hey, du kannst nicht einfach in da. Wir haben ein Problem. Oh, was für ein Handy. Hey. Hey, hey. Okay, zieh zurück. I didn't do anything. I promise you, I didn't do anything. These girls, the girls, they'll back me up. I just have to get this stupid ring working, that's all. They can't talk because of that spell. But once this ring gets through, I'll know what's going on and this whole thing will be over. That's all. Please. I'm innocent. Completely, completely innocent. It's just, just let me show you. No one's ever talked the way out of an execution, Crane. No, 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 really, this will work. I tell you. Ach ja? Crane, das funktioniert nicht. My lips are sealed. Hm, was weiß sie? Jetzt weiß er wenigstens, dass der Ring nicht funktioniert. Crane, was ist los? Mr. Burns? How many years? What? How many years has this been going on? Too, too many. But I didn't kill those women, Bigby, please. I had nothing, nothing to do with that. I just, I, it just, oh God. We found the photos of you and Lily. I know, I know, that's, that was, I just, I just love you, Snow. I love, I love you and, and I'm sorry, I'm not Prince Charming, okay? I'm sorry, I didn't cheat on you and run away to Europe. You don't love me, Crane. I know what this is. I've seen it before. Was denn? It's not love. Es ist Besessenheit. Wie der heimlich unter den Rock schauen wollte. Hahaha. Bigby? Yeah? I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? Yeah? he's schon armzellig. He's not, he wouldn't be brave enough. He's not to put his stamp on the world like that. He's a disgusting coward, not a murderer. Thank you Mike here. It means so much. Shut up. Don't talk to me. We've been chasing this guy. Just why now? Because look at him. It's armzellig. He said he found evidence of him defrauding Fable Town. Of using our money for his own ambition. That's one thing. But don't you have doubts he's a murderer? We both known him for so long. I can't believe I'm hearing this. Did you see how he was acting when you showed up? Yes, I know how this... Why would he even come here if he wasn't covering his tracks? He thought he was being framed. And maybe he is. This fuck-up knows more than he's saying. I don't, I don't. Yes, okay, he probably does. But there's a difference between being involved and being the guy who did it. Okay, but if Crane didn't kill Faith and Lily, I'm sorry, but who the hell did? There, there, there. There. You know, when I saw you come back here, I thought this was over. Now, I know, and I'm sorry, but... This whole thing is bigger than Crane. He wouldn't have the stones to send the Tweedles after me. Somebody else is involved. Oh shit. Aber wer? You've been stealing money from Fable Town for years, haven't you? Deep. Yeah. It's in a little lock. We're not going to kill you. So quit your shivering. Der hat sich in die Hosen gekockt. Ichabod Crane, you are under arrest for the misappropriation of Fable Town funds. You have the right to counsel. The right to depose witnesses. But as of right now, you're coming with us. Steh auf. The fuck up. Now. I guess we know who's in charge, Sheriff. Sometimes it's fuzzy. You have what it takes to run that office. You think I didn't make sacrifices. I made sacrifices. I said, and you won't be in that chair one minute before you have to give up something you care about, just so that wheels don't fall off the goddamn wagon. I did the best I could with what I had. And the town took everything it could out of me. If I maybe took a little something back and return, then so be it. I have no regrets. Why are you? I keep that trap of your shot. Bereust du es immer noch nicht? So. Obwohl, ich habe ihm einen Gefallen getan. Jetzt wird die Nase auch ein bisschen korrigiert und ein bisschen kleiner gemacht. Passt dann eher zum Gesicht. Da hat er nicht mehr so eine große Nase. Krass, ich habe ihm eine Schönheits-OP kostenlos von der Krankenkasse besorgt. Ey. Sowas wäre man ein Gefallen. Okay, Crane. Ey, Ruhe. Fresse halten. Was? Was ist? Nochmal bitte? Ah, dachte ich mich schon. Was ist Drive-By oder was? Machen die jetzt einen Drive-By? Und die Lichter sind auch aus. Kommen die jetzt her oder was? Ey. Hau ab. Ey, der rennt weg. Ah nee, doch nicht. Sah ihm so aus. Okay, die versperren uns den Weg. Hä, was passiert hier? Soll ich jetzt alle kaputt klatschen oder was? Ja, kommt mal an der. Oh. Wir wissen das. Hi. Was hast du da? Detective. Und die beiden Brüder. Die sehen aus wie Bisasam, aber egal. Schönen. Ja. Das ist für Angst! Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary This is my job Nerv nicht, Leute. Ich habe hier gerade jemanden verhaftet. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. What the fuck? Ich konnte gar nicht mehr ausweichen. Hä? Wollt ihr mich zerwaschen oder was? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Steh auf, Bigby. Hey, steh auf. Komm schon, raste aus. Was soll ich machen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Boah, der verwandelt sich jetzt. Hä? Krass. Krass. Ich fick euch jetzt. Stirb. 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 Du auch noch, hä? Es ist vorbei. Bloody Mary, du bist die nächste. Was ist? Komm her. Renn doch lieber weg, Fettsack. Fuck you. Over it. Ich lasse dich leben, denn irgendwann werde ich dich trotzdem töten. Wenn es noch was ankommt. Du hast mein Wachsicht gesehen, Snow. Das bin ich. Bloody Mary, was willst du jetzt von mir? Nein. Hat sie... Oh Gott, Bigby! Dieser Schuss hat ihn erwischt, oder was? Aber, du weißt, es ist einfach nicht, wann es enden kann. Sind das spezielle Kugeln, oder was? Mit dem Symbol. Also eine spezielle Axt, wahrscheinlich. Komm schon, schneller! Hey, das geht in mir nicht. Hey, schau, ich weiß, es klingt ridiculous, aber wirklich, Leute... Kopf, schau, 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 schau. Können Sie mit diesen Resultaten antworten? Weil ich weiß, dass ich nicht kann. Scheiße! Warte! Stopp! Snow! Du musst das nicht tun. Natürlich musst du das tun. Wer ist es? Ist es der Boss, oder was? Mit leuchtenden Augen. Ah, der krumme Mann. Hallo, Ichabod. Du hast einen Stomachschmer. Ist es ja so wichtig, dass sie ihn brauchen. Was hat sie für spezielle Kugeln in der Waffe? Dass es ihn erwischt hat. Und die spezielle Axt. Oh, und nur zwischen uns Mädchen? Crane ist kein Kieller. Ich meine, schau auf seinen Gesicht. Können Sie einen Pädel, wenn seine Leben beteiligt. Danke für die Info. Dann müssen wir ihn also retten. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ich werde dich kriegen. Ich krieg dich noch. Keine Sorge. Ich bin sicher, dass wir uns in Kontakt sind. Ja, klar. Ja, ja, wir sehen uns. Wir sehen uns. Und dann, wenn wir uns sehen, werde ich dich töten. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wow, okay, ich glaube, das war's mit der Episode, oder? Ich werde dich auseinandernehmen. Ich werde sie richtig auseinandernehmen. So richtig. Das nächste Mal bei The Wolf Among Us. Er ist glücklich, dass er hier sein wird. Und er wird es nächste Mal sein, wenn er so weitergeht. Ach, ja? Ich brauche ihn. Was willst du darüber sprechen? Ich wollte nur, ähm, über die letzte Nacht? Nachdem, was sie dir getan haben, kannst du sie auch nicht stoppen? Ach, der Schwein. Der Frosch. Der Affe. Ich muss mich wieder verwandeln, anscheinend. Okay, ich werde sie so auseinandernehmen, die Leute. Schauen wir uns mal die Entscheidungen an. Hast du Snows Trauerrede unterbrochen? Ah, interessant. Ich und 80,7% der Spieler haben sich entschieden, Snows Trauerrede nicht zu unterbrechen. Was ist das hier? Welchen Ort hast du zuerst untersucht? Ich und 40,4% der Spieler haben zuerst die TripTrack Bar untersucht. Okay. Das ist die Mehrheit, die knappe Mehrheit. Okay, 19% sind ins Büro gegangen. Und 39% bei Crane. Hast du Fliegenfängen einen Job angeboten? Krass. Boah, fast 100% der Spieler haben Fliegenfängen einen Job angeboten. 96,1%. Hey, vielleicht kann man ihn ja noch gebrauchen. Hast du Greenleafs Baum verbrannt? Ah, okay. Also auch hier die absolute Mehrheit eigentlich. Wir und 79,5% der Spieler haben Greenleafs Baum nicht verbrannt. Und wir waren auch die Mehrheit. Ah, das ist interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Dumb Tweedle wurde von 55,8% der Spieler nicht getötet. Hallo, beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Weiter geht es mit Episode 4 im Schafspelz. Viel Spaß und los geht's. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in Glamour? I can't finish the mirror. It's missing a piece. Crane must have taken a shard with him. The open arms. Enjoy your stay. Thanks, Bigby. And thanks for covering for me last time, too. Bigby? How could you do this to me? I guess I finally see you for who you are. Tell me who did it. Just tell me who did it. I know you know. I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? Schweine. It was a good show. But, you know. Just take him, okay? Take Crane. Oh, Bloody Mary. Das war mal ein Cliffhanger. Sie ist interessant. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh, da hat sich wohl einer erholt. Oder ist jetzt noch eine Rücklinde. Oh, da ist jetzt noch eine Rücklinde. Krass, da ist schon Albträumen von hier. Was ist denn das für Wörter? Ja, Bigby. Ich bin hier in Ordnung, mein Mann. Ich habe gedacht, ich hätte es getan, bevor du warst. Aber es gibt nichts, was ich tun kann für die Schmerzen. Nur bleiben Sie und lassen mich zu Ende. Swinehart, wie schlecht ist es? Nicht das Schlimmste, was ich gesehen habe, aber ganz nah an. Ich muss sagen, dass du sogar meine Fähigkeiten testierst, hier. Bigby, nicht mehr so. Doktor! Ich bin ein bisschen engagiert, um seine Leben auf dem Moment zu retten. Wenn die Extremität ihm so viel interessiert, er kann es sich selbst setzen. Rein damit, komm schon. Wie das aussieht. Ich habe gerade gut mit gespült. Was gespült? Was habe ich gespült? Vielleicht wird er dich hören. Ich weiß nicht. Ich kann dich hören. Ich kann dich nicht hören. Okay, Doc. Boah, Snow ist total voller Blut. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Ich weiß es zu schätzen, Snow. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Hey, Doc. Wie viel länger? Colin, lass ihn sein. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Denn ich habe mal eine Vette gesehen, wie ein Turtel zusammengebracht, in zehn Minuten lang. Colin, du solltest gar nicht hier sein. Oh, wirklich? Wo soll ich sein? Ich bin hier, um meinen Freund zu beschäftigen. Könntest du bitte nicht den Doktor entdecken, während er meine Beine öffnet hat? Ja, das wäre hilfreich. Und? Wie weit bist du? Sehr gut. Es ist Zeit für die Lichtbewegung, wenn er weiß, was das bedeutet. Er weiß, was das bedeutet. Es hat nur... ein ungewöhnliches paar Tage. Ich weiß, aber bitte, nicht ihm die Entschuldigung. Sein Körper wird er endlich ausgeben. Geh vor ihm, bitte. Ich werde. Er braucht Rest, ich glaube. Schlapp, meistens. Schau auf. Hallo. Ich kann euch immer noch hören. Ich kann dich immer noch hören. Auf jeden Fall. Schau auf, wie sie sagen. Frau White, Sheriff? Colin. Swiney. Danke, Swiney. Tolle Arbeit. Doc. Und Snow. Ich weiß es echt zu schätzen, dass du auf mich aufpasst, ja. Sympathie-Level. Über 8000. So. How do you feel? It's Bigby, Snow. He'll be okay. Hell, I seen him take worse. Not much worse. Not as good as can be expected. I think. So, not well then. I'm glad you're not dead. Ich bin auch froh, dass du nicht tot bist, no. Die Sache mit dem rollenden Kopf. You, uh, you stopped breathing, you know. When you passed out or, or died, I guess. Sorry, dass du's mit ansehen musstest. It, um, it kind of scared the hell out of me. I've never seen you like that. And when Swinehart arrived, you know him. He's never worried. And even he thought you were, I don't know. It was just awful. Snow, I'd never leave you. Niemals. Yeah, you were really fucked up, man. It'll look like when you take an action figure and bend its limbs the wrong way. Halt's Maul. I'm just saying, I was worried about him as all. The guy hasn't had a night's rest and days. We'll all get some rest when this whole thing is done. What whole thing? What's even happening out there? I mean, do you guys have like a plan or something? And who should I be asking? Can I be worried about the crooked man taking over? Or is Crane still the thing? Snow's the boss. She'll know what's best for the community. Thanks. The crooked man came out of the shadows for a reason. For him to attack us so blatantly like that. He either feels invincible or desperate. Well, if those are my two options, I don't think I'd pick desperate. What do you mean? You traded Crane to save Bigby. I'm just saying, that's not exactly something you do when you're playing with house money. So he called my bluff. It's not like I'm gonna let Bloody Mary just murder- It was a split second decision. And I don't care how it looked. I'd make it again and twice on Sunday. Alright, I'm not faulting you. Yeah, uh... Thanks, Snow. For all that back there. No problem. Thanks? You're not pissed that Crane's flown the coop? Or that the crooked man thinks he's got snow under his thumb. We're all mad about it, Colin. But it's not like we had a strong choice in the matter. You weren't there, Colin. So just drop it. Okay, okay. All I care about right now is... Just what does the crooked man want out of this? I thought he was just a loan shark. But clearly, he's operating in other circles. It can't just be about Crane, right? Getting him out of town? Is this all about the murders? Crane can't be useful to him anymore. So what could this have to do with Faith and Lily? How long has this stuff been going on? You know, I couldn't really give a shit what they want out of this. They just made the wrong fucking enemy. Remember what Swineheart said, okay? Kind of angst. The crooked man. Declared war against us last night. At least that's what I thought when it happened. But now I see this war has been going on for years. We just haven't noticed it because our way of doing things is broken. We need to do things the right way. What does that mean, the right way? What do you think I mean? I don't know. But it suspiciously sounds like your way. Bigby's the one on the front lines. You can't give him a leash. He doesn't work that way. Look, I know things haven't gone great recently, but we're still doing our best. That's not good enough. So, starting now, we do everything cut and dried. By the book. Straight as an arrow. Pure wrist driven snow. I'm not saying I'm the arbiter of... Sure you're not. This town has enough monsters. What happened last night, what you turned into, it can't happen again. We need monsters. To fight monsters. Colin, if I really believed that we needed him to lose his flippin' mind at a moment's notice... I'll do better. We'll do better. We have to be better than them, or... What's the point? Right. Exactly. Thank you. Okay, that's... I'm sorry that I have to bring all this up, but... I think it's important. Look, Bigby. I care about how this is done. Just as much as I care about it getting done. So for that, you want to give him a handicap? Like the bad guys will worry if shit gets sloppy. Everybody wants Bigby to smile and shave and take a shower now and then. Hell, I'm practically the president of the Bigby Don't Be Such A Dick Club. But this is the wrong fucking time to put shackles on him. Well, at least someone understands. Thanks, Colin. He'll get the job done. Just let him do it. I'm going to... I'm going to let you do it. Okay? It's just that... Now that I'm deputy mayor, I need your respect. And this situation has to end... What situation? All unglamoured fables starting today have to go and stay at the farm. Oh, give me a fucking break! Wow. Are you gonna let her talk to me like that? It's been the rule for a reason, Colin. And Bigby knows it's for the best of the town. Look, everyone just calm down, alright? I'm perfectly calm. I'm not! Tell me right now, what's it gonna be, Bigby? Was? Soll ich jetzt entscheiden, oder was? Geh da mal ran. Wolf's residence. That's rude. Oh, Buffkin, what is it? Okay, I'll let him know. Thanks. Guess who's waiting in your office right now. Wer? Pamela Anderson? Nerissa. Nerissa? Yes. What? Apparently she told Buffkin that she has something she needs to talk to you about. But that she'll only tell you. And what do you think that could be? Oh, Bigby's got an admirer. You always do well with the disenfranchised. She knows something. She's helped me a little with the case. Maybe she has something else. Maybe she does. I should get back to the business office. I've left Buffkin alone for too long, taking calls. See, what chick is on Snow? And I should probably change out of these clothes. Oh, yeah. Sie haben erst mal alles auf. Consider the discussion tabled, but not over. Let me know, when you're done with Nerissa. Aye, aye, Captain. Okay, Chef. Bye, bye. She's a piece of work. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Wenn's sein muss. I mean, she seemed real serious about it. But I can still hang out here, right? The rules are the rules. I don't get to make them, I just enforce them. Bull. Shit. You give favors all the time. I know you do. Yeah. Well, I think I ran out. Ach, Schweini. Colin. Ich schmeiß dich so schnell nicht raus. Aber was sein muss, muss sein. Okay, der hat Schmerzen. Aber du musst es durchziehen, Bigby. Hol dir paar Ibuprofen. Hallo, Nerissa. Oh. Telltale Gangs, präsentiert. Eine Telltale Story von Dan Martin und den zweiten Namen konnte ich nicht mehr lesen. Regie. Kent Moodle. Their Wolf. The Wolf. Among Us. A-Woo! A-Woo! Episode 4 Im Schafspelz Willkommen zurück zu The Wolf Among Us Hallo Narissa Hi Sheriff Hey Na Wie der so farrogan macht Der ist voll schüchtern Schönes Kleid Geht's noch kürzer? Der Ventilator läuft Was hast du auf dem Herzen, mein Kind? Na klar Ein paar Kratzer Ich hab Schlimmeres erlebt Ups Ups, ich hab vergessen zu drücken Jo, pack mal die Flipper aus Willst du auch eine? Huff and Puffs Nicht viele Leute smocken die Was für dich hierher, mein Kind? Danke So, was ist das, was du mit mir sprachst? Ich weiß, was du für mich hast Sending mich zu den Ökern Und ich denke, du willst mir wiederholen Es gibt nicht viel, was ich mit mir sprachst Du kennst das Also, der Spellcrane versucht zu verbrechen Ich denke, es ist nicht nur während du auf der Arbeit Was, was du bist? Ich habe immer wieder Ich will nicht zu Hause, aber ich will nicht zu Hause Aber ich will nicht zu Hause, was du auch Ich habe in der Dressen Als Pudding & Pie Ich habe dir erzählt, was ich an, und du hast einen Weg Du hast mich zu beheben Du hast mich nach den Begern Vielleicht wird es wiederklar Du kannst es versuchen. Ich habe nur... Gehe weiter. Es könnte funktionieren. Crane war nicht der Mörderer. Die open arms war ein Setup. Und du hattest mich dort. War es jemand anderes, den du mich dort finden wolltest? Komm schon, rede! Rede! Rede oder Nutsch? Rede oder Nutsch? Nein, ich glaube nicht. Manchmal müssen wir unsere Weg durch das Leben selbst finden. Graspen und füllen in der Nacht. Ich... Ich hatte Freunde, die mir meinen Weg finden. Aber jetzt sind sie weg. Und ich weiß nicht, was zu tun. Geh doch auf Tinder. Dann findest du neue Freunde. Ach, was sag es mir? Du kannst mir vertrauen. Ich bin nicht sicher, wie ich kann... Oder du sagst, dass du einen Freund brauchen musst. Du kannst mir vertrauen. Was ich sage, ist, dass Freunde wichtig sind. Und ich... Ich habe nichts mehr. Dann ändere mal deinen Charakter. Vielleicht schlägst du daran. Ich hoffe, du schaust nach dir. Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin. Du bist halt ein Mensch... Jahrhundert. Du bist nicht 저�isch. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist eineinige. Du bist eineinige. Wer탄es, du bist eineinige. Nervisal! Ich schwör. Sag es doch endlich. Pass los. Ich muss dich wissen... Ich will, mir zu helfen, aber... Aber... Lass dir Zeit. Es ist okay. 52 Mal. Hat das schon ein paar Mal gebracht. Du kommst hierher und redest nicht. Du kannst mir nichts erzählen. Es ist das Rippen, nicht wahr? Was hat das zu bedeuten? Was kann ich tun? Komm schon, Bigby. Lass dir was einfallen. Kann man es vielleicht einfach abziehen? Kann man den Zauber irgendwie brechen? Das Zauber, das Crane gesprochen hat. Ist es überhaupt kein Weg, um es zu brechen? Ist es etwas, was ich tun kann? Nein! Das Zauber ist aus! Was? Du kannst! 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 Es ist okay. Ich werde nichts machen. Bitte. Du kannst! Du kannst! Alles klar. Ich schalte Abstand. Aber was können wir tun? Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Also die Rippen. Wenn du sie auslösen kannst. Was passiert? Dann sterben sie, oder was? Ich tröste sie. Vielleicht geht danach noch was. Wenn die Sache geklärt ist. Ich bin für die Stande, Rissa. Geh unter den Tisch! Versteck dich! Das ist wahrscheinlich Snow. Oh, Treuer! Oh, Treuer! Hör! Sheriff! Kannst du diese Gespräche zwischen uns halten? Ich könnte in viel... Trouble sein. Ich sollte nicht mit dir sprechen. Bitte. Ich werde niemandem erzählen. Nehm dich. Danke. Ich erzähle es aber, Snow. Ups! Wir haben nichts getan! Ich schwöre es! Entschuldigung. Ich muss nur mit dem Scherriff sprechen. Bitte entschuldigen Sie uns. Eine Minute. Ich könnte Ihnen eine neue Leitung für Sie, aber ich weiß nicht, wie gut es ist. Beauty and Beast called in der Office. Sie sagten, sie wollen Sie mit dir sprechen. Ich weiß, ob sie über Kräin gehört haben. Danke, dass Sie hören können, Scherriff. Du sollst auf deinen nächsten Geschäft gehen. Ich glaube nicht, dass du dein Zeitpunkt wirst. Ich glaube nicht, dass du dein Zeitpunkt wirst. Wait, du musst nicht gehen. Gell? Bleib doch mal hier. Du hast mir überhaupt nicht weitergeholfen, Narissa. Das war... ...abrupt. Und absolut merkwürdig. Eine Message. Was hat sie gesagt? Du denkst, dass es etwas zu tun ist? Ist das der richtige Ort zu schauen? Was können sie wissen über den Kräin? Oder du denkst, dass sie das letzte Mal gehört haben? Und sie... ...sacreden, was passiert ist? Well... Whatever es ist... Ich bin sicher, dass sie eine Sache haben. Genau. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Genau. Ich bin sicher. Nachher. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ich dachte, da wäre jetzt jemals drin. Und jetzt? Und jetzt? Ich will, dass du bei mir bleibst. Aber okay. Bis später. Snow. Ab dich, lieb. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Wir sind auf dem Weg zur Wohnung von Bell and Beast. Beziehungsweise Beauty and the Beast. Aufmachen! Kriminalpolizei! Oh. Was willst du? Mach die Scheiß Tür auf, du bist. Well... You're just going around knocking on doors? You called, right? Or, uh... Was is it beauty? Why would I call you? Mach die Scheiß Tür auf. Hey, listen. I've had a shitty night. You think you're the only one? And I really don't want to deal with the runaround. Snow said you called and wanted to talk to me. Well, I didn't call. Must have been beauty. She's been surprising me a lot lately. Can I... So have you, Bigby. Yet, with all the sneaking around and secrets, somehow I'm still the bad guy in this. I had to hear about it all night long from her. Soll ich dich wieder schlagen, Beast? Who is it? Who's there? Beast? Who's at the door? Are you gonna let me in or what? Natürlich macht er auch Angst vor mir. Ich hab ihn das letzte Mal geklatscht. Hi, Bigby. Please excuse us for just a minute. Kein Problem, Beauty. Can I talk to you in private? Yes. Let's. Okay, lass die beiden Turtel-Täubchen mal ein bisschen quatschen. Wir schauen uns hier mal um. I guess I really do have the smallest apartment in the Woodlands. Hehehehe. Tell, you're going to make a problem out of this. What are you doing here? We don't need to go into this. Beast. Is there Ashes drin, or what? Das Bild, voll geil. Hm. Talk about living in the past. Well, I trust him. Of course you do. He just gave me a secret for you. It was one other thing. Do you want to keep fighting about that? Or do you want to try to sort this out? All I'm saying is that we can handle this on our own. Okay, here can I just do it. And answers. That's why I call it. Can I do anything else? But we need to talk to you later. Oh, I can't see anything. What's going on here? What's going on here? There's nothing to see, man. There's nothing to see. Or am I blind? Or am I just going to wait until the conversation is finished? It's been a long night. Yeah. You know what they say. Centuries of marriage come with Centuries of baggage. I have to say. Your place? It looks... expensive. What do you mean by that? Beast! No, really. I want to know. What are you trying to say, huh? Did you come to give us decorating tips? I thought you were having money problems. But it doesn't look like you're suffering to me. Is this something about that loan you took out? From the crooked man? I didn't know what else to do, so... We should deal with this on our own. Bigby's just going to complicate things. I called him here, and I want to see if he can help us out. Why are you being like this? I'm just trying to do what's best for us. That's all I ever do. Well, what kind of trouble are you in? Either it's the money, or it's something else. Come, read it. I gotta know one thing first. What if we did have something to say about the crooked man? What if we talk, and you don't get it? And all this comes back on us. We'd be risking a lot. We've seen what happens when you cross the crooked man. And I don't know if it's worth it. If you can't give us certain... Assurance. We're just looking for a little piece of mind in this. I can protect you. But only if you tell me what I need to know. And that means details. No more stonewalling. We aren't. Just tell me what's going on here. Look, we're used to a certain kind of lifestyle, okay? We couldn't just give that up. We never meant for it to get like this. It's just that... We had nowhere else to turn. And we got in over our heads. There's not a lot of work out there. Who would we be if we just lived like... Wie wer? Komm, geh mal ran. Komm schon. Hi there, you've reached beauty. And beast. And we're out doing something fabulous. Let me just... A day at the beach? Skiing the slopes? And we can't come to the phone right now. So leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... What the fuck was that? I don't worry about it. Probably just a wrong number. Who was that? You know who that was. Don't hold out on me. We've been getting horrible phone calls. It's the crooked man's people. Trying to collect. And we aren't safe. Even in our own home. We owe some money. What does that mean? Something. All I care about is... How can I find the crooked man? Who do I talk to? Where do I go? Yeah, man läuft mit diesen sensiblen Sachen. That's where I borrowed the money. The crooked man's behind that place. I imagine. I'd overheard people talking to Jersey about loans before. So... When I needed money... That's where I went. I didn't know what to do. Wait. Who do you deal with? Jersey. You know. The Jersey Devil. Oh yeah. That slimy prick. I didn't realize he was back on this side of the river. And those tweedles were always going in and out. Probably... Dropping off a loan payment they squeezed out of some poor fable. But never the crooked man. Mainly it's just regular fables. I can see now that it was a mistake. But... I'm not the only one who goes there, you know. I saw the woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. I can't imagine he has a lot of marketable skills. Fucking Bloody Mary must go through there. She had Woody's axe last night. Trying to chop my damn head off with it. Maybe if you go there you can... Sort some things out. I guess I'll go check out the lucky pawn. If I can't track down the crooked man there... Maybe I can make enough noise... That the crooked man will come find me. Hold on, Bigby. Don't go there. Sounds like you're just going to get beauty in trouble. And... What and? You know that butcher shop, the cut above? Yeah, and? It's the place on Tubman Street. Same block as the baker and the candlestick maker. Yeah, yeah, genau. And now? Well, I've been delivering packages from there for a while. The thing is, it's for the crooked man. Kokain? And I don't think it's meat in the packages. Well, what are you delivering? What's going on there? How does this fit into the crooked man's operation? I couldn't tell you. But I do know this. It's the only meat market in town that doesn't carry filet. I'm not sure how much actual butchery goes on there. How did you get involved with this? Johan the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal, Mary, who showed up to pay me. She said I was reliable. She liked that. And? It's the only thing I've been able to pick up. And it's still not enough. I don't want beauty to have to work. Especially not where she was. It's Mary you deal with? Bloody Mary is there? No. Johan is the one who hands over the packages. You know, day to day. But I've seen her around there. She, uh, gets under my skin. You know, I- I try to avoid her. But I don't need to tell you what she's like. You're damn right you don't. I don't need a rundown on her reputation. If Mary works out of there, I need to look into it. Okay, then lass dort hingehen. We just wanted to provide for beauty. Give her the kind of life she deserves. We shouldn't have to live like this. Scraping to get by. None of us should. We were royalty once. We were accustomed to a certain lifestyle. Ach. All we want is to make this place feel a little bit like home. You wouldn't understand, Bigby. Ich verstehe das nicht. Du hast recht. Ich wahrscheinlich nicht. No. Probably not. Mich interessiert euer Standard nicht. So, where are you going? Ich gehe dorthin. If this all goes sideways, I'd like to know where it's coming from. Lass mich überlegen. to clients petite Joe. The lucky pawn, that's where I borrowed the money. You know that butcher shop. The cut above. The thing is, I don't think it's meat in the packages. You know that butcher shop, the cut above. Der Glückwunsch. Du kennst die Butcher Shop? Der Glückwunsch. Der Glückwunsch. Du kennst die Butcher Shop? Der Glückwunsch. Der Glückwunsch. Ich will wissen, was der Crooked Man ist in der Butcher Shop. Du weißt, Bigby. Als du da bist, wird das Wort gespricht. Es gibt vielleicht nichts für dich zu sehen, wenn du nach der Glückwunsch. Ich glaube, ich werde herausfinden. Oh, ja. Ja. Dann schauen wir mal, was in den Parketen ist. Ich weiß nicht, was du planst, wenn du den Crooked Man findest. Aber... Ist da irgendein Weg, wie du uns helfen könntest? Was meinst du? Na ja, vielleicht kannst du das alles einfach weg machen. Wir würden es wirklich empfehlen. Was sagst du? Kannst du uns helfen? Du fragst mich, ihn zu töten, oder? Ist das, was du denkst, dass ich mache? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie du diese Idee bekommst. Wir wissen nur, dass der Crooked Man ist gefährlich. Für alle von Fabletown. Ich werde meinen Job machen. Glück für dich. Das könnte auch deine Probleme lösen. Danke, Bigby. Ich bin sicher, dass du das richtige Ding machst. Ja, ja. Verkriech dich mal weiter in deine kleine Wohnung da. Kleiner Penner da. The Cut the Bath. Metzgerei. Topman Street. Nachmittag. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Rauchen verboten. Ach, ist mir doch scheißegal. Rauch weiter. Bigby ist Gangster. Okay. Wir unterstützen das NYPD. Schauen wir uns erstmal an. Hier steht sogar hier, bitte die Glocke betätigen. Hier ist wahrscheinlich diese Klingel. Die Glocke. Könnte vielleicht an meinen Glocken rumspielen. Kalte Getränke. Ich habe eben auch gerade einen leckeren Energy Drink getrunken, bevor ich hier das Spiel angefangen habe. Deswegen bin ich etwas zappelig. So. Was ist so ein Schild? Aha. Menükarte, Sandwich, etc. Irgend so ein Scheiß hier. Was sind hier? Wartemarken. Wie, wenn er keinen einzigen Kunden hat, keine Marken? Warum? Ja, warum? Vielleicht ist es so Geldwäsche. Der Laden ist nur für Geldwäsche da. Gefrorenes Fleisch. Äh? Ihhh. Überhaupt nicht. Äh, ich nicht. Okay. Sollen wir einfach die Klappe öffnen, oder sollen wir klingeln? Ach. Und was haben wir, bevor ich da klingelt? Cut the bath shield. Okay. Alles vom Schwein. Oh, da kommt schon jemand raus. Ich muss gar nicht klingeln. Bigby Wolf? Ja. Ich will das Paket. Du weißt schon was. Um, was habe ich da? Was haben wir in stock? Du gehst, was haben wir hier? Ein Flank Steak? Flank Steak? Un-Special. New York strip? Oh, ich kann auch ein Wild Boar in. Tomorrow, wenn du möchtest. Sirloin, ribs. Johann, I want to know exactly what's going on here. We sell meat. Did you want to buy something? Nee. Komm schon. What you see is what you get. Just meat. You'll find anything else. Ach, Johann. We just, uh, we do more wholesale and meatpacking than walk-up service. I'd like to help you. Really, I would. But there's nothing here. You better stop fucking around, butcher. I'm not. I am not fucking around. I can tell just by looking at it that your meat ain't selling. If you're lying to me, I'm gonna find out. I... Sheriff, I... Komm schon, trau dich. Did you hear that? Da haut es ab, glaube ich. Oh, I'm real sorry. Hold on. I, I just gotta go check on that. That alarm... I'll be right back. Butcher? I just have to go see. An alarm-knopf hat er gedrückt oder sowas. Komm, wir gehen hinterher. Komm schnell. Komm, geh hinterher. Wer kommt jetzt? Kommt jetzt Bloody Mary? Will mich töten oder was? Shit. Oder explodiert jetzt der ganze Laden? Oh, man. Kommt schon drinnen hier ein bisschen. Rocky-mäßig. Das ist wie im Horrorfilm. Boah. Was passiert jetzt? Rät gar nicht mit ihm. Antworte gar nicht. Such ihn einfach und finde ihn. Wo ist der? Komm schon, Joe. Ich hab keinen Bock, mit dir zu reden, Johann. Hör auf, dich zu verstecken. Da ist auch schon so ein Haken. Nicht, dass sie mich da aufhängen später. Was der? Mit wem redet er? Er wird mich getrennt. Meimos, ich mache mit... The things I do. Use your legs to lift, not your back. You'll get hurt that way. Now, what the hell are you doing? Please. Please, Bigby. Please, don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please. Please don't kill me. Listen. Just calm the fuck down, okay? I just want some answers. Okay. Ich bin tot, entweder. Sie sagten mir, Johan, du kannst du dein Leben und verlierst dein Shop, oder verlierst beide. Was hast du? Es war eine einfache Wahl zu machen, in der Moment. Easy, sogar wenn sie auf den Huck in der Deep Freeze haben. Aber es ist ein schweres Leben zu leben. Warum hast du versucht, Johan zu schnauern? Was hast du Angst? Das ganze Crew. Crew? Fuck. Die Crooked Man, Leute. Jersey Devil, D&Dum, und der Mental-Case Bloody Mary. Wollen Sie sprechen über die reale Butcher? Es ist sie, nicht ich. Das ist sie. Ich sage dir, sie mussten in auf mich. Sie haben mich über meine Storage und Deliverie lange vor. All wegen dieser Heat-Wave. Der Sommer war sogar noch schlimmer als dieser. Ich lasse Mary und die Porker stehen in der Meat Locker einen Tag, spielen die Karten, haben eine gute Zeit. Ich glaube, sie waren die Platz auf. Es zeigt uns, was ich bekomme, um nett zu sein zu sein. Ich bin nur eine Verkauf in diesem. Ich weiß nicht, was sie dort dort machen. Ich schweige. Und ich will nicht wissen. Ich bin nicht zu wissen. Wir werden sehen, was dort dort ist. Und dann sehen wir, ob ich dich glauben. Ich wusste, was passieren würde. Ich wusste, wann. Und? Hörst du was? Mach auf. Okay. Sieht nach einem Labor aus. Wird hier heimisch Klima produziert, oder was? Diese Klima-Junkies. Ah, was sind das? Lager. Die haben gerade Inventur gemacht, oder was? Krass, da wurden noch Leute gefestigt. Was ist das? Was ist das? Ich habe gesagt, Big P. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht wissen. Sie haben mich rausgezogen. Ich versuche, ich weiß nichts mehr. Ich habe nicht zurückgekommen, wenn es so war. Ich habe hier nicht zurückgekommen, wenn es so war. Warnung, Lights. Ich kann nicht wie bald sein. Und dieses Paket? Ah. Zeig mir mal die Bestände hier. Bewege mal die Tafu. Shit. Ist jeder hier drin? Krass. Wann wirst du nichts über das? Ich weiß nicht. Viele Fäbeln sind da draußen, die viele Dinge brauchen. Vielleicht nur dieses Symbol. Es ist auf allen Paketen. Was ist das? Das ist das Krooket Manns... ...brand. Es ist auf alles, was in und aus hier geht. Also, du kennst dich etwas, was? Gut. Ist das ein... ...wiel, oder was? Ich glaube, sie nie benutzen das Ding auf Wolves, huh? Was soll das sein? Das soll das sein sein sein? Es ist von back in den Homelands. Es ist ein Torture-Device. Es kam hier mit dem Rest unserer Storien. Es ist nicht, dass Mondays keine Hilfe brauchen, mit diesem typischen Ding. Es macht Menschen krokod. Weil sie ihre Knochen brechen. Und... Wann muss ich wirklich das erklären? Nee. Äh... Als ich das Bild gesehen habe, habe ich jetzt gleich an... ...an diese Folterung, äh, Rädern gedacht. Rädern, es war auch so eine Standard-Foltermethode aus dem Mittelalter. Aus der frühen Neuzeit. Da haben die... Da wurden tatsächlich... So wie er es eben gesagt hat, die Leute gefoltert und denen die Knochen gebrochen. schon richtig krass, also das war jetzt schon nah an der Historie Der Typ ist ein richtiger Mafia-Bosse ein richtiger Dorn untersuchen wir das Chemielabor Was machen Sie hier? Ich bin nur ein Butcher Sie wollen sprechen, T-Bones? Das kann ich tun. Das ist aus meiner Lüge. Es gibt viele Schmerzen, die Sie können mit dem richtigen Equipment machen. Sie sehen nicht, was hier passiert? All diese Fables gett'in magisch von ihm. Business ist booming. Er hat alles erneut. Die Geer und Slave Labor zu werken. So diese muss die Rohmaterialien. No wonder er braucht so viel. Oh ja? Why? Doing it like this It's bound to be cheaper than the 13th floor. This is just horrible. The things that must have gone on here. When I get my hands on that crooked bastard I'm gonna make him pay for all this. Ja. People just don't know the real cost of getting something cheap. You don't have to tell me. That fucker Crane knew all about it. Tisa Crane. Yeah, what about Crane? If this all I mean finding the crooked man is so fucking important why don't you ask your boss? Snow? No, Crane. He said he knows where everybody is. I don't know how but he's got some way. That's right. It was that creepy magic mirror with the big green head and all. Why don't you just use that? Find the crooked man that way and leave me alone. The is still kaputt, the Spiegel. With stuff like that mirror I'm surprised that you ever need to leave the office. It's fucking broken. Crane shattered the mirror and made off with one of the pieces. He probably still has the shard with him. Well, if they got their hands on an important magical item there's only one place they take it. The lucky pawn. They probably took crane there too. The lucky pawn. If I can find the mirror piece there I can find the crooked man. Hey, hold on. Well, I'm real happy you found what you're looking for, Bigby. But what about What is with you, huh? What the hell am I supposed to do now? I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for bloody Mary. They won't care that I held up my end report to the business office. Tell snow I sent you there and we'll we'll figure something out. Some kind of protection. Thank you. Thank you, Sheriff. Don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just gonna Jack, what the fuck is going on? I'm just gonna I'm the guy to keep shit in order. And that's it, Woody. If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. Let's get up, hold on. See you later. Hey, what's going on here? Who is... The fucking hell! And this fucking guy too? Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit! You're gonna... You piece of shit! I'm gonna rip your fucking lungs out! Back it up, Jersey. You're dealing with me now. You got here fast. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Where's my axe? Who'd you give it to? You follow me here all the way from Battery fucking Park? Trust me, you do not want to go there. And what if I do? Back off, dog. I just want what's mine. My axe. You talk big. But I don't think you got the stones to back it up. A little sore, are we? Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. You know what? I'm just gonna handle you fucking motherfucker! Oh, motherfucker! Hey, that's it! What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now. Dog, you got a lot of nerve. There, that's the damn loose. what did I tell you, shit, head back on, asshole. Ah, protecting your friend. Too bad you couldn't protect those whores. Ha 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 ha. Go on, try to stop me. Fucking stay down. There she is. There she is. There she is. There she is. over the fucking but no Ah! Hey assholes, I found her! Okay... Jersey... Ist es ruhig? Hör es jetzt endlich auf? Tu es nicht! Ja... 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 Mehr nicht? Mach alle auf! Mach alle Taschen auf! Steck mal ein! Äh, ja... Wir können ein bisschen verreisen und es noch ein Geschenk machen! So, was kann man hier noch? Oh... Okay, die letzte Tasche, komm schon! Gib mir irgendwas! Die Schärbe! Die Schärbe! Es ist die Schärbe! Es ist die Schärbe! Endlich! Oh... Endlich! Die Rock hat zurück... Die Schärbe! 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 Und es gibt nichts, die du kannst, um sie zurückzunehmen! Und ich weiß nicht, was sie haben! Aber ich weiß, was sie haben! Oh, wenn sie sind, die Schärbe! Es ist der Schärbe! Die Schärbe! Die Schärbe! Das ist alles, was es braucht! So, dass du so schnellst, so kannst du hier aufsmaßt, die Schärbe! Shit! Du kannst mich auf alle, wie du willst! Aber was das für dich macht? Cause... er nicht in deinem Stadt, du bist in deinem Stadt! Und er ist sicher, wie es für dich ist! Okay... das war wohl der letzte Satz, den er gebracht hat! Nicht für dich! Holzfäller! Aber ich habe Mitleid! Komm schon, nimm einen! Okay, dann machen wir die nächste Flubbahn! Das sagt irgendwie jeder! Dachtest du, ich wäre einer der Bösen, ne? Wer weiß, vielleicht bin ich auch böse! Ist das der Plan? Es ist mein Job! Ich bekomme ihn! Alright! Geh es dann! Alles klar, Chef! Ich kümmere mich darum! Ey, Holzfäller! Was willst du jetzt machen? Hey, Woody! Ja? Was machst du jetzt? Wir haben alle unsere Rolle, um zu spielen, Wolf! Ich werde dich sehen! Dann lass dich dich mal dein Leben leben! Mach's gut! Ciao! Willkommen zurück zu The Wolf Among Us! Wir sind im Fäbeltaum Verwaltungsbüro! Ich weiß nicht, wer die Prostituten töten würde! Wenn Crane sich selbst mit der Gemeinschaft kregen würde, bedeutet das, dass seine Hand in meinem Pocken war! Und du lässt ihn einfach gehen! Ich weiß nicht, was du hörst, aber es ist nicht so passiert! Hast du den Fakt? Sie ist mir den Fakt der Chance, um ein Wort zu bekommen! Jetzt, Frau Watt! Der Sheriff Bigby hat zurückgebracht! Ah! Da ist er der Wackenball selbst! Bigby, wo hast du denn? Ich bin nicht fertig, Frau Watt! Du musst warten! Nur einen Moment, bitte! Guck mal, was ich bin? Ich bin nicht sicher, Frau Watt! Ich bin nicht sicher, Frau Watt! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher, was du wunderschön! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Sie sind die ganze Zeit! Ich bin nicht sicher! Was war Faktor? I thought you were going to report back to me. I mean, it's fine. So what else did you find out? Once the mirror's fixed, we can use it to find that crooked bastard. Or at least wherever he hangs his hat. That's how Crane kept tabs on him. And everybody else. I'd say he was abusing the privilege. He was probably spying on all of us. He was probably spying on me. Anyway. No, it's fine. You did excellent work, Bigby. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Klar, Affe. Ich hätte eigentlich sagen müssen, dass alle von Fable Town drin sind. Oh yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. It had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the Lucky Pond. When I found it, it was still in Crane's coat. Last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Why, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the Mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra... Cooksey. That's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh. He doesn't like being spied on. Okay. That's his past name. Is it fixed? Did you ask about the Crooked Man? Bufkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're... They're over there bickering about bureaucracy. We're... At war. Don't they realize that? Do you need some help over there? Yeah. Thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? Hmm. Warum will ich sie alle zurück zur Farm schicken? Warum? I see how it is. Passed off to an Anderling, eh? Why am I not surprised? Well, you did close what damage brings me in here. So maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff. I'm starting to think you don't take me seriously, Toad. How many times have I told you to get glamored up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend a pig, hmm? Is he going to the farm too? Yeah? You're sure we didn't know about him, eh? A worst kept secret in Fable Town. Or a friend, the rules will bend. That's a slippery slope, that is. I have a wrong knife, I want to hit four. Oh, I see, I've given you something to think about. Now let me add another log to that fire. If you give me one more chance and hear me out, I'll see a way for me and my boy to stay. I'm not gonna ask for any more than I need. I just wanna stay. So what do you say, you just give me enough to cover me glamours and we'll call the rest a wash? Please, Sheriff, don't take TJ from the only home he knows. This old glamour rule is oppressive. I've done nothing wrong but look different. You know it's not right, burdening the weakest of us like this. This world isn't kind to those of us who can't pass for human. Look, you were unglamoured three days ago. And you're still unglamoured now. I can't ignore that. But, you go to the farm, things cool down here a bit. Maybe, you can come back at some point. Best I can do. What a crookish shite. The government bought the feibos for the feibos my arse. Sorry. Regels and regeln. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office. So direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now. But glamours are the law for a very good reason. I did it. He'll be gone tomorrow. Him and TJ. It may not have felt good, but it was the right thing to do. You know that. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened to Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand or if it was one of his goons, but someone did. What would make a person do that? I don't know, but when I catch the fucker who did this, I'll find out why. Sheriff! Miss White! I believe the mirror is repaired. Yoo-hoo! I have to say I have been better, but thanks for putting me back together. I'm sorry. I just... I have to know. Mirror, mirror. We're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep crane. Are you really sure you want to see him? Okay, speak to him. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please, disobey. My way... Someone's watching. Oh, do they notice that they're looking, or what? Bloody Mary. What just happened? Gross. We pointed you in the wrong direction. Looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat. And that's the Crooked Man. Bigby, we don't have a lot of time. Ah, mirror, mirror. No time to pout. So, where does Crooked Man hang out? What's that? I don't recognize the door, but... It's the logo. It's the Crooked Man symbol on it. Hold off. Huh? What the fuck? The door. It moves. Yeah, Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. We can't just dispense street justice. I know that emotions can run high. And you have your reasons to handle this a certain way. But we have to make a commitment to working within the law. I'll catch him and bring him back here. I'll lie. And we can clean him and cook him together. Good. I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Eigentlich wollte ich sagen, keine Garantien. Aber weil es jetzt neu ist, habe ich ihr gesagt, was ihr hören wolltet. Wenn er stirbt, stirbt er. Trophäe erhalten. Doch bald besann es sich. Die Gothic Bridge. Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Ah ja, der ist auf dem Weg zum Crooked Man. Ah, da ist die Tür. Komm schon, öffnen sie. Das ist ein Logo. Tret auf. Was ist das? Diese Aura. Hä? What the fuck? 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 Is das? This is... What the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way. For leaving off tiny, tiny Tim. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. I know you weren't here on a social call. What is this place? Or, where is it? I know I'm not in Central Park anymore. I'm not sure. I've only ever come in through one of the portals. I don't think you can get in from the actual street. But you can't blame him for wanting to make it hard to find. I'm supposed to bring you right on in. So, if you'll come this way. Er hat mich erwartet. This is the one thing I have to do. Alright, let's get this over with. Come on. That's all I want, Sheriff. Okay, Tim. Humpel mal ein bisschen schneller. Dieser Ort. Der Mann hat mich erwartet. Thanks for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard. Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? He's not... He's not as bad as you think. He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job. And I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe. Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fable Town is going to get caught in the middle. I understand the position you're in. But you don't have to do this. There are other things you could do. So it's just that easy? Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Hold on. What's that, man? Thanks. Humpel, quickly. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you? Stop laughing at me. Give me some breathing room, will you? I ain't scared of you. It's the wolf. I got a problem. What the fuck? Holy shit. Hello? Here is Shari. Alle versammelt. Meine Freunde. Boah. Er hat nur ein Zeichen gegeben und alle gehen wieder zurück. Mach's gut, Tim. Hol dir neuen Job. Und jetzt zu euch. Everyone in Fable Town has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Ach ja. Mann, ich hab alle schon geklatscht. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Gas. Zähn dir mal eine Zigarette an. Okay, jetzt können wir reden. Und jetzt? Krass. Die Episode ist vorbei. Das nächste Mal bei dem Wolf von Morgers. Was? Was? In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait. Hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes. And wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh, well. Oh, bloody Mary. Krass, okay. Schauen wir uns mal kurz die Spielentscheidungen an. Okay. Hast du Colin zur Farm geschickt? Wow. Ich bin nur einer von 10 Prozent, der Colin zur Farm geschickt hat. Ja, ich wollte ihn eigentlich gar nicht zur Farm schicken. Ach, ich hab's einfach mal entschieden. Scheiß drauf. Das ist eh egal eigentlich. Es wird ja eh keinen zweiten Teil vom Spiel geben. Telltale Games gibt's ja nicht mehr. Hast du versucht, Norris das Band zu entfernen? Oh, ja. 63,8 Prozent haben nicht versucht, das Band zu entfernen. Ich glaub, wir haben alle geahnt, dass irgendwie was vielleicht was Schlimmes passieren könnte oder so. Welchen Laden des krummen Mannes hast du zuerst untersucht? Ah, okay. Die meisten sind, wie ich, zuerst zum Cut-A-Barth gegangen. Und auch nur 24,1 Prozent der Spieler haben den Toad zur Farm geschickt. Ich bin ein skrupelloses Arschloch. Und wie hast du dem krummen Mann geantwortet? Oh, okay. Ist auch schon, ich glaub, das sind die meisten gewesen, ne? Mit einer der meisten. 43,7 Prozent der Spieler haben sich einfach mal eine Zigarette zuerst angezündet. Und danach können wir ja reden. Und in der nächsten Episode geht's weiter. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu The World of Among Us. Weiter geht's mit der letzten Episode. Wer einmal lügt. Viel Spaß und los geht's. Ich meine, deine Augen und die Zähne. Du solltest nicht wirklich das tun, oder? Not if I can avoid it. Faith. Bigby. No. Holly's sister, Lily. Sie war hübscher als die Faith. I just don't know what Bigby's doing. Ich glaube, du furzt viel. Furzt meine zu viel. Just enforce'em. Bullshit. Bloody Mary. Oh, God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby. Bigby, wait. When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Der Komma-man. Friji. Fahram Antonian. The war among us. Episode 5 Wer einmal lübt. Du hast einen langen Weg. Ja. Du musst dich schmerzen. Na ja, geht so. Wir sind im Versteck des krummen Mannes. Wir sind mitten in der Nacht. Verziehen dir mal ne Fluppern. Du bist doch nicht so krumm wie ich dachte. Du bist doch nicht so krumm wie ich dachte. Du hast noch nicht viel Rest gehabt. Was willst du eigentlich? Ich hab schon geklatscht letztens. Bitte, Sheriff. Riechst du einen Moment, bitte? Willst du einen Drink? Was zu essen? Ja, das ist ein Whopper. Es macht es sehr schön. Sehr... Es ist elegant. Es ist wirklich ein Carpaccio. Es ist Lobster. Sirloin. Ich bin nur aus einem Grund hier. Geh ein Seat am Ende. Ich bin hier für einen Grund. Und es ist nicht, um deine verdammte Essen zu essen. Wirklich? Ja. Ja. Ich hab schon vergessen, dass ich dich geklatscht hab. Ich glaube, dass ich mich nicht so kriminellen. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Es würde helfen, warum du hier bist. Es würde helfen, warum du hier bist. Ich denke. Du wissen, warum ich hier bin. Du bist hier. Ja? Einem Allotment von Behandlung. Ein Wissen, vielleicht? Hm? Ihr Servant da oben sagte mir, dass du es getan hast. Das ist eine verdammt LIE! Ich habe nichts gesagt. All ich sagte war, dass es das ist, dass es deine Stadt war. Und nichts würde passieren ohne deine Verkaufung. All right? Das ist es. Wenn das nur wahr ist. Diese Frauen... Ich habe nicht gelesen, dass die Verkaufnahmen durch eine Arbeit von meiner Arbeit. Es ist eine sehr unbefassungsvolle Sache. Aber ich sage Ihnen, dass das Problem wird mit... ...internally. Ich möchte einfach das Problem für Sie. Und Sie zeigen Ihnen, dass es vorbei ist. Du wirklich nicht mehr musst, sich weiter zu beschäftigen. Verkauf es! Eine unbefassungsvolle Sache? Du sagst mir jetzt, wer hat ihn? Ich habe totalen Respekt für Sie und Ihr Job. Ich hoffe, Sie wissen das. Aber ich kann einfach nicht divulge diese Information. Du musst wirklich nicht sich beschäftigen. Wie ich gesagt habe, ich habe das unter Kontrolle. Nein. Ich werde jetzt mit dem zu beschäftigen. Ja, genau. Was denkst du, was das ist? Etwas Art von Negotiations? Was willst du überhaupt? Der Mann sagte, er würde es sich beschäftigen. Fress halten. Ich weiß, du hast es. Jetzt sag mir. F*** dich, Big P. Du denkst, ich bin Angst von dir? Ja. Du bist nichts mehr als... Das ist genug. Ich hoffe, dass es nicht kommen würde. Aber in der Interesse zu behaupten, unsere Allianz. Wenn du das wissen, war Georgie. Was? Was ist hier los, man? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Du musst nur auf den Kopf halten, wo es überhaupt nicht gehört hat. Georgie. Warum hast du das gemacht? Warum sie los? Das ist wichtig? Ja. Ich nehme euch Spiderfest. Ich nehme euch Spiderfest. Ich nehme euch Spiderfest. Ich bin mir, du fucking Ponce. Was der fuck ist das? Du sagst du für uns. Für minor infractions. Not murder. Just go with them, Georgi. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell them out just like that? You think I can't give a fuck if I'm the one... Who the shit do you think you fucked us around? Get the fuck out of here. I do apologize, Sheriff. But I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant and I would rather you weren't here to watch. You can go join that hall at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shitter with you? I'm running out of patience, crooked man. I don't have time to fuck around here. This could have gone so well. But you just had to complicate things. This? To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Was meint der? Bloody Mary. Was? Bloody Mary. Oha. Was für ein Roundhouse Kick. Chuck Norris mäßig. Jetzt geht die Party los. Das war... Ich fick euch alle. Wuss. You're done, Wolf. Come on. We're pretty much done here. Nein. I'd like to say it was nice knowing you. But I'd be glad to see her in size turned out. Come on. Bye bye bye. Oh God. Verreckt alle. Was will der überhaupt? Ich hab den eh fast getrunken. This way. Komm schon. Ich will auch rein. Ach, verreckt. Geh rein, Bigby. Willkommen in einer anderen Welt. Glaube ich. Oh, das ist der Anfang vom Ende. Ich krieg euch. Komm. Was ist das mit Balken? Ich krieg euch. Komm schon. Komm schon, Bigby. Noch mal. Komm schon. Noch mal. Was seid ihr? Komm schon, nehm meinen Weg. Egal welchen, wir kriegen ihn. Au. Was seid ihr? Bigby. Ich will direkt aufs Auto drauf springen. Am besten auf die Motorhaube. Das wäre geil. Spring. Ich hab euch. Hallo. Hier ist Bigby. Heißer auf ist. Ich will auch noch mal ein bisschen Angst machen. Festhalten. Oh, 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 oh. Der ist voll flogen. Oh, überfährt den jetzt nicht? Egal. Besser für mich. Dann krieg ich sie. Ist das ein Sackgass oder was? Ajo. He's not moving. Keep going. Ah. Okay. Ich krieg auch jeder. Was passiert jetzt? Wohin? Die gehen wieder ins Pudding und Pie. Was haben wir denn da jetzt geschaut? Okay. Er hat sich wieder zurück verwandelt. Die parken halt von Pudding und Pie. Schau mal in Georgis Auto. Ist da was Besonderes? Auf jeden Fall hat er stark geblutet. Er blutet stark. Fette Blutspur. Okay. Holy shit. Jetzt kannst du laut sagen. Komm rein mit dir. Vielleicht geben wir ihm ja jetzt den Rest. Oder auch nicht. Lausch mal erst mal. Vielleicht sagen die ja was Besonderes. Ich glaube der hält nicht mehr lange aus. Na, wie geht's denn so? Hallo. Hallo, Bigby. Hallo. Ich hoffe, du kommst in deinen Sensen. Der Krookide-Mann ist der, der du willst. Aber natürlich, du bist zu viel von ein Idiot, um das zu sehen. Oder vielleicht magst du mich zu viel, um mich zu gehen. Das ist es, Sheriff. Ich habe zu sagen, die Gutenbeer zuerst. Bitte, Sheriff. Er ist doch eigentlich schon tot. Hast du genug gemacht? Schau mal an ihn. Er ist sterben. Vivian. Du kannst nicht wirklich schützen wollen, diesen Mann. Du wirst wissen, was er getan hat. Ich gehe nicht in die Nähe. Es ist nicht seine Schuld. Er ist ein Mörderer. Faith und Lily, er ist der Grund, warum sie tot sind. Schau, ich weiß, er hat ein paar Fehler gemacht. Wir haben alle. Was? Er hat sicher, dass sie mit diesen verdammten Rippen nicht reden können. Und dann hat er sie getötet. Du hast einen selbst. Das tut mir nicht, wenn du auch ein bisschen weißt, dass dieser Mann gebetet hat... Natürlich macht es. Was meinst du denn? Ich habe das, was ich hatte. Du kannst mich für das. Du musst mich für das. Du musst nicht tun. Du musst nicht tun. Du hast nichts tun. Wie ich nicht. Du hast, Faith und die anderen versucht, zu schützen uns. Und wie du kannst, der Crooked Mann war nicht zufrieden. Aber natürlich, der Großbritann nicht wollte. Ich habe ihn verletzt, dass er seine Hände verletzt hat. Ich habe ihn verletzt, dass er seine Hände verletzt hat. So er hat mir gesagt, dass er das nicht verletzt hat. Du denkst, ich weiß nicht, was das bedeutet. Either ich tun, was er sagt, oder ich bin derjenige. Ich habe ihn verletzt, oder ich werde ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt, und ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt, oder ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt, oder? George ist der schlechte Typ. Es ist alles seine Hände. Aber was soll ich tun? Du wirst nicht wissen, was es ist, Bigby. Wie kann man wissen? Am Ende des Tages bist du wie ihm. Kommt hier, sprechen über Optionen. Wie es so einfach war. Du hast alles gemacht. Du hast sie verletzt. Du hast sie verletzt, Faith und Lilly, von diesen Händen, inzüglich von ihnen sie verletzt. Ich habe ihn verletzt. Du wirst sie verletzt, oder? Du wirst sie verletzt. Was will ich mir machen? Ja, Sie will sie da? anna dich nicht tun? Es war sie oder Vivien. Also, ich weiß, was sie verletzt? Wenn sie verletzt, dann wirst sie sterben. Was soll ich sagen? Ich würde sie verletzt. Was soll sie verletzt? Was soll ist das alles? Das ist das Original. Original? Was soll ja? Ich bin sicher, dass ihr die Geschichte gehört habt. Sie können es nicht wegnehmen, sie können es nicht sprechen. Sie hat sie benutzt, die kleine Purplein, um mehr zu machen. Um zu halten unsere Mädchen, um die absoluten Geschwindigkeit zu machen. Du hast du nicht gesagt. All diese magie verbunden ist mit dieser kleine Sache. Du entfernt sie, und die Spell ist verletzt. Sie sind alle frei. Du weißt, was passiert zu ihr? Das ist das gleiche, was mit Faith passiert. Also, du kommst hier und sagst mir, dass ich verletzt habe. Was ist denn, Georgie? Ja. 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 Ich bin der Sheriff. Du musst sterben. Ja. 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 Ich kann nichts mehr zu tun. Was machst du? Vivian! Ne! Eine! Vivian! Nein! 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 ich kann gar nichts sagen krass rome und julia ohne gift krass beide sterben jetzt das war aber ein scharfes band sind das deine gedämmen oder was versprochen warum ist es dir so wichtig du bist du hier du bist du hier du bist du hier du willst ein schönes Bild du bist du auf ein altes Böden bei der rüben all right Shepard Metalworks Ja. Ich weiß, was ich gemacht habe. Lass uns das nicht ausrechnen. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich werde dir kein einfaches Ende geben. Tue ich nicht. Was? Du wirst mich hier einfach hier verlassen. Ruhe in Schmerzen. Ich werde nicht ein Körger, Georgie. You selfish bastard. Fuck you! Piece of shit! Das hast du dir selbst eingebrocht. Wie geht's jetzt weiter? Zwei sind weg. Wer ist der nächste? Jersey? Aber Georgie hat einen interessanten Dialekt gehabt. So ein Newcastle-Akzent. So ein Newcastle-Dialekt. Erinnert mich irgendwann an Geordie schon. Aber na gut. Pudding and Pie ist jetzt Geschichte. Die Lichter sind aus. Spider Gates mit Shepard. Metalworks. Der Tipp kam von Georgie. Dem Geordie. Okay, was kann man hier machen? Schauen wir uns gleich mal die Limousine an, ne? Er ist noch warm. Er ist hier, okay. Okay, wir haben ja auch die Limousine vorhin gesehen. Ich muss einmal ausruhen gehen, damit es weitergeht. Die Limousine habe ich ja vorhin gesehen. Ich hätte auch drauf springen können. Aber ich bin auf Georgies Auto gesprungen. Kann ich hier noch was schauen? Okay. Gehen wir direkt zur Tür rein? Of course. Ja, spreng sie einfach auf. Geht doch. Und jetzt? Shepard Metalworks. Wir sind drin. Ein Päckchen. Ah, mit einem... Dieses Logo. Und das Schild The best safety device is a careful work. Okay. Was auch immer sie damit ausdrücken möchten. Oh, sie machen mir Licht? Dankeschön. Erwarten sie mich? Oder war das zu? Okay. Irgendwelche Sicherungskästen? Die Tür schließt sich von selbst. Sieht aus wie bei Terminator 2 am Ende vom Film. Bigby Wolf. Wer war das? Bloody Mary. Wo bist du? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Gehen wir mal zur Tafel. You used to be? Krass. Sie hat uns verfolgt. Ich sehe etwas zu oft, sehe ich Snow. Nicht, dass sie ihr was antut. Und Faith und mich hat sie damals auch verfolgt gehabt. Krass. Und sie hat ein gutes Bild von mir gemacht, wie ich einen geraucht habe. Kann man als Profilbild benutzen. Okay. Und hier? Ein Rad. Ah, das... Das haben die benutzt, um die Leute zu rädern. Um denen die Knochen zu brechen. Krass. Diese Foltermethoden. Richtig schlimm. Bleischmittel? Okay. Wahrscheinlich hat sich jemand hier die Hosen gebleift. Äh, ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Jetzt geht's doch. Ist hier irgendwas? Eine Werkbank. Kann ich sie einschalten? Ich kann sie untersuchen. Zumindest etwas. Silber. Der große Bad Wolf. Ich liebe Bloody Mary. Es ist Zeit, dass du aufhörst. Ja. Ich musste erst ein paar Dinge bewegen. Ein kleiner Errand-Ber. Das ist schön. Ah, Figby. Ich sehe, dass du es hier in einem Stück gemacht hast. Ich habe ein paar Worte zu tun. Ich werde dich in den Händen der ich mit meinem Freund. Komm, find mich, wenn du dich fertig bist. Keine Angst. Das wird nicht lange dauern. Geh aus meiner Weg, jetzt. Nicht das zu verhörter. Er will nicht spielen. Ich bin sicher, dass du ihn versuchst. Kutzen das Scheiße! Entschuldigung! Hatte deine Mutter dir immer Männchen gelernt? Oder war sie zu viel zu f***en, wenn die Bühne durch die Stadt zerbricht? Oh, komm mal! Ist das das Beste, was du tun kannst? Zieh mal zu dieser Vorstufe, bis er zum wahren Wolf wird. Wo bist du Bloody Mary? Ich werde dich finden. Wo versteckst du dich? Dafür, dass sie so stark ist, versteckst du dich ganz schön oft? Oder spielst du sie einfach nur mit mir? Mary! Ich bin verrückt nach dir! Ich bin verrückt nach Mary! Wo bist du? Mary! Mary, grüß! Ich hab mein Kulturlandet richtig in da gehabt. Okay. Ich bin jetzt bereit. Wenn jetzt was passiert, bin ich bereit. Konzentrier dich. Okay. Da ist sie. Uäh! Sie hat sich verwandelt. Also mit Klima fand ich sie süßer. Komm schon. Kämpf doch endlich, Mann! Langsam wird's träge. Hä? Ich hab doch geschlagen. Komm schon! Big B! Boah! Irgendwie ist es... Boah! Level 2 hat er sich verwandelt. Super Saiyawolf! Super Saiyawolf! Das ist eine Illusion. Und ich muss sie eine richtige treffen. Ich hab gedrückt, aber egal. Was passiert jetzt, hallo? Ich hab gedrückt, hallo? Was passiert jetzt, hallo? Ich hab gedrückt, hallo? Das werde ich doch mal. WTF? Boah! Dritte Verwandlung. Geil! Es ist ein wahrer Wolf. Der Wolf unter uns. Der Wolf unter uns. Was ist das für eine Spezial-Attacke? Alle erledigt. Das ist die letzte. Die schrick ich auch mal. Was ist das jetzt hier? Nein! Es ist vorbei, habe ich Bloody Mary besiegt. Wäre schön gewesen mit ein bisschen mehr Hintergrundmusik oder sowas, dann wäre es ein bisschen epischer geworden. Aber naja. Komm schon, Bigby. Hat er eigentlich noch seine Hose an? Ah, der zieht sich jetzt hier mal um. Ah, der krumme Mann hat mich beobachtet die ganze Zeit. Trophäe erhalten, eine Silberkugel. Hey, komm schon. Was ist hier los? Hallo, Bigby. Hallo. Du lachst. Du lachst. Du lachst. Das ist gut. Das ist ein guter Grund, nicht zu spüren Sie jetzt. Diese Gung hält... Ich werde nächste Zeit nicht missen. Bevor du etwas machen mit mir, ich dachte, ich sollte ein paar Dinge sagen. Snow White möchte, dass du mich zurück nach den Woodlands bringen willst, nicht? Und das ist das, was ich möchte. Snow ist nicht hier. Du bist mit mir beschäftigt. Das ist wahr, aber ich würde sagen, dass du dein neues Böse verabschiedet hast. Zumindest für das Zeitpunkt. Du wirst mich zurückkommen. Ich habe nur eine Chance für mich, in front der Gemeinde. Und ich bin sicher, Frau White würde sagen, dass ich ein faires Trial geben würde. Kann ich auf das? Ich werde ein Trial geben. Wir sind klar? Du musst mir sagen, jetzt! Wir gehen nicht nach woher, bis ich ein paar Antworten von dir bekomme. Wenn du willst Antworten, du musst mit mir kooperieren. Schau, es gibt keine Grunde, dass wir hier bei uns sind. Das ist lustig. Ich komme aus einem Mann, die eine Kugel bei mir. Das ist nur eine Anforderung. Ich bin sicher, dass du verstehst. Ich bin kein Mörderer, Herr Wolff. Ich habe keine Mörder zu töten. Und ich glaube, dass du das wissen. Und was bist du dann? Wenn du nicht ein Mörder bist, dann was bist du? Ich bin ein Geschäftmann. Ich bin nicht ein Mörder. Es gibt noch viel, was du für die Antworten musst. Und ich werde. Und ich werde. So lange, wie du mit meinen Worten agreest. Denn ich sage nicht ein anderes Wort, bis ich vor der Gemeinde bin gebracht. Was ist denn eine Gemeinde? Was laberst du? Ich muss den Punkt beantworten. Aber nur so klar. Wenn du deine Meinung veränderst. Und du entscheidest, etwas schlusses machen. Dann bekommst du deine Antworten. Aber du bekommst einen schwierigen Zeit, dich zu erklären, dich zu Miss White und dem Rest dieser wunderschönen Stadt. Das ist ein Schlangenlederschuh. Ja, bitte? Deine Bindoutentzündung. Willst du wirklich die Wahrheit? Oder willst du nur, wie der Heroin sehen? Weil diese sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Du bist smart. Ich versuche das. Also was ich einfach nicht verstehe, ist, was du hier bist. Ich meine, du willst deinen Mörder catchen? Ich stelle hier die Fragen, nicht du. Georgie. Er ist tot, nicht wahr? Mein Punkt ist, der Mörder wurde mitgebracht. Du hast gewonnen. Du glaubst wirklich, ich bin so dumm? Ich verstehe, dass du eine Obligation hast, um mich in zu bringen. Aber du kannst dich ein wenigstenschen. Es ist vorbei. Also, ob wir gehen können? Ich würde lieber nicht schlafen. Du kennst, ich freue mich zu sehen, Miss White wieder. Was? Du bist so dumm? Du bist so dumm? Ich bin so dumm. Ich habe mir gedacht, dass wir das machen können. Was willst du jetzt machen? Du mich entfernt, wie einiges Kindes. Bögen mich hier würde nichts erreichen. Und was würde Miss White denken? Du bist mit nichts aber einem Körper. Keine Antworten, keine Beispiele. Du wirst nicht wissen. Du wirst nicht die Wahrheit Und sie wirst gar nicht auf dich schauen, zu sehen. Für Snow bringe ich dich zu ihr. Sonst hätte ich dich schon längst getötet. Außerdem kümmern wir uns um deine Bindoutentzündung. Du denkst du hast bekommen, was du wolltest, hä? Aber ich werde dafür sagen, dass du noch krummer wirst, als du schon so heißt. Du krummer Typ, du. Ich weiß. Ich weiß. Aber wir müssen etwas machen. Bögen mich. Wann ist das Ding passiert? Sind wir sicher, dass er kommt? Ja. Du hast eine Möglichkeit, zu... Hallo. Er ist zurück. Der krummer Typ. Der krummer Typ. Oh Gott. Der krummer Typ. Kannst du laut sagen? Es waren Stunden. Wir waren überrascht, dass du ein paar Probleme wirst. At the crooked man's place. And after what happened with Mary... It's nothing. I'm fine. I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that... you know... I'm just glad you made it back in one piece. Hast du mich vermisst, hä? It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes! What are you waiting for? You killed Lily! She was my sister! How could you? What do you have to say for yourself? Where the fuck do you get off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook! You should be ashamed. Fucking shithole. Everyone? Can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances... I thought it best if we do this as soon as possible. The crooked man is charged with the murder of Faith and... As I already informed your Sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White, but I think it would be unwise to proceed with such faulty information. You'd better shut your fucking mouth if you want to keep it. Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't ya? Yeah, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well where is he? Georgie paid for what he did. In the end, there was a fight and he bled out from his wounds. It's over. So he's dead? That's what you're saying? I can't believe it was him. So you see, the culprit has been punished. There's no need to... We'll deal with it later, but right now you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case you still have a lot to answer for. I was told I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Unless you plan to abandon the charter entirely. How about I go ahead and kill you right now? In front of all these people. Do I look like I give a shit? After the rest of your crimes are read through, then you will have an opportunity to defend yourself. But only then. If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order. Inciting violence against various members of the Fable Town community. Including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the pudding and pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Now is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily. So you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're involved. Come on. It's obvious. And there's all the other crap he's done. Everyone just shut up for a minute. If you wanted a chance to talk, we'll go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching world. Where it fucking belongs. That's right. So let's get on with it then. But we promised you a chance to defend yourself. And I won't rob you of that right. What the fuck? You really want to let him talk? This is about justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments. No more secrets. We're going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. Good said, Snow. This is ridiculous. But at the end we'll die. And now? Talk. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I worked with his family. You see? A promise kept to a dying mother. Oh, jeez. Are you going to get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand. He murdered two of his most faithful employees. I had nothing to do with him. Tell the fucking truth for once! You've always been a bit of a powder keg. It was only a matter of time before something like this happened. If you were so offended by it, why'd you cover it up then? If it had nothing to do with you and your shit, then why'd you try to protect him for so long? What cover up? I never made any attempt to hide Georgie's criminal activity from you. I learned of it myself only recently. For your sake. Any of you actually believe this bullshit? Holly please. Tell them Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? You weren't being helpful. You were trying to set me up. Your people tried to kill me. They get a bit carried away sometimes. It's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me. As I protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man. Just to save someone. What's he talking about? Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people. You scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me explain this to you. My employees are just that. Hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions. As Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... That any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgement to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all in line. You forget it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, snivelling on street corners, I was there to look out for you. Hmm. Hmm. Wasn't I? Crane was the one who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? What about Archie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living. Provide for herself. And what did they do? For the longest time, not much. But they asked me to come work for them. Really? The new deputy mayor wants you on the 13th floor? No. The wolf offered me the job. She wanted my tree destroyed. If she had had her way, I'd be hung out to dry on a clothesline by now. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? Is that true? I don't know what you're doing. And it's not gonna work. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk about this- Oh, we're not? Bigby just means- This is important. And I'm glad it's being talked about. You know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane. And you hated him for wanting to fuck you. And you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. Who are you? We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. Ach, yeah. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the Sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help. And he would take that weakness and add it to his strength. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. You're all still afraid of him. Even now. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. Good. 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 Very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The Sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... Georgie was working for you. Bigby got a confession that... A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister. But I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? Snow? Oh my, lick me. Fuck you, okay? I'm sick of your shit. You see what I mean? Bigby? Maybe... Maybe he's... I mean, this doesn't feel right. How we're doing this. I just... Of course it's right. This man tormented all of you. For profit. Georgie killed him. Let me just make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for... what Georgie did. Because he was working for me at the time. Yes? Yes. Of course! You just shut the fuck up already! It's okay. Whatever you're getting at, get to it. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch? Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You're the one on trial here. Don't try to turn this around on us. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. Shhh. 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 So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. We all- I did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I know- The laws apply when we need them. Everyone calm down. This isn't the reason we're here. I mean a certain level of privilege should be afforded to- To hope. This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this disease world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers? Judging you. Treating you as mindless children. Too stupid to command your own destiny. Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the- Bigby! Miss White! Yeah? Nerissa? Excuse me dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath? What's she doing here? I love to- I need to say something. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. She has something to say and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come here. My dear, I don't- Just shut up! You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you- I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet! We need to establish some order here. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry, um- I don't think I know you- Nerissa! My name is Nerissa! It's okay, my dear. It's going to be just- He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily- That's a lie! I was in the goddamn room when he did it! Faith and Lily are dead because of you! The only two people who ever gave a damn about me! And now I can finally say- You're an asshole. This was? I hope you rot at the bottom of the witching well for what you did. This is the Beleidigung. Don't worry. He's gonna pay for it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. Jackpot. You're going to take the word of a stupid- At least five other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? I'm sorry you found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Don't down the witching well. Nah, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves. You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to rip me? All I've done for you. What? You take two people's lives away and now you want mercy? You done talking crooked man. You had your chance. Bye bye. Bye bye, Unimum. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. Maybe she has more if he isn't stopped. So we get rid of him. It's too dangerous. Hello? Everyone, listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think we- This is going nowhere. Someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? What about a vote? What do you think this is? We should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how it's- It's what the people want, Miss White. Okay. Mr. Wolf, it's your call. It's Noah. Just do what you think is right. Oh, man. Sag mir, was richtig is. Okay. Okay. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to die. We can lock him away. Just fucking get rid of them. Not this way. Oh. Ich will grad was machen. Nein. Nein. Bye, bye. Bitch. Ah. There you are. I hope you all remember this moment. Ach. Think of me when you try to sleep. Halt die Fresse. Just between us. I was gonna let you live. But now. You're going to miss me. Verpiss dich. Penner. No. I won't. Ah. Ah. Es fühlt sich gut an. Und was meint ihr so? War's gut? Okay. For Lily. And Faith. Ja. Yes. Another one of us to erase from the books. Es ist das Richtige. Wir mussten es tun. Gerechtigkeit. Trophäe erhalten. Der Nordwind weht. Die Woodland Luxus Apartments. Einen Tag später. Ah. Das war leider kaum. Nur kaum geschlafen, ne? Ah. Hm. Hm. Zünd dem alleine an. Und zünd auch die Blumen an. Hey Sheriff. Was geht ab? Ach so. Der Fliegenfinger. Wir sind für die Farm und ein paar. Ich dachte, du möchtest ihn. Ich weiß nicht. Ich werde in einem Moment sein. Okay. Great. Alles klar. Was geht ab? Hä? Da ist Conan O'Brien. Ja. Was geht ab? Oh. Mr. Wolf. Flycatcher left his keys. Danke. Right. Thanks. I'm sorry Sheriff. I have to take care of this. Oh oh. Die hat viel zu tun. Stress. Viel Stress. Was geht mit dir? Good morning Miss White. You're late. Krass. Sie will mich nicht mehr. Ich bin nur ein Bote. Dann gehe ich wohl meinen Weg alleine weiter. Wie ein einsamer Wolf. Mhm. Oh der Frosch. Ach die müssen ja alle wieder zurück auf die Farm. Ich habe die dort hingeschickt. Ich gehe. Jesus. Ja beeile dich mal. Wir haben nur ca. 5 Minuten. Und geh mich für die Fresse. Ich gebe dir keine Scheiße. Du hast es vergessen. Oh, danke. Es ist ziemlich beschäftigt hier. Morgen, Sheriff. Ein schöner Scheiße. Halt die Fresse, du Froschfresse. Sei nicht so dramatisch. Kaufe die Klimmer, da kannst du herkommen. Ganz einfach. Wärst du ein Rind und kein Schwein hätte dich nicht da gelassen. Oh. Tut mir leid, du Frosch. Kannst du das Frau White geben, bitte? Vater sagt, dass es keine Zeit gibt, bis zum Glück zu sagen. Also... Wenn du sie zu erinnern kannst? Ja, sicher. Ich konnte sie alle mit mir nehmen. Und sie sagte, sie das gut lief. Es ist eine Willow Beetle. Das ist eine große Sache. Sie sind cool, weil wenn sie klein sind, sie haben diese Pauze, die sich auf die Schmerzen schützt. Wenn du sie auf sie schützt. Ich bin sicher, dass sie es lieb. Sie sagte, dass es schön war. Hey, was gibt es bei der Pfarn? Ich habe gehört, dass die Ogre dort leben. Und sie essen Menschen, in ihrem Schlaf manchmal. Gott, ich hoffe nicht. Wir müssen gehen? Ich will hier bleiben. Wir haben keine Wahl mehr. Oh. Ja. Ja, ich habe nicht mehr, dass du dich in die Frühstück bist. Es wird schön. Komm schon. Es wird nicht so schlecht. Hast du da schon? Nein. Nervt nicht. Nervt nicht. Nervt nicht. Nervt nicht. Bye, Mr. Wolf. Mach's gut, TJ. Und mit dir, Colin. Du fette Schwein. Sei nicht sauer auf mich. Es war klar, dass ich das machen musste. Du musst es gehen. Beleidigte Leberwurst. Weißt du was? Nimm das ganze Zeugs. Ich hör auf zu rauchen. Ich brauch den Scheiß eh nicht. Oh ja. Ich verpiss dich nicht. Auf die Farm. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Wir sehen uns eh nochmal, Colin. Trophäe erhalten. Großmeisterbibliothekar. Oh. Wen haben wir denn hier? Trophäe erhalten. Großmeisterbibliothekar. Hallo. Hallo. Achso, Nerissa. Oh. Ja. Ich glaube ich bin. Hm. Es ist nicht einfach zu vergessen. Ich weiß, es scheint, dass ich es zu sein sollte. Es ist nur... Lass mich dir helfen. Bigby, ich... Ich weiß, dass du dich helfen willst. Aber das ist nur etwas, was ich selbst tun muss. Okay? Ich wusste, dass sie das sagt. Ich habe es absichtlich gemacht. Ich kam hier, weil... Ich muss dir etwas erzählen. Was ist es? Es geht um, was mit Faith und Lily passiert. Ich bin nicht sicher, wo zu beginnen. Faith, Lily und ich hatten dieses Plan. Wir werden einen Weg finden. Wir lassen das Pudding und Pee für gut. Aber dann hat Faith entschieden, etwas Leverage zu bekommen. Sie hat eine Bildung von Crane und Lily zusammengebracht. Als Faith verletzt das Bild, wir haben eine von einem der Kröckend Manns-Alleis hatte. Wenn er herauskommt... Ich... Ich hatte keine Wahl. Du musst verstehen. Du hast gesehen, wie wir uns in diesem Ort gehalten haben. Kannst du die lengths sie gehen, einfach nur zu silenceen jemanden, die hat physische evidence? Ich musste... Nerissa... Just erzähl mir, was passiert ist. Ich hatte Angst, okay? Ich dachte, wenn ich nach Georgi gekommen bin, er würde den Kröckend Mann uns alleine verlassen. Wir können das Ganze vergessen. Vielleicht... in ein paar Jahren versuchen. Du... Was? Also... Ich habe ihm alles gesagt. Und ich begegnete, für alle von uns. Ich wollte niemanden über eine Bildung sterben. Du warst... nur versucht, sie zu schützen. Was soll ich sagen, Mann? Sie ist vorbei. Ja. Georgi hat gesagt, dass er mit dem Kröckend Mann überrascht hätte. Aber dann... Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Nacht, in der Club, Georgi kam zurück, und sagte mir, dass es sich verändert hat. Er hatte einen Beispiel von uns. Wir haben uns verletzt. Und während die zwei von uns sitzen da, als er mir gesagt hat, Faith kam in, und ich musste mir schauen, während Georgi... Wait, so Georgi hat dir das alles gesagt? Nicht der Kröckend Mann? Back in der Welle, du sagst... Ich weiß, was ich sagte. Aber es war nicht die Wahrheit, war es? Was ist das? Ich weiß, dass der Kröckend Mann es getan hat. Also was, wenn es nicht die Wahrheit war? Es war genug wahr. Also, du denkst, dass das okay ist, zu lieben? Ich weiß, dass er ihre Gebeten hat. Ich werde ihn nicht verletzen, weil es eine dumme Technikale ist. Besonders nach... Vielleicht hat er es ja gar nicht angeordnet. Ach, du warst es. Krass. Ich bin sie über hier, und ich bin sie verletzt. Also, das Stück von Fabrik, das war da, das war du? Ja. Ich habe meine Legge versucht, über die Fence zu gehen. Also, du... Du hast alles begonnen. Du hast alles begonnen. Ich habe... einfach... dich in die richtige Richtung. Menschen wie uns immer wieder vergessen. Der Kröckend Mann war das. Wenn wir zuhören, wir tun es in silence. Und der Welt mag es so. Wir einfach... fangen, wie wir nie existieren. Ich kann das nicht sehen, zu Faith. Oder Lilly. Nobody cares about us. Nicht wirklich. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es ist. Du hast einfach nie gesehen. Aber jetzt hast du. Du hast. Du und Snow. Ich weiß nicht. Es scheint, egal was ich mache, es ist einfach nicht genug für sie. Oder jemanden. Ich kann einfach nicht mit diesen Leuten. Ich weiß, es könnte so sein, aber sie brauchen dich, Bigby. Both von dir. Du. Du. Du machst eine gute Team. Die Art, du schauen uns an, und schauen uns an. Du schauen uns an. Du hast das oft nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen. Wir sind jetzt nicht mehr. ... anders. Hm. Dinge sind immer anders. Schau dir, Bigby. Nach dem, alles, du hast uns gemacht. Vielleicht sie nicht wollen, aber ohne dich, das hätte nie passieren. Parce, du hast... du hast gewusst, du hast nichts mehr! Du hast, was nicht mehr VerRIS. Du hast, du hast Würst Danke gelegelt, und du hast wahrgenommen, die Stadt in der Stadt. Endlich! Weil du hast den ganzelund, Schrauben genommen, immer man gesehen, was er wirklich war. So, woher ich bin, du hast, das прав leben. Du hast das richtig gemacht. Du hast mich getan getet. Du hast eine Momente. Und ich habe die Faith an deinen Türke, weil ich wusste, wenn irgendjemand eine Chance gegen den Crooked Man stand, dann war es du. Ich hoffe, ich habe zumindest etwas Gutes hier gemacht. Du hast diesen Ort geändert. Für besser oder schlechter, Fable Town würde nicht die gleiche ohne dich sein. Du bist nicht so schlecht, wie jeder sagt, du bist. Aria. I'll see you around, Wolf. Nerissa. Trophäe erhalten. Blablabla. Ist jetzt Nerissa die Mörderin? Keine Ahnung. Was das Ende jetzt hier bedeutet, scheißegal. Die wollten hier so einen Cliffhanger machen. Das ist hier ein Cliffhanger, damit der zweite Teil dann rauskommt. Da war doch jetzt auch geplant, aber Telltale Games hat sich ja jetzt aufgelöst. Also wird es ja keinen zweiten Teil geben, anscheinend. Ich habe jetzt gedrückt, dass er jetzt hinterherlaufen soll, Nerissa. Vielleicht, um sie zu beobachten, was jetzt mit ihr sonst passiert. Vielleicht hat sie mehr Träger am Stecken, wie man denkt. Wer weiß. Die, die am liebsten sind, sind immer die schlimmsten Menschen. So habe ich es herausgefunden. Was hast du mit Geordi gemacht? 31,4% haben Geordi den Tod überlassen. Geordi, ich lese mal Geordi. Hast du dem krummen Mann einen Prozess gewährt? Wow, okay. Fast die Mehrheit, also die absolute Mehrheit. 89,6% haben den krummen Mann ein Leben zurückgebracht. Naja, für Snow, ne? Und 38,6% haben den krummen Mann in den Brunnen geworfen. So haben wir ihn bestraft. Und was ist mit TJ? Ja, 98,5% haben das Geschenk angenommen. Ist ja völlig klar. Der kleine Junge, der hat sich auch gut mit Snow verstanden. Der geht jetzt auf die Farm, der wird jetzt dort wahrscheinlich die nächsten Jahre gemobbt. Und dann soll er ein gutes Gefühl haben, falls er irgendwann mal wieder zurück nach Fable Town kommt, ne? Da hat er ein bisschen Geld, da kann er sich ein bisschen Klima kaufen. Und dann kann er auch aussehen wie ein Mensch. So, wie lauteten deine letzten Worte an Nerissa? Können die kein Deutsch oder was? Wie lauteten die letzten Worte an Nerissa? 54,8% der Spieler sagten, ich hoffe, ich habe ihr etwas Gutes getan. Ah, okay. Aber das war's. Das waren die Spielerentscheidungen. Das Spiel ist vorbei. Du Wohlvermangen hast. Ein richtig geiles Spiel. Hat Spaß gemacht. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn dir das Let's Play gefallen hat, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das Spiel gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.